Mein bester Freund Dara hat sich mit meinem zweitbesten Freund KuchenTV unterhalten und schauen wir mal rein. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das größte Gespräch bis zum Ende des Jahres werden. Dara entscheidet sich mit mir nochmal zu reden wegen dieser Einjahresfeier. Jo, was geht. Schön, dass es jetzt doch noch geklappt hat mit dem Live-Talk auf jeden Fall. Okay. Ja, fantastisch. Ja, du bist wahrscheinlich komplett vorbereitet, ne? Nur mal hier die Fakten auf den Tisch zu legen direkt. Boah, was ich vorbereitet, ich wünschte. Gut, dich nämlich auch nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ne, ich habe mir höchstens vielleicht, weiß ich, keine Ahnung, ein paar Sachen überlegt oder so, worüber man quatschen könnte, diskutieren könnte. Aber jetzt großartig, dass ich da jetzt vorher Dokumente noch durchgegangen bin und die Fakten gesammelt habe. Nicht wirklich. Und ich glaube, das reicht. Eigentlich hatte ich irgendwie sowas vor, aber am Ende des Tages habe ich wieder so lange prokrastiniert. Du als Hogar PSN schmuggelt fünf Euro an Bezos vorbei. Dualshow, danke für den Fünfer, Brudi. Dankeschön. Vielen Dank für den Support, Brudi. Danke dir. Mir auch so. Ja, und ich glaube, ich erkälte mich aktuell. Ich war auch tierisch müde und heute habe ich auch, ich arbeite jetzt wieder im Kindergarten und habe dort auch erst mal, also letztens den ersten Arbeitstag gehabt. Und das erste, was natürlich passiert ist, wahrscheinlich, dass man von den Kindern mit allen möglichen Krankheiten angesteckt wird. Und deswegen merke ich es jetzt schon kommen. Ich komme zum Punkt. Wo ich im Kindergarten gearbeitet habe, war ich auch durchgehend krank. Also da kannst du auch nichts gegen machen, ne? Ja. Also ich sage euch gleich, wie es ist. Ich habe das Gespräch nicht gesehen. Ich gehe unvorbereitet rein. Ich habe, weil ich glaube, Reactions sollten spontan sein. Ich habe nur von dem Gespräch so circa insgesamt verteilt an verschiedenen Stellen so insgesamt vielleicht zehn Minuten gesehen. Ich weiß nicht, wie wir starten wollen. Ich kann einen Punkt nennen, du kannst einen Punkt nennen. Wir können uns auch abwechseln. Mir ist egal, wir können auch Xing-Shang-Shong machen, wer anfängt, falls man das noch sagen darf. Was hältst du von so anderthalb Stunden quatschen, dass wir das so anpeilen? Ja, das wäre gut. Ja? Das wäre in Ordnung, ja. Ja, cool. Das kriegen wir hin. Ja, ich weiß nicht, sonst würde ich einfach anfangen zu einem Punkt, der mich auf jeden Fall interessiert. Weil du hast ja auch auf mein letztes Video reagiert, deswegen weiß ich auch, dass du das kennst. Du hast ja in der Reaction zu Kircho auf jeden Fall gesagt, dass es nicht wichtig ist, was Shoyoka sagt, weil du ja für die Demokratie und Freiheit kämpfst. Und dann ist quasi das, was sie möchte, halt nicht so wichtig. Das würde ich ja gerne nochmal ein bisschen genauer hören, weil Shoyoka geht das ja anscheinend schon so ein bisschen nah, offensichtlich, von ihr kommt. Ja, ich wollte sagen, weil du, weil du es gerade schreibt, ich habe zum Ende Kuchen-Subs gegeben, damit der Prols wahrnimmt. Hey, der Chat von KuchenTV war voll von Leuten aus dieser Community. Das war einfach Wahnsinn, wie viele Leute dort waren. Also ich war ja auch kurz dort und da sind einfach die roten Fäuste geflogen und da ist einfach, so viele von uns waren einfach dort. Crazy. Ja, also erstmal thematisierst du sie ja in den Videos, wenn du das nicht machen würdest. Also das würden wir dann auch eben keine Gegenrede oder sowas leisten. Und es ist halt sehr typisch, sage ich mal. Also nur so, ne? Aus meiner Sicht machst du das, was gerade einfach gut läuft und Klicks bringt. Und ich glaube, du würdest das, was weiß ich, du würdest, was weiß ich, was thematisieren, wenn es gerade einfach sich gut klickt. Und da hast du halt irgendwann gemerkt, okay, gegen Shoyoka gehen läuft einfach. Und es ist halt so ein typisches Ding, was wir nun mal kennen aus dem politischen Aktivismus, dass man das vor allem von eben der Gegenseite, sei es rechts, sei es irgendwo neoliberal oder wie man das auch immer nennen möchte, dass man anstatt, dass man gegen politische Ideen geht, dass man das Ganze auf Personen projiziert. Also beispielsweise gab es mal eine Phase vor einigen Jahren, gerade wenn man internationale Medien verfolgt hat, dann haben diverse rechte Medien, das waren zum Beispiel Fox News und so alles. Ja, aber guck mal, du redest halt schon ein bisschen drum rum, weil du brauchst ja nicht ausweichen. Also warum, wenn Shoyoka sagt, bitte verteil mich nicht, warum sagst du dann, nein, es ist egal, was sie sagt, ich muss mich da drüber stellen? Das ist ja die Frage. Ja, warte einmal kurz. Dann hat man eine Phase lang, eine Zeit lang, anstatt, dass man gegen... Kuchen hat gleich am Anfang so das Schlimmste rausgepackt, was er machen konnte. Das heißt, er bringt dich schon automatisch dorthin, dass er sagt, einfach dein ganzes Aktivismus, dein ganzes Engagement, ist eigentlich in Wirklichkeit nicht okay für die Leute, für die du dich angeblich engagierst. Das ist so das Schlimmste, was du ihm antun kannst. Ja, ich muss sagen, was Kuchen hier gemacht hat, ist einfach ein Geniestreich, weil was soll Dara jetzt darauf sagen? Bin echt gespannt. Wenn Umweltschutz zum Beispiel geht, einfach nur ist man gegen Greta Thunberg gegangen. Und da hat man sozusagen das Ganze eben auf die Person projiziert und dadurch, wir wissen halt einfach aus der Erfahrung und aus den letzten Jahren, dass politische Bewegungen ganz gerne mal es sich einfach machen, also vor allem, wenn es dann eben rechte Akteure sind, womit ich jetzt nicht dich meine, aber natürlich, wenn du gegen Shoyoka gehst, dann gibt es halt eben auch rechte Akteure, die einfach ein Interesse daran haben, dass das weitergeht und dass das erfolgreich ist sozusagen. Aber wird der Typ sich jemals den Gedanken machen, dass es rechte Akteure gibt, die sich darüber freuen, dass er einfach ist, wie er ist? Weil ich meine, die Rechten freuen sich maximal darüber, dass ein Dara existiert und ein Karl existiert und diese ganzen Leute. Die feiern das ja maximal. Dass dort Menschen eingeschüchtert werden, da Menschen diffamiert werden oder Menschen diskreditiert werden. Außerdem sind die Leute, die einfach Dara lustig finden und gegen Dara gehen, gar nicht jetzt mal die Rechten. Und diese ganze Shoyoka-Sache und so weiter und so fort, da haben sich die Rechten kaum eingeschaltet. Also die Rechten waren da kaum beteiligt daran. Wer daran beteiligt war, sind einfach Leute aus der Mitte, die einfach sagen, hey, hört mir auf mit dieser Doppelmorale und diesem ganzen dummen Scheiß. Das ist einfach, wer sich eingeschaltet hat. Darunter sind wir, Linke, darunter sind Leute von Monte, Kuchen und Co., die einfach mitten aus der Gesellschaft sind und sich einfach denken, hey, die Rechten haben diese Sache vollkommen fallen lassen, was ich nie verstanden habe. Die Rechten haben sich niemals eingemischt in diese ganze Nummer, wo es um Shoyoka und um Skarrows und um diese ganze, die waren da vollkommen draußen. Das mich sehr gewundert hat, weil da gab es eigentlich viele Klicks abzuholen und eigentlich hätten die das erholen müssen, haben sie aber nicht. So von dem her. Und da ist es eben ganz praktisch, wenn man das Ganze eben auf eine Person projiziert. So und ich. Außerdem hat niemand irgendwas auf eine Person projiziert. Wie heißt sie? Die. Wie heißt sie da? Shoyoka ist ja Skarrows angegangen und nicht umgekehrt. Prole Left. Oder? Das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja nicht umgekehrt. Oder wie sehe ich das? Also was für eine Kampagne gegen sie? Es gab eine Kampagne gegen Skarrows, wenn du mich fragst. Verstehst du? Zwei Mal sehe ich das. Versuche natürlich, so gut es geht, Shoyoka aus allem rauszuhalten. Aber das geht eben nicht immer. Und da übergehe ich das Ganze gerne mal, wenn das irgendwie ihr eigener Wunsch ist. Weil wie gesagt, sie ist aus meiner Sicht eine Projektionsfläche. Das heißt, sie... Ja, aber für dich ist sie eine Projektionsfläche, oder? Weil für euch, ihr habt sie zu so einer Galionsfigur gemacht, die angegriffen wird von Rechten. Und jetzt muss man Shoyoka verteidigen, weil Shoyoka ist sozusagen Last Man Standing in der Brandmauer gegen rechts. Und ihr habt sie einfach dazu inszeniert, dass sie einfach plötzlich da in irgendeinem Widerstandskampf gegen rechts ist, was sie überhaupt nicht ist. Sie ist einfach irgendeine Streamerin, die einfach gesagt hat, hey, Skarrows hat dies und das gemacht und dann konnte sie das nicht belegen. Okay? Skarrows hat das Gegenteil belegt. Das ist, was passiert ist. Und dann hat sie gesagt, nee, trotzdem. Und dann hat die gesamte Community aus normalen Menschen, die sich nicht verarschen lassen und auch die nicht so dogmatisch eingepackt sind, dass sie einfach sagen, okay, ich lüge jetzt herum, hat dann einfach gesagt, weißt du was? Nein, einfach. Ja, einfach nein. Das ist einfach der Punkt. Achso, Frulino, danke dir für tausend Witze. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Danke, Poli, für den neunten Monat. Danke vielmals. Dankeschön. Dient eben für rechte Online-Communities oder rechte Akteure als sozusagen Sinnbild einfach generell für bestimmte politische Ideen. Das heißt, indem man sie angreift, greift man eben auch diese politischen Ideen an, was eben einfacher ist. Nein, 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 nein. Ihr habt die dahin positioniert als ein Beispiel für eure politischen Ideen. Und jetzt, wenn man sie angreift, ohne dass es um eure politischen Ideen geht, tut ihr es so, als wäre das Dings. Danke, dosenmais. Dankeschön. Weil du, wenn man sie angreift, weil du dann eben eine Person sozusagen auf ein Podest stellen kannst. Du kannst sie sozusagen als Tyrannen ganz oben darstellen, anstatt dass du gegen zum Beispiel eine politische Bewegung gehst. Eine politische Bewegung erscheint ja immer, oder ist immer schwieriger, weil das sind erstmal gesichtslose Menschen sozusagen. Die sind anonym. Und das hat halt immer so einen demokratischen Anhauch. Das heißt, wenn ich gegen eine politische Bewegung gehe, dann ist das so, als würde ich mich gegen die Demokratie stellen. Aber wenn ich gegen eine Person gehe, dann kann ich es so tun, als würde ich ja eigentlich gegen die große Tyrannei von dieser einen Person kämpfen. Und dann verstärkst du das Ganze natürlich noch, indem du zum Beispiel sagst, eine Shuyoka würde die Meinungsfreiheit zum Beispiel unterdrücken. Aber wir können uns natürlich gerne darauf einigen, dass du sie gar nicht mehr thematisierst in deinen Videos. Und dann kommt da wahrscheinlich auch nichts mehr von uns zu dem Thema. Ja, aber du hast ja die Frage trotzdem nicht beantwortet, weil du sagst ja jetzt auf dem Podest stellen beispielsweise, aber sie wäre ja zum Beispiel in, keine Ahnung, 10 Videos kein Thema gewesen, wenn ihr das nicht immer wieder aufwärmen würdet. Also ich greife ja in den letzten Videos, außer jetzt das, was ich über diese TikTokerin da gemacht habe, greife ich sie ja gar nicht mehr persönlich ein, sondern gehe halt auf Argumente ein, die Young Fate Salat bringt, die Kircho bringt, die du bringst. Also ich hätte ja schon lange gar nicht mehr über sie geredet. Das heißt, ihr gebt mir ja auch einfach diesen Content und sorgt dafür, dass ich wieder über Shuyoka reden kann, weil ihr das Ganze in euren Streams wieder thematisiert. Also Shuyoka würde ja wahrscheinlich viel weniger Thema sein, wenn ihr da nicht darauf reagieren würdet. Und da stellt sich auch für mich die Frage zum Beispiel, was hat dir die Reaction auf Kircho gebracht? Das ist ja genau das, was ich sage. Sie müssen einfach die ganze Zeit sie reinziehen, weil sie sie einfach zu einer Figur gemacht haben. Ich meine, die fucking Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich einfach, Antonio Amadeo, Amadeo Antonio, wie auch immer, die hat sich einfach eingeschaltet, um Shuyoka als eine Galleonsfigur der Linken gegen Rechts zu framen. Und ja, der größte Vorfall in der Geschichte von bla bla bla. Was für ein Schwachsinn. Es muss ja eigentlich schon, während du das anguckst, muss dir ja klar gewesen sein, dass ich das doch wieder nutze, um ein Video zu machen und dann wieder Shuyoka thematisiere. Wäre es da nicht klüger gewesen, dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, also dann lass ihn dieses eine Video machen, ich gebe ihm kein Content und dann ist das Thema zu. Das könnte ich doch auch dir sagen. Ich wäre ja auch zu, ich mache ja meine Reichweite damit. Ich habe ja nicht mal das Video dazu hochgeladen, ich habe das ja einfach nur in meinem Stream einmal thematisiert, so wie ich dann eben Reactions mache und dann, ich habe das bisher nicht mal hochgeladen, jetzt die Reaction. Ja, aber dir muss ja trotzdem klar sein, dass ich das nutze. Das wird dann vor 300 bis 400 Leuten oder so, die schauen dann zu, bei mir im Kanal, weil ich bin ja jetzt nicht irgendwie der große Influencer hier. Aber guck mal, du sagst ja selber, dass ich das Shuyoka-Thema ausschlachte, bis zum geht nicht mehr. Also wenn du dann auf das Culture-Video reagierst, musst du doch, musst du doch, da bist du, da bist du gemäßigter geworden. Ja, aber da muss dir doch klar sein, da muss dir doch aber klar sein, dass wenn du darauf reagierst, ich das doch wieder nutze, um dazu wieder was zu sagen oder nicht. Also dann packst du ja Shuyoka quasi wieder als Zielscheibe aus, weil ich wieder zwangsweise über sie reden muss, wenn du sie versuchst zu verteidigen. Ja, aber du hast ja bisher nicht, also sagen wir mal, du hättest ein Argument, wenn du jetzt zum Beispiel vier Wochen lang darauf verzichtet hättest oder so. Wenn man wirklich sehen würde, da gibt es einen ganzen Zeitraum, da hast du überhaupt nicht sie thematisiert. Und dann kommen wir um die Ecke und greifen das Thema irgendwie wieder auf. Aber das ist doch egal, ihr macht das ja die ganze Zeit. Nee, nee, so erscheint das ja nicht so, als würdest du jetzt in Zukunft irgendwie damit aufhören. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn ich über sie rede? Das Video halt, was ich jetzt zu dir gemacht habe, das wäre ja logischerweise nicht gekommen, wenn ich nicht auf dich reagiert hätte. Ich meine, Shuyoka hat buchstäblich gesagt, dass sie mit Dara nichts zu tun hat und nichts zu tun haben will. Ich hätte auch nicht über Shuyoka reden können. Ja, aber wie gesagt, du hast ja trotzdem Videos gemacht über irgendwas, war da mit einer TikTokerin, du hast das mit der Tinkorn gemacht, du hast auch über Freiraum Reh, die an Bubble-Geschichte reagiert hat und so weiter. Also das zeigt halt eher uns, keine Ahnung, wenn du halt ab und zu mal Bock hast, dann setzt du dich halt hin, schaust einen Stream von einer von den Damen an und machst dann am Ende ein Video daraus und eigentlich relativ egal, was die machen. Nee, also bei Shuyoka hast du gesagt, das letzte, was richtig über sie ging, war ja das über die TikTokerin. Das war auch ein bisschen, das ist glaube ich auch schon wieder ein, zwei Monate her. Könntest du mir zum Beispiel versprechen, dass wenn ich dich zum Beispiel in Ruhe lassen würde, genauso wie Young Felsalat und wie sie alle heißen, dass du dann kein Video mehr machen würdest über Shuyoka? Nö, weil wenn Shuyoka wieder irgendwelche A-Tags bringt, was auch immer passiert, natürlich mache ich dann ein Video dazu. Ja, aber sie macht ja nichts mehr. Also das letzte, was ja war, war ja das mit der TikTokerin und das ist halt schon ein, zwei Monate her. Ja, sie macht ja nichts, sie hält sich raus, sie ist komplett ruhig, sie erwähnt mich überhaupt nicht in ihren Videos, sie will einfach in Ruhe gelassen werden und wird von euch immer wieder Thema gemacht. Achso, ja. Und du sagst ja selber, du sagst ja selber, dass ich das nutze. Also wenn dir schon klar ist, dass ich das nutze und sie darunter leidet, warum sagst du dann, ja, nee, aber ich muss ja für die Demokratie kämpfen, auch wenn Shuyoka nicht möchte, dass sie verteidigt wird, mache ich das trotzdem. Also du stellst dich ja dann über Shuyoka, wofür? Was hat dir das gebracht? Warum er das macht, das liegt an eurer Reichweite. Wenn ich dich richtig verstehe, daran willst du mit Kontroversen deine Reichweite aufbauen. Nee, ich möchte, ich möchte, ich möchte eure Reichweite aufbauen. Du hast nur wieder dafür gesorgt, dass ich ein Video gemacht habe, wo wieder fünf Minuten oder zehn Minuten über Shuyoka gesprochen wird. Ja, du machst doch die Videos über Shuyoka am Ende. Ja, aber das musst du ja doch klar, du weißt es doch. Er hatte mal, äh, du machst die Videos über Shuyoka am Ende. Aber du kannst doch die Entscheidung treffen, das nicht zu tun. Ja, aber du weißt doch, dass ich das mache. Aber du kannst doch die fucking Entscheidung treffen, es nicht zu tun. Warum tust du es? Also, weil das halt Naturgewalt ist oder so. Das ist so ein innerer Tragen, du kannst gar nichts dagegen tun oder wie sieht das aus? Nein, darum geht es nicht, aber trotzdem packst du sie ja wieder als Zielscheibe aus. Und wenn sie sagt, sie will nicht verteidigt werden, warum musst du dann mansplänen und sagen, ich verteidige die jetzt? Also das ist ja nicht mal mehr Täter-Opfer-Umkehr, sondern das ist ja irgendwie Täter-Verteidiger-Umkehr oder so. Die Frage ist, sie hat gesagt, sie will nicht verteidigt werden und Kirchow redet über sie, du redest über sie, Young Fate Salad redet über sie. Ja, permanent. Nein, aber schon oft genug, ich habe ja genug Videos dazu gemacht. Das ist die Frage, warum stellst du dich dann drüber? Du hast ja in dem Stream gesagt, nein, es ist egal, was Shuyoka sagt, es ist jetzt wichtiger, dass wir darüber reden. Ja, wie gesagt, wenn das halt irgendwo Thema ist und wir haben halt gesagt, okay, wir machen Gegenrede, beispielsweise wenn du deine Videos produzierst und dann werden wir halt eben auch das Thema aufgreifen und versuchen dort Falschbehauptungen oder Behauptungen, die wir für falsch halten, dass wir die dann natürlich widerlegen. Ja, aber Kuchen-TV darf sich dann nicht wehren, wenn ihr dann scheiße über ihn redet. Sehr, das habt ihr euch super ausgedacht. Ja, aber es geht ja darum, dass Shuyoka sagt, tut es bitte nicht. Also du kannst ja auf jedes Video von mir reagieren. Ich mache ja auch was über die... Wer ist dieses Wir? Das ist diese Vogue-Bubble, die es angeblich nicht gibt. Ja. Das ist ja diese Bubble, die angeblich nicht existiert. Aber sie existiert, ja, ja. Es ist die gleiche Bubble, die nach jedem Gespräch Dara eigentlich zur Song macht. Das war nach diesem Gespräch übrigens auch, deswegen habe ich gefragt, ob irgendwer das hat, was Dara redet nach dem Stream. Super interessant. Letzte Generation oder so, da hast du bestimmt auch eine andere Meinung oder so. Keine Ahnung, dann reagier doch da drauf. Oder heute habe ich was über nicht-binäre Erziehung gemacht, dann reagier doch darauf. Und ich finde nur, dass wir eine Sache uns verstehen. Das Ganze hätte ganz einfach vorbei sein können. Wenn Churyoka einfach gesagt hätte, ja, okay, gut, ich habe das überinterpretiert mit Skurros. Das war gar nicht so schlimm. Ich hatte das viel schlimmer in Erinnerung. Okay, war meine Empfindung jetzt, wo ich das Video sehe, alles halb so wild. Mein Fehler hatte das falsch in Erinnerung, kann passieren. Alles wäre vorbei. Alles wäre vorbei. Stattdessen wird sie einfach gemacht, oh, schau dir das an. Das ist einfach, dass zweite Gamer geht. Oh, alle gehen gegen sie. Das müssen Rechtsextreme sein. Nein, Bro, das sind einfach ganz normale Dudes, die einfach dastehen und denken, wir haben die Schnauze voll von eurer Blödheit einfach und der Scheiße, die er labert. Es reicht einfach irgendwo, Digga, hör auf einfach. Ich kann ja nichts mehr zu tun oder kannst mich ja gerne kritisieren, aber ohne, dass Churyoka wieder mit reingezogen wird. Weil du redest die ganze Zeit von, ja, und die kriegt so viel Hass ab und alles doof. Sie selber sagt, dass sie einfach in Ruhe gelassen werden möchte und wird dann von euch die ganze Zeit thematisiert. Das ist in deiner Hand. Also für mich klingt das eher nach einer Ausrede, damit wir nicht irgendwie Falschbehauptungen in der Sache liegen. Digga, ich finde das super. Also die Videos kommen so gut an, ganz ehrlich. Also bitte reagiert weiter. Wirklich, also das ist das Beste, was mir passieren kann. Gerne. Wie gesagt, aber dann ist es deine Verantwortung. Also du kannst dich halt nicht, also es ist total albern, an sich hinzustellen und zu sagen, hey, du thematisierst sie wieder. Du bist schuld, du übergehst sie. Ja, wie gesagt. Hey, Kuchen hat keinen einzigen Wort über Dara gesagt, bis Dara sich nicht schon wieder eingemischt hat in dieses Video von KuchenTV gegen Kirchow. Er hat einfach buchstäblich nichts gesagt. Die Hauptfrage war ja, dass sie sagt, Also wenn dir das so wichtig ist, also das ist ja albern. Kommt ja. Wenn dir das so wichtig ist. Nein, mir ist es nicht wichtig. Seit wann seid ihr ja per Team? Ich würde es einfach gerne verstehen. Ich würde es einfach gerne verstehen, weil du bist doch so für Feminismus und so, aber stellt sich dann über den Willen von einer Frau, die sagt, lass mich in Ruhe. Warum? Genau. Also das, was sie sagt, hat keinen Wert für dich in dem Moment, dass sie in Ruhe gelassen werden will. Du findest es wichtig, auf mich zu reagieren? Ja, weil politische Ideologie Hirn fickt. Deswegen. Weil wenn die politische Ideologie mal Besitz von dir ergriffen hat und das dein oberstes Prinzip ist, dass du politisch Erfolg und Macht hast oder irgendwie eine Relevanz, fängst du an, Menschen unterm Bus zu werfen, also zu opfern. Du fängst an, Menschen zu vernachlässigen, ihre Gefühle zu vernachlässigen, ihr Wohlbefinden zu vernachlässigen. Wenn das dann noch weiter geht, lässt du dich sogar dorthin zwängen oder drängen, dass du sagst, Ja, mein Gott, wenn sich einer wehtut oder wenn einer irgendwie drauf geht, Ja, wenn Tausend drauf gehen, Ja, wenn Millionen drauf gehen, Ja, es ist ja für die gute Sache. Wir wollen ja politisch was bewegen. Das ist einfach diesen Lauf, den so dieser Brainrot annimmt, wenn man sich einer politischen Ideologie unterwirft. Man kann da gar nicht anders. Deswegen ist das Linkste für mich, was existiert, sich keiner politischen Ideologie zu unterwerfen. Für den heiligen Krieg, absolut. Für mich ist einfach das Beste, was du machen kannst als Mensch, ist einfach, dich hinzustellen und auf das Wohl des Menschen schauen. Ich scheiße auf deine Ideologie, wenn das Wohl des Menschen nicht oberstes Prinzip ist. Ja, ich scheiße auf deine Ideologie, wenn du sagst, dass Menschen leiden, sterben oder irgendwas okay sind, weil es ist ja für die gute Sache. Und ich scheiße auf deine Ideologie, wenn du nicht mehr normal mit Menschen da draußen reden kannst, wenn sie deine Freunde oder Familie sind, weil du einfach alles danach einordnest, passt das in meine Ideologie oder passt das nicht in meine Ideologie. Und das ist einfach der Punkt. Ja, ich glaube, diese Freiheit einfach zu sagen, wir schauen, was gerade draußen passiert, aha, diesem Menschen geht es nicht gut, schauen wir, warum es ihm nicht gut geht, können wir ihm vielleicht helfen. Okay, dieser Mensch möchte Ruhe, schauen wir, dass wir ihm Ruhe geben. Dieser Mensch hier möchte anderen wehtun, verhindern wir ihn daran, keine Ahnung, so weiter. Aber irgendwie irgendein Dogma daraus machen, so, das ist ein Null Sinn. Reagieren, das ist die Frage. Richtig. Aber, wie gesagt, Feminismus bedeutet für mich halt nicht, ich höre auf alles, was eine Person sagt. Und natürlich kann sie sich das wünschen, aber, ähm, ne, also, ich wäge dann ab. Und, wie gesagt, in der Regel verbinde ich das ja mit anderen Themen. Also, da ging es zum Beispiel, in der Regel geht es darum, wie du generell arbeitest und wie du zum Beispiel Dinge framest und wie du, ähm, bestimmte Behauptungen raushaust und so weiter, um halt eben aufzuzeigen, äh, wie du da eventuell den einen oder anderen Zuschauer von dir manipulierst. Und, da nehme ich das ja übrigens als Beispiel. Aber, äh, wie gesagt, wir können uns gerne darauf einigen, dass... Also, ich würde sagen, KuchenTV manipuliert seine Zuschauer meiner Meinung nach hundertmal weniger als jeder aus eurer Bubble. Ja? Äh, äh, wir einfach das Thema allesamt komplett lassen. Weil, weil KuchenTV ist praktisch so ein Typ, der sich nicht von politischen Ideologien irgendwie feinen Namen hat lassen, sondern er ist einfach mehr oder weniger ein normaler Mensch. Der schaut einfach so, was nützt mir, was nützt mir nicht, was schaut für mich sinnvoll aus, was schaut für mich nicht sinnvoll aus, was schaut für mich dumm aus, was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn, fertig. Ja? Und es interessiert ihn einen Scheiß, ob er ein Linker ist, ein Rechter ist oder wo er eingeordnet wird. Er möchte einfach das tun, was er für richtig hält. Fertig. Ja? Naja, ich habe ja kein Konzept, wenn ihr nichts mehr dazu macht, ne? Deswegen müsst ihr das ja entscheiden. Habe ich ja gesagt. Den Content hast du ja so oder so. Aber du sagst ja, das Thema greifst du ja so oder so auf. Nein, das ist falsch. Er hat kein Content über dich gemacht, bis nicht du dich eingemischt hast. Er hat kein Content über Kirchow gemacht, bis Kirchow sich nicht eingemischt hat. Er hat kein Content über Studioka gemacht, bis Studioka, okay gut, er hat über Studioka, über den Fernsehpreis gemacht, über den Gaming-Preis, aber der Preis war total lost, dass sie ihn gewonnen hat und darüber hat er sich beschwert und das war es dann auch. Bis diese Geschichte mit Skirros gekommen ist, war es das dann auch schon mal vorläufig, ne? Wir können das Thema auch gleich zumachen, aber eine Frage habe ich, weil du ja gesagt hast, du wägst dir ab, ob du dann darauf hörst oder nicht. Mhm. So, du weißt ja, dass Shoyoka darunter auf jeden Fall leidet, so unter dem Hate. Das hat sie ja selber oft genug gesagt, ne? Vier Wochen nicht gestreamt, kann ich auch nicht. Ja, du sagst, Kuchen möchte links sein und ist nicht damit zufrieden, dass er als konservativ eingeordnet wird. Ja, ich finde es auch blöd, als konservativ einzuhören, aber das wird gleich in diesem Gespräch vorkommen. Nur, ich glaube nicht, dass er links sein möchte. Ich glaube, Kuchen versteht nicht mal, was links ist, ganz ehrlich. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht definieren könnte, was links sein bedeutet. Er würde eher so, aber Dara könnte das, glaube ich, auch nicht. Na gut, Dara könnte das wahrscheinlich. Aber Kuchen könnte das ziemlich sicher nicht. Also, er wüsste nicht, dass es darum geht, dass man gegen Hierarchien ist und der Abbau von Hierarchien und das Rechts ist Vergrößerung von Hierarchien und so. Also, ich glaube nicht, dass er das wüsste. Vielleicht wüsste er das, aber die wenigsten Leute, die sich nicht wirklich absichtlich damit beschäftigt haben, wissen das nicht. Die Events gehen, bla, bla, bla. Ja, was war die Abwägung, dass du gesagt hast, okay, sie kriegt dann noch mehr Hass ab, falls KuchenTV ein Video dazu macht? Welcher Punkt war dann größer, dass du gesagt hast, okay, aber den Hass muss sie jetzt bekommen, weil ich mach was genau? Auf der anderen Seite quasi? Man wägt ja ab auf beiden Seiten. Du weißt, sie wird gehatet. Also, was war dann wichtiger für dich? Was genau hat dir die Reaction gebracht? Nee, du kannst ja trotzdem Gegensprech leisten und damit eben auch Menschen überzeugen vom Gegenteil. Und das hast du gesagt? Das ist nicht die Antwort, aber gut. Also, du würdest jetzt sagen, mit der Reaction würdest du sagen, ja, Mann, es war richtig gut, das war richtig toll, dass ich da Shoyoka verteidigt habe, das war richtig klasse. Shoyoka wird mir danken, wenn ich sie sehe. Was denkst du, wenn du jetzt Shoyoka triffst, würde sie sagen, danke, dass du mich verteidigt hast, oder würdest du sagen, bitte, lass mich einfach in Ruhe? Nee, ich gehe davon aus, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte. Also, beziehungsweise nicht thematisiert werden möchte. Aber das möchte sie auch nicht von dir. Ja, aber dann gib mir doch keinen kostenlosen Content. Also, du triffst die Entscheidung, die Videos machen. Tut mir leid. Ja, ihm ist es ja scheißegal. Er ist ja nicht auf der Seite von Shoyoka. Du bist auf der Seite von Shoyoka. Du bist doch der Ally und der Feminist. Und er ist der Antifeminist. Warum machst du das? Ja, dass er das macht, das können wir uns doch erklären. Aber du? Da kommst du halt nicht raus. Also, du triffst die Entscheidung, die Videos zu machen. Ja, ja, safe. Ich finde es aber auch okay. So, mich interessiert das ja nicht. Aber du sagst ja die ganze Zeit, ja, Kampagne und Shoyoka. Also, du willst das so, ja, bei Feminismus oder sowas, dann solltest du sozusagen darauf hören. Ja, einfach, weil du eher auf der Seite von Shoyoka stehst als ich auf jeden Fall. Du verteidigst sie ja. Und wenn sie dann sagt, verteidige mich bitte nicht, dann erwarte ich ja eigentlich von Freunden auf der gleichen Seite zu sagen, ja, okay, ich höre drauf und lass es einfach. Ja, wenn es Sinn macht. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht funktioniert eben das Internet so nicht, dass man dann, also wie gesagt, du machst das ja einfach immer weiter. Ja, wir können dann das Thema zumachen, so, also das Einzige, was ich ja dazu sagen kann, ich kann es ja nur machen, wenn ihr mir Content gebt. Also, wie gesagt, die letzten fünf, sechs Videos zu Shoyoka wären alle nicht gekommen. Also, Tim, du kannst, also das Schöne ist ja, oder das Interessante ist ja wirklich, dass du es schaffst, häufig aus allem irgendwo Content zu ziehen. Und, ähm, dass das halt auch anscheinend für dich... Eigentlich zieht KuchenTV nur Content aus dummen Menschen. Funktioniert. Das ist, äh, ne, so wie das, wie aktuell die... Aus dummen Menschen nur Doppelmoral. KuchenTV ist, äh, äh, das Ministerium für Dummheit und Doppelmoral. Ja. ...Gegebenheiten sind. Und, äh, wie gesagt, aus unserer Sicht ist es halt einfach so, dass du sowieso deine Videos da produzierst. Ähm, und auch Shoyoka thematisierst. Und deshalb finde ich das halt grundsätzlich halt albern. Also, höchstens, äh, wie gesagt, ne, man... Okay, also, bei es eh mache ist dann egal, was Shoyoka sagt. Wie bitte? Wenn es eh mache ist, egal, was Shoyoka sagt. Ja, ne, man versucht das natürlich, das Ganze irgendwo, ich sag mal, abzuwägen und, äh, äh, möglich... Mein Gott, ist es so schwer zu sagen, wir missbrauchen sie für unsere politischen Zwecke. Ist das so schwer, das auszusprechen? Ja, ist es, weil ihr euch als die Guten darstellt. Siehst du? Und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, die Linken sollten aufhören, sich als die Guten darzustellen. Ja, ihr verbaut euch einfach Chancen zu sagen, wir sind Arschlöcher. Es ist einfach, äh, ihr steht euch selbst die Weg. Es ist, äh, gering zu halten. Es wäre viel leichter einfach, wenn ihr die Freiheit hättet, zu sagen, dass ihr Arschlöcher seid. Ihr würdet viel weiterkommen, ne, aber... Ja, also ich glaube, in der Reaktion, wo ich meine... Es geht es auch darum, zu erklären, warum zum Beispiel, ähm, ja, der Kontext von dem Ganzen zu erklären. Also beispielsweise auch, äh, dass man, äh, Shuyoka zu thematisieren, weil es eben auch ein Phänomen ist, was ja, ne, mit Gamergate und so weiter schon mal aufgetaucht ist. Ähm, äh, ne, so, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die das am Ende thematisieren, sondern es gibt auch die ein oder andere Presse, äh, die das Ganze aufgegriffen hat oder aufgreifen wird. Und, äh... Okay, wenn's einer macht, kann's, könnt's ja dann auch machen. Und natürlich kann sie sich da wünschen, dass man, äh, das Ganze, äh, nicht aufgreift, aber am Ende des Tages ist es halt, äh, ich sag mal, höher als sie erst mal als Person. Weil, wie gesagt, sie ist halt da die Projektionsfläche. Am Ende des Tages ist halt eben alles, was gegen, ist, ähm, sozusagen dieser Hass gegen Schilker, der trifft eben auch andere, die mit ihr in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise die irgendwo, ähm, assoziiert werden mit ihrem politischen Tun. Und halt eben auch ihre politische Wirksamkeit selber wird dadurch halt eben schwächer, was natürlich dann wieder andere politische Wirksamkeiten von zum Beispiel rechts stärkt. Ja, aber es ist jetzt besser nach der Reaction, weil es ist ja eigentlich eher schlechter, weil mein Video hat ja auch wieder über 200.000 Aufrufe. Ja, wie gesagt, die kannst du ja machen, wie du willst. Also du kannst ja auch wirklich, ähm, fünf, sechs Mal die Woche Ja, aber du hast ja dann geschadet. Wenn du sagst, wenn ich es nicht bin, kannst du halt immer noch irgendwas anderes finden, was genau das Gleiche macht. Also, das kommt einfach nur auf deinen Arbeitspensum an. Deswegen, das ist alles kein Argument. Also ich kenne tatsächlich nur euch drei aus der Bubble sonst noch. Also so ein Dekadent oder so macht ja dazu gar nichts, ne? Also ich kenne nur dich, Kürt-Schoyang-Feldsalat. Ja, wie gesagt, das ist, äh... Uh, Kuchen und Dave links, der Mitte, scheiß Name an dieser Stelle. Uh, die zwei muss man aneinander, äh, heften. Aber ich glaube, Dave hätte zu viel Respekt. Man hat ja schon bei Dave gesehen, wo er Kianosch gegenüber gestanden hat, wie er angefangen hat zu kichern. Ja. Dein... Uh, hallo Kianosch. Helm richten. Ui, das ist einfach so toll, dass du mit mir redest. Ich bin zwar ein großer Antifaschist und nenne jeden Verschwörungs-Synologe, wenn ich eine Tastatur in der Hand habe, aber jetzt, wo ich dir persönlich begegnet bin, huu, bin ich ziemlich aufgeregt, Bro. Da wird ziemlich heiß und hell. Dein Ding. Also du kannst halt da, also selbst wenn niemand von uns noch was machen würde, würdest du trotzdem irgendwo wieder was finden, was du aufgreifen kannst. Uh, weißt du nicht. In letzter Zeit ist ruhig geworden, okay, aber wie gesagt, nehmen wir uns zusammen. Wie gesagt, also ich kann dir, ich kann dir halt, also, come on. Da wirst du schon die Aufhänger finden. Ja, ich denke, dass wir uns hier im Kreis drehen. Ich weiß nicht, ein anderer, du hast ja auch gesagt, dass sie eine Projektionsfläche ist. Also es geht ja nicht um Shuyoka selber, sondern anscheinend projizieren wir einfach unseren Hass auf sie. Da könntest du ja sagen, was genau jetzt der Hass ist, den wir einfach loswerden wollen, als Alpha Mates hier im KuchenTV-Chat. Ja, wie viele von deinen Fans jetzt Hass verspüren oder wie viel Hass du verspürst oder sowas, kann ich natürlich niemals messen oder dir sagen. Es gibt keinen Hass unter seinen Fans. Seine Fans sind einfach wirklich buchstäblich überwiegend einfach ganz normale Menschen. Okay, ganz normale Menschen, die einfach Spaß haben wollen, die einfach chillen, aber wenn sie einfach sehen, dass jemand einfach ein vollkommen verblödeter Wichser ist, dann denken sie sich, Alter, was ist mit dem los? Ja, dass die jetzt nicht irgendwie tief da gebildet sind oder zu tief da irgendwo in irgendwelche philosophischen und politischen Theorien da reingehen und Bücher darüber lesen, ist klar, aber das macht sie nicht dumm oder das macht sie auch nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie Hass erfüllt oder irgendwie Nazis oder irgendeinen Scheiß. Keine Ahnung, das sind normale Leute halt, wie wir alle, die einfach Spaß haben wollen und die einfach sich gerne KuchenTV anschauen, weil er halt lustig ist und weil es immer irgendwas Interessantes um ihn herum gibt und that's it. Mehr ist da nicht. Etwas anderes ist, keine Ahnung, es gibt andere Rechte-Bubbles und so weiter, bei denen das anders ist. Da ist das anders. Dort hast du einfach ganz klar, das wirst du auch entdecken, dort hast du einfach einen ganz klaren Hass auf Migranten zum Beispiel oder so. Das ist was anderes. Aber bei KuchenTV diese Leute zu vermuten, ist einfach lächerlich. Aber das ist dieses, wenn man einfach nur im Internet lebt und dann sagt man, es gibt nur die Rechten und es gibt einfach nur die Linken und dann jeder, der nicht auf unserer Seite ist, ist eigentlich ein Nazi. Ja, okay, aber das ist dumm halt. Selbstverständlich, wenn du politischen Aktivismus im Internet machst, vor allem wenn du dich für Queerfeminismus einsetzt, dann wird das immer dazu führen, dass du gerade im Internet sehr viele Feinde einfach hast. Das ist eben etwas, was in Deutschland so ist, genauso im englischsprachigen Raum. Aber es geht ja um mich, und wie gesagt, Gamergate ist ja so ein, da einfach das Ding, was vor 2015 oder was aufkam und seitdem halt auch gut ist. Das ist das, das ist das. Jetzt versucht er seine, sein ideologisches, sein ideologisches Konstruktrecht zu fertigen und zu erklären, welcher Macht er eigentlich dient. Er kann überhaupt gar nicht mehr mit ihm wie ein normaler Mensch reden. KuchenTV ist einfach ein ganz normaler Mensch, der einfach da sitzt und einfach sagt, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Und er ist dann so, ja, du verstehst nicht. Es gibt einfach diese Pfeiler, auf denen die Ideologie steht. Und du, du bist einfach ein Teil dieser Ideologie, aber auf der anderen Seite und bla bla bla. Weißt du, so. Du erforscht es, dieses Phänomen, weil, ne, oder auch die ganze, warum so ein Andrew Tate zum Beispiel durchgestartet ist. So ein Andrew Tate. Also genau das Thema eben Antifeminismus oder Sexismus, ist halt einfach ein Ding des Internets. Nein, Andrew Tate ist nicht wegen Sexismus und Antifeminismus durchgestartet, sondern Andrew Tate ist durchgestartet, weil es sehr viele Männer in dieser Gesellschaft gibt, die einfach abgehängt wurden und die Schnauze voll davon haben. Und es gibt einfach einen, der sagt, verzweifelt nicht kämpft. Das ist der Punkt. Und nicht wegen Antifeminismus. Das ist nicht der Punkt, warum sie abgeholt werden. Das ist einfach so unterkomplex und so ein Bullshit. Aber was projiziere ich auf Shuyoka? Nur dass sich das Ganze dann sozusagen aufgreifst. Was projiziere ich auf Shuyoka? Wenn du gegen sie gehst, sie steht eben für bestimmte politische Positionen, dann ist das natürlich die Gelegenheit für noch weitere Akteure, da mit auf den Zug mit aufzuspringen. Aber niemand greift Shuyoka wegen ihren politischen Positionen an. Sie greifen Shuyoka an, weil sie Unterstellungen gegenüber Dritten macht, die absolute Scheiße sind, die auf nichts drauf basieren, ohne Beweise. Das ist der Punkt, den sie Shuyoka vorwerfen. Sie werfen Shuyoka vor, dass sie einfach dann, wenn sie das gemacht hat, nicht einfach sagt, ja okay, tut mir leid, habe es da, der ist falsch in Erinnerung, sondern einfach, wie man weitergeht. Das ist das Problem, was man Shuyoka vorwirft. Ihr habt sie zu einer politischen Galleonsfigur gemacht, die sie jetzt angreifen, aber es geht niemandem außer euch, geht es um politische Interessen in dieser Sache. Wie gesagt, die Rechten sind nicht mal beteiligt an diesem Scheiß. Sie sind da nicht mal drinnen in diesem Spiel. Die äußern sich nicht mal dazu. Was ich, wie gesagt, nicht verstehe, aber gut, so ist das. Mojito Calibre, danke für die Gegifteten. Dankeschön. Natürlich auch so Communities und so weiter anzuhalten. Das war gar nicht auf mich bezogen, jetzt war es so. Alle ein bisschen besser als gegen andere Personen. Naja, ich weiß nicht, das ist ja so. Ja, ja, in dem Ausschnitt Filme unterstellen ist eine politische Position. Die sitzen im Bundestag gleich zwischen FDP und AfD. Das motiviert dich natürlich dann eventuell weitere Videos zu produzieren, anstatt jetzt über eine andere Person oder wenn es um ein anderes Thema geht. Ja gut, was du ja auch gesagt hast, ich glaube auch in der Reaction, dass ich ja die Videos gegen Shoyoka auch nur mache, weil sie eine Frau ist. Weil du hast irgendwann auf jeden Fall erzählt, Kirchow weiß das schon, er versucht andere davon zu überzeugen. Dann drückst du das dann immer so absolut aus, das mache ich halt nicht, sondern ich spreche halt wenn dann immer nur von Wahrscheinlichkeiten, weil ich kann halt nie irgendwas zu absolut belegen. Also ich kann das auch kurz raussuchen lassen. Du hast ganz klar gesagt, bei Kirchow, der weiß schon, dass du die Videos nur machst, weil sie eine Frau ist. Der versucht andere davon zu überzeugen. Das hast du genau so gesagt. Ja, ja, das hat Kirchow, das glauben sie alle. Das glauben sie alle, weil sie sagen das einfach deswegen. Ja, sie sagen das einfach deswegen. Ja, und dann geht es einfach so los. Nee, also wenn, dann geht es immer darum, dass es da um Wahrscheinlichkeiten geht. Das heißt, eine Frau ist erstmal nicht so wichtig, sondern erstmal, dass sie sich vor allem für Frauenrechte einsetzt. Oder eben generell für Queerfeminismus. Das ist erstmal das Allerwichtigste, weswegen sie jetzt eher angegangen wird als andere Personen. Und das sind dann verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Aber glaubst du jetzt, dass ich nur die Videos mache, weil sie sich für Feminismus einsetzt? Oder meinst du, dass sie generell mehr gehatet wird dafür? Ja, also generell erlebst du dann mehr Hass. Das ist, wie es ist im Internet. Okay, ja, weil, wie gesagt, also du hast in dem Talk halt mehrmals gesagt, dass ich die Videos gegen sie mache, weil sie eine Frau ist. Das habe ich ja gewundert. Aber jetzt ist es ja auch dann wieder überraschend. Nee, also wie gesagt, die Videos machst du, weil die besser funktionieren als jetzt andere Videos. Kann sein, dass es ein bisschen abgeflacht ist. Kann sein, dass die Klickzahlen jetzt inzwischen schlechter sind. und du vielleicht da andere Themen angreißt. Kann auch sein, dass dich das gelangweilt hat. Was weiß ich was alles. Aber erst mal, dass es überhaupt diese Hetzkampagne gegen die eine Person vor allem gab und dann eben auch rein zufällig gegen ihre Kollegen, die sich für... Das haben unsere Feinde von der jüdischen Volksfront gemacht. ...die Werte einsetzt, ist bezeichnet. Diese Hetzkampagne gab es jetzt nicht gegen irgendwen, der das Programm der FDP vertritt oder gegen irgend so einen AfD-Vertreter oder sowas, sondern es gab diese Kampagne gegen jemanden, die sich für queerfeministische Positionen... Nein, es gab diese Kampagne gegen jemanden, der einen Preis bekommen hat, weil er offensichtlich oder nicht offensichtlich, zumindest vermuten das alle, dass sie diesen Preis nur deswegen bekommen hat, weil sie instrumentalisiert wird von irgendwelchen woken politischen Agendas der progressiven Kapitalisten. Der progressive kapitalistische Mainstream hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, die ist doch gut, geben wir der doch einen Preis, die ist doch cool, mit der können wir uns schmücken, das ist doch gut, hey, da zeigen wir, wie wichtig uns auch so Wokeness ist und nicht einfach, weil sie eine gute Gamerin ist. Das ist, was man vermutet und das ist das Problem und da geht man nicht gegen eine Gamerin und gegen Wokeness, sondern gegen Unfairness, gegen, nein, ich will nicht Korruption sagen, aber so empfinden es sehr viele. das ist, wogegen die gehen, weißt du? ... stark macht und eben andere linke Werte, aber eben vor allem das und das ist eben etwas, durch die Bank weg, können wir das beobachten, dass diverse politische Akteure gerade da das Ganze aufgreifen, dass halt teilweise... teilweise... Ja, und das ist einfach dieser Kampf, in dem er lebt, ja, übrigens der gleiche Kampf, in dem auch Pseudorechte leben, ja, umgekehrt auf der anderen Seite. Es ist dieser Kampf, in dem er lebt, einfach so, oh, die anderen Seite, oh, die wird einfach irgendetwas machen, dabei merkt man gar nicht, dass man selber die andere Seite ist, bitte, einfach so los. ... lagerübergreifend, Antifeminismus immer wieder so ein Thema ist. Ja, da kannst du halt auch Leute, also, ne, gibt ja auch diverse YouTuber, die dann teilweise eher für die Grünen sprechen, für jetzt die neue Sarah-Wagenknecht-Partei oder eben für die FDP oder und so weiter und trotzdem aber bei dem Thema Antifeminismus alle dabei sind. Was für ein Antifeminismus? Wenn Feminismus plötzlich einfach zu einem Aushängeschild des Kapitalismus wird, dann sind die, die gegen diesen Pseudo-Feminismus sind, die eigentlichen Linken und nicht diese, die sich einfach damit solidarisieren, mit den ganzen kapitalistischen Firmen, die einen auf Feministen tun. So wie ihr und eure linksradikale Bubble. Egal. Und dann eben auch da. Aber glaubst du nicht, dass die auch so ein bisschen selber dran schuld sind, dass sie so zur Zielscheibe geworden sind? Also ich kenne zum Beispiel keinen, keiner der AfD-Werte vertritt auf Twitch, der so eine Reichweite hat beispielsweise. Also ich bin ja, politisch bin ich halt überhaupt nicht am Start so, ne, deswegen, Schöker Freiraumre kenne ich halt ja auch nicht wegen ihren politischen Inhalten, sondern weil die halt auf Twitch unterwegs sind und ich auch. Wenn es jetzt ein AfD-Politiker gibt, Ja, aber Kuchen, du verstehst nicht, du wirst von die Nazis instrumentalisiert. Es gibt mit 2000 Zuschauern im Durchschnitt, hätte ich wahrscheinlich auch schon ein Video gegen den gemacht. Vielleicht kennst du ja einen, dann gib mir das gerne, dann kann ich da mal gucken. Haben wir inzwischen, ich glaube, fünf Kanäle. Weil das ist im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, ja, diese Pseudolinken und die Pseudorechten, sie haben eine Sache gemeinsam, nämlich sie beide instrumentalisieren Menschen. Und deswegen sind sie ja auch die Ersten, die dir sagen werden, hey, du wirst von den Rechten instrumentalisiert, hey, du wirst von den Linken instrumentalisieren. Weil es für sie selbstverständlich in ihrem Kopf ist, dass man Leute instrumentalisiert, sie können ja gar nicht anders. Ja, da sind sie sich vollkommen gleich. Das ihnen eben, und das ist, was ich vorher gemeint habe, wenn du einfach in diesem Politwahnsinn drinnen bist und Menschen, die einfach gar nichts mehr bedeuten, sondern einfach nur ein Werkzeug sind dafür, damit du das erreichst, was du eigentlich haben möchtest. Und da sind sie sich diese Pseudorechten und Pseudolinken und die Rechten vollkommen gleich. Und übrigens, weil immer wieder die Frage kommt, was sind Pseudolinke, was sind Pseudorechte, hat auch Dara nach dem Gespräch geredet. Pseudorechte, es ist ganz einfach, Pseudorechte sind, also echte Rechte sind die Kapitalisten und die ganzen Eliten, die die Macht haben. Pseudorechte sind Leute, die in ihrem Interesse handeln, obwohl sie eigentlich gegen sie kämpfen sollten und die sehr gerne Stiefel lutschen. Das sind Pseudorechte. Leute, die eigentlich zu den Unterdrückten gehören, aber die Herrscher feiern und in ihrem Interesse handeln und sich für sie einsetzen und sie rechtfertigen. Das sind Pseudorechte. Ganz einfach, ganz einfach. Sehr einfaches Prinzip, nicht schwer zu verstehen. Und trotzdem schaffen es viele, es nicht zu verstehen. Er wollte es nur mal schnell erklären, weil ich glaube, dass das gut ist. Und Bibeltreue Katze hat das sehr gut gepostet auf Twitter. Sehr gute Definition, hat gesagt, Pseudorechte sind die Stiefel lecker, welche das System, welches sie unterdrückt, verteidigen. Echte Rechte tragen die Stiefel. Nichts mehr hinzuzufügen, genau das ist der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Emotionales Gatekeeping bei beiden Seiten, ja, ja, klar natürlich, weil sie ja höhere Ziele haben und wir einfach nur Bauern auf dem Schachbrett sind. Gag, z, gags, danke dir für den dritten. Dankeschön. ...gefunden, die alle, vor allem Werbung... Die Frage ist, was soll ein Pseudo-Woke sein? Schau mal, jedes Mal, wenn du Pseudo, wenn ich Pseudo für etwas tue, dann ist es eine Gruppe, die von Kapitalisten ausgenutzt wird. Okay? Es ist ganz einfach. Vogue ist, wenn du dich für Menschen einsetzt, wenn du dich für Gerechtigkeit einsetzt, wenn du dich gegen Rassismus einsetzt. Pseudo-Vogue ist, wenn Kapitalisten diese Bewegung kapern für ihre Interessen. Rechte, Pseudo-Rechte, Pseudo-Linke, Pseudo hat, Pseudo-Wissenschaft, Pseudo-Bildung, Pseudo-Pseudo-Pseudo hat immer etwas damit zu tun, dass der Kapitalismus das unterwandert hat und der einzige Grund, warum das Ding noch existiert, ist, weil Profite damit gemacht werden. Ja? So sieht es aus. Chris, danke dir. Dankeschön. ... für die AfD machen und alle mehr Klicks haben als du. Bei weitem. Kenne ich alle nicht tatsächlich, lustigerweise. Ja, genau, das ist auch. Ja, du sagst, Bro bastelt sich seine eigene Pseudo-Philosophie zusammen. Du kannst darüber reden, was du willst. Ich schreibe gerade ein Buch darüber. Nur, dass du es weißt. Die vorher auch nicht, bis wir die gesucht haben. Aber da gibt es diverse Kanäle mit dem dämlichsten Content, den du dir vorstellen kannst. Da macht jemand seine Kamera an, seine Handy-Kamera, spricht da acht Minuten lang rein und hat dann 200.000 Klicks oder so pro Video, lädt dann drei solcher Videos pro Tag hoch und hat dann 16.000.000 Klicks im Monat oder so. Ja, schick mir das gerne. Das ist ja wirklich geschenkter Content. Also, den nehme ich auch gerne mit auf jeden Fall. Also, ich kann dir sehr gerne da die Liste geben und dann viel Spaß damit. Aber, ja, das ist halt eben und, ne, also, an dämliche Sachen sagen die ohne Ende. Also, wenn das dein Kriterium ist, wann du jemanden aufgreifst, dann... Ja, es muss einfach dumm sein, ne? Und wenn die auch sagen, du musst, dann mache ich ein Video. Zu mir ist egal. Das ist geil. Es muss einfach dumm sein. Da mache ich ein Video darüber. Ja, da gibt es sehr viele dumme Sachen bei den Rechten, aber die möchte er nicht machen, weil leider es zu viele Leute auf der Seite gibt von Dara und Co., die dann Kuchen einfach vorwerfen würden, dass er diesen dummen Rechten, die er zum Beispiel auseinander nimmt, dass er denen Plattform bietet. Weißt du, das ist der Punkt. Das heißt, wenn er mal irgendwie diese Wachhunde von dieser Seite der Raismus, wenn die mal aufhören würden, Leute zu canceln, die sich lustig machen über Rechte und nicht sagen würden, hey, du verteilst eigentlich in Wirklichkeit nur ihre Inhalte und gibst ihnen Reichweite, würde Kuchen sich vielleicht sogar über die lustig machen. Und das hätten sie eigentlich auch verdient. Ich fände das irgendwie super, wenn diese Bubble mal auf die rechten Bubbles aufmerksam wird, so wie es auf die Woken Bubbles aufmerksam geworden ist und sich mal damit auseinanderzusetzen. Das würde ich sehr feiern, weil eigentlich die Punkte, die da drüben herumschwirren, auch zu einem gewissen Grad wirklich das große Potenzial haben, ausgeschlachtet zu werden von KuchenTV und von der Mitte der Gesellschaft und weil sie teilweise auch sehr, sehr dumm sind, aber sehr unterhaltsam. Ja, also da gibt es genug Inhalt, sage ich mal. Bruder Beist hat einfach fünf reingehaut. Danke, Schnucki, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Rollo, auch dir. Dankeschön. Und Jules Cloud, danke dir. Vielen Dank. Dankeschön, auch ein Herz hier an dich. Vielen Dank für den Support euch allen. Danke vielmals. Was sie sich einsetzen oder was nicht. Ja, dann schicke ich dir später in Discord, versprochen. Ja, perfekt. Aber das ist halt eben deswegen, dass du die halt noch nicht mal bemerkt hast. Klar, haben wir halt auch eine ganze Weile nicht, beziehungsweise nicht so, wir kannten die Akteure, aber wir wussten nicht, wie erfolgreich die sind. Das sind auch Leute, die sind mit ihrem Gesicht zu sehen. Ganz oft sind das Menschen, die früher ganz anderen Content gemacht haben, die dann irgendwie Aktien oder für Bitcoin oder Dating, Fitness, solche Videos produziert haben und dann anscheinend während der Pandemie sind sie dann halt alle komplett abgeschwurbelt und jetzt machen sie halt nur noch Content für, oder beziehungsweise pro AfD Content und alles, was die AfD-Thesen sind. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann kannst du mir das gerne senden. Ja, so ein anderer Punkt, der mich auf jeden Fall interessiert hat, weil in keinem Stream, also du erwähnst immer, dass ich konservativ sein soll oder rechts, ich weiß nicht, das switcht immer so ein bisschen hin und her. Ja, nicht immer, aber ich hab dich mal so eingeschätzt. Ich glaub hier in Stay und Karl. Ja, das war auch im letzten Video. Im letzten Video hast du auch schon gesagt konservativ wieder. Ja, genau. Wie kommst du da drauf? Ähm, ja, zum Beispiel Stay und Karl haben dich ja auch so in, ne, so FDP und so weiter verortet, einfach von der Einstellung her, nicht unbedingt von, was du wählst. Ja, weil ich will ja nicht wissen, was die gesagt haben, sondern wie du darauf kommst. Ja, aber das ist halt so gut, weil das wäre halt auch eben ein Thema. Ja, aber ich möchte jetzt wirklich erst einmal wissen, warum ich konservativ sein möchte. Danach reden wir über alles, was du willst, aber der Punkt ist mir wirklich wichtig, weil du das in acht Streams oder sowas gesagt hast und du hast ja selber in der letzten Reaction irgendwie gesagt, dass ihr ja Leute nicht nach einem politischen Punkt einordnet, ne? Da war ja das Beispiel mit Monte, dass du sagst, ja, man kann ja nicht sagen, ist der links oder rechts, nur weil er da einen politischen Take mal gebracht hat. Und wenn du halt sagst, dass ich schon konservativ bin, dann muss es ja dann schon viele Beispiele dafür geben, warum ich das sein soll. Also ich verstehe es wirklich nicht, weil ich halt nicht konservativ bin einfach und da würde mich mal interessieren, was für Argumente du dafür hast. Vielleicht fällt mir auch irgendwas nicht auf, was ich in Videos mal gesagt habe, beispielsweise, ne? Das kann ja auch sein dann. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Alrekir, danke für die zwölf Euronen, sagt, nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt. Ja, das hat schon Jesus auch gesagt, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und ich glaube, die Regierung hat daraus verstanden, an ihren Daten sollt ihr sie erkennen und dann hat sie so fette Überwachungsaktionen gestartet. Und tatsächlich, an unseren Daten können wir sehr gut erkannt werden. Mittlerweile haben sie mehr Daten über uns, als unsere Eltern über uns wissen. Aber ja, so ist das. So ist das. Ja, aber das mit dem Lippenbekenntnis, das packt ja Kirschow gerne aus. Das wird, glaube ich, auch Dara sagen, wo ich da war, hat er das gesagt. Aber vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, aber sie kommen sehr oft damit, wenn du ihnen sagst, hey, schau mal, ich bin eh für Transpersonen, für ihre Freiheit oder irgendwas. Dann kommen sie, ja, das ist ein Lippenbekenntnis. Es gibt nur Lippenbekenntnisse, alles ein Lippenbekenntnis. Es ist einfach, was sie noch verwenden. Danke dir, Alrek, hier für zwölf Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ja, also konservativ bedeutet in der Ich weiß, was das heißt. Gut, aber vielleicht wissen Sie. Na komm, was bedeutet konservativ? Ich will es wissen. Ich habe keine Ahnung, bitte Dara erklär es mir. Wissen es jetzt deine Zuschauer nicht oder vielleicht wissen es jetzt meine Zuschauer nicht, aber konservativ bedeutet in der Regel, dass man natürlich den Status Quo verteidigt in Deutschland. Ordnen wir das in der Mitte ein, nicht unbedingt so leicht nach rechts tendierend, jetzt nicht weit weg von einem Nazi, aber immer noch irgendwo so ein bisschen nach rechts tendierend bei bestimmten Positionen und natürlich machen wir das nicht anhand von einem Satz, den du gesagt hast, wenn wir so eine Einordnung bringen, sondern eben von diversen politischen Positionen oder beziehungsweise Die sind eine Sekte, er hat das zugegeben. von einer bestimmten Strategie oder eben, dass du jetzt von bestimmten Handlungen, die du vollziehst, wie du im Internet agierst. Jetzt muss er Schittert finden, jetzt muss er Schittert finden. Pass auf, jetzt fängt er schon an zu rusten, damit er Zeit hat da zu denken. Klar, du machst das natürlich in deinen Videos dann immer so, du nimmst dann meistens immer so. Sag mal, aber wenn er das so mag, kotzt er sich selber ein bisschen in den Mund, oder was ist der Punkt? Irgendwann kriegt das nur eine Reizung hier, vielleicht ist das der Reflux. Erklär das eine halbe Stunde, dann nimmst du einen Satz. Deswegen sind wir ja hier. Nur weil ich das gesagt habe, deshalb bin ich jetzt irgendwie konservativ. Jetzt kannst du es mir erklären. Konservativ nochmal bedeutet vor allem man verteidigt Hierarchien und damit geht halt auch eine bestimmte Einstellung einher. Das heißt, dass ich zum Beispiel so dieses Ganze, ich gehe mit anderen in den Kampf oder ich habe so eine Einstellung von dem Recht des Stärkeren, dass man das Ganze so eventuell bevorzugt. Das sieht man dann bei dir, dass du dann dir denkst, okay, wenn ich jetzt einfach mehr... Was ist, wenn der progressive Kapitalismus kommt und sagt, dass man die ganze Arbeiterschaft diversifizieren muss und deswegen für Arbeiter nachteilige Sachen macht und so die Hierarchie mit Progressivismus vergrößert, aber die Leute, die dagegen sind, eigentlich die Dinge bewahren wollen, wie sie sind und diejenigen, die konservativ sind, aber sie kämpfen eigentlich in Wirklichkeit dafür, dass es nicht schlimmer wird. Was ist dann? Wenn ich mehr Reichweite habe als jemand anderen und den anderen sozusagen dann niedermachen kann mit meinen Videos, dann ist das halt einfach, wie es ist und sonst sollen die das mit mir machen. Das ist natürlich etwas so, kann man hinterfragen, weil jetzt jemand, der, also demokratische Handlung ist, ist es jetzt nicht. Da versucht man dann eher auf, dass man so Ausgleich und Gleichberechtigung zu gehen und natürlich nicht der eine, der viel mächtiger ist, dass man dann mit aller Macht sozusagen nach oben boxt. Also weil ich halt Videos mache gegen Leute, die weniger Reichweite haben, bin ich direkt konservativ. Also das ist ein Punkt, warum ich konservativ bin. Nein, nein, nein. Wie gesagt, die Art und Weise der Videos, dass du eben vor allem eben auch gerade diesen Beef-Content und so weiter machst. Ja, aber den mache ich konservativ ist mein Beef. Doch auch gegen größere. Ja, genau. Ja, aber das hat ja da nichts mehr nach unten gekommen. Nein, nein, wie gesagt, da zählt halt sozusagen in Anführungszeichen das rechte Stärkeren. Das heißt, für dich gilt halt einfach so, wer am Ende, ich sag mal, mehr Power aufbringen kann, hat am Ende vielleicht gewonnen. Und natürlich geht das Ja, das rechte Stärkeren. Ja, das rechte Stärkeren durchdrücken wollen ist eigentlich in Wirklichkeit rechts. Ja, aber KuchenTV macht einfach Videos über Idioten. Eurocreme. Das passt halt nicht ganz zusammen, hat er schon gesagt. Euro an Bezos vorbei. Muss mal wieder Danke sagen, dass du der Vernunft hier eine Stimme gibst. Tolle Community. Liebe geht raus an euch alle. Ich hoffe, ihr verbreitet sie. Herz. Danke, Bruder Smoky. Kreis ist eine tolle Community. Du bist ein Teil davon. Ganz viel Liebe an dich. Danke vielmals für den Support, Brudi. Umarmung. Dankeschön. Ich bin die Stimme der Vernunft. Ja, ich versuche es zu sein. Aber es ist schwer, Wallachy, die machen uns zu Sklaven. Ich schwöre. Ja, danke vielmals, Smoky. Dankeschön. Danke, danke. Vielen Dank für den Support. Danke euch allen. Dankeschön. Ich finde, wer die besseren Argumente bringt. Aber allein, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich gehe dann gegen den einen, der 150 Viewer bei Twitch irgendwo hast, allein darüber ein Video machst, ist halt schon, ich sag mal, natürlich so etwas, da brauchst du ein bestimmtes Mindset für. Und ja, es ist die fucking beste Community, die es hier gibt. Und diese Community hier besteht aus Konservativen, aus Progressiven, aus ja, Pseudorechten und Pseudolinken. Alle sind hier willkommen und wir diskutieren alle miteinander und ich finde das echt geil. Ich finde das sehr gut. Ja. Ob man das irgendwann mal erleben darf, dass Dara nur einmal irgendwann sagt, dass er sich irgendwo inkorrekt geäußert hat, ich will das nicht spoilern. Aber ich habe gestern auch gesehen, was Kuchen nach dem Gespräch gesagt hat oder beziehungsweise am Ende des Gesprächs hat er zu ihm gesagt, hey, du hättest zumindest einmal irgendwas einsehen können. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Überhaupt über dich bringen kannst. Nee, eigentlich nicht. Ah ja, apropos, und du sagst, dieses hellblaue Irgendwas passt nicht zu seinem Oberteil. Was trägt er da? Einen Aquaman Swimsuit? Nein, Dara hat früher mal so T-Shirts gehabt, wo er angefangen hat zu streamen. Ich sage euch, ich bin Dara-Experte. Ich bin absoluter fucking Dara-Experte. Ich beschäftige mich schon so fucking lange mit ihm. Dara hat da bei einem gewissen Zeitpunkt die alten T-Shirts, die er gehabt hat, irgendwas war mit denen und die Leute haben zu ihm gesagt, hey Dara, du brauchst neue T-Shirts, deine T-Shirts sind scheiße, aber ich weiß nicht mehr warum. Und dann ist Dara losgezogen und hat einfach T-Shirts eingekauft. Und das Lustige an dieser ganzen Nummer ist, dass er T-Shirts gekauft hat, so nach dem Motto, also für mich hat das so ausgeschaut, er ist einfach rausgegangen wie so ein Alien oder ein Roboter und hat sich einfach gedacht, das waren seine Hochglanz-Shirts, genau. Und er ist einfach rausgegangen, glaube ich, und hat sich einfach gedacht, ah, dieses T-Shirt ist mit Robotern, das mögen die Leute, hier ist Star Wars drauf, oh ja, darauf stehen die Leute, ich werde mir jetzt T-Shirts anziehen, die einfach Motive haben, die Leute mögen, gibt es ein T-Shirt mit Kätzchen, weißt du? Und ich glaube, so hat er einfach seine fucking T-Shirts zusammengekauft. Und dann sitzt er einfach da, den ganzen Sommer über, mit so, Dara, mit verschiedenen T-Shirts, die einfach so die weirdesten fucking Motive haben und die extrem glitzern und so bunt sind. Und ich glaube, er wollte damit die Zuschauer, ey, es geht immer nur um Reichweite, vergiss es. Es geht ihm immer nur um fucking Reichweite. Für Subs mache ich alles. Ja, man, absolut, verstehst du? So funktioniert die Geschichte. Ich habe dann nur das Gefühl, das sind dumme Aussagen und da kann man ein super Video zu machen und ich weiß, dass es Reichweite zieht. Das hat ja nichts mit nach unten oder nach, also das hat ja erstmal nichts mit konservativ sein zu tun so. Hä? Es hat doch nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Reichweite ist konservativ. Ob ich jetzt Videos gegen Leute mache, die Millionen Abonnenten haben oder Leute, die zehn Abonnenten haben. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Karim, danke schön. So, ich bin ja Pädagoge und früher war es zum Beispiel so, wenn du dann, wenn irgendwer Mobbing erlebt hat in der Schule, dann gab es da sozusagen die konservative Einstellung, ja, wenn das halt mit denen passiert, ja, Pech gehabt. Das ist halt einfach, wie es ist. Dann setz dich durch. Also, wenn du halt zu schwach bist, dann weißt du, wenn du dich aber doch... Ja, das ist Sozialdarwinismus, aber Sozialdarwinismus ist einfach nicht, wenn du Reichweite willst, weil sonst bist du auch Sozialdarwinist. Es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach, es ist einfach, nach der Regel könnte man nur auf Leute reagieren, die größer sind als man. selbst. Und was machst du dann, wenn du groß bist, dann, was tust du dann? Reagierst du immer nur auf dich selbst, oder was? Das ist wie Taylor Swift, Alter. Wenn du auch durchsetzen kannst, dann Glück gehabt, ne, so, what's, how it is, so, das ist halt die... Ja, wenn deine Thumbnails wollen gewinnen, ja, ja, das Herz deiner Mutter, ja. Die Ordnung der Welt. So, und dann war natürlich die progressive Position, nee, gegen Mobbing klären wir auf, wir gehen dagegen vor, wir versuchen, für einen Ausgleich zu sorgen, wir versuchen, schwächere vor stärkeren zu schützen. Reichweite ist der Sozialdemokratie, ja, Mann. Und, das will ich doch gar nicht. das ist eben, ich sag mal, survival of the fittest, eigentlich, Rehniko ist rein, survival of the fittest quasi, einfach, der steckst du übernimmt sozusagen. Ich bin nicht im Ansatz, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt... Survival of the fittest ist der angepasste, der nicht, der stärkste, aber ja, genau das impliziert er, Wenn du dir denkst, okay, Gesetzeslosigkeit, die drei, ne, im Internetbereich, sag ich halt, ne, das ist halt einfach nur, wie man die Influenz auseinandersetzt. Das ist jetzt nicht survival of the fittest hier, aber survival of the biggest influence, I don't know. Das ist ja am Ende des Tages, kann das natürlich Leute ziemlich stressen, wenn sie jetzt plötzlich, ne, also jetzt so ein, jemand, der 150 Viewer normalerweise hat und dann plötzlich wird ein Video über die Person gemacht und dann hat die Person zig Hassnachrichten auf allen möglichen Kanälen und selbst irgendwie die, das E-Mail-Postfach ist dann voll mit, boah, was bist du denn für ein Clown, ne, und so weiter, solchen sehr sinnvollen, konstruktiven, kritischen Nachrichten. Dann kann das die Person natürlich schon überfordern, wodurch sie sich dann denkt, okay, in Zukunft halte ich lieber die Fresse oder so. Ne, also dann. Vielleicht wäre das sinnvoll, wer weiß. Sag ich lieber nicht. Also ich nehme mal an, du meinst halt Young Fate-Salat oder so, ne, nehme ich mal an, jetzt bei 150 Viewer normalerweise. Nichts ist quasi so, sondern die konservative Einstellung ist, Mobbing nannte man früher, Hänseln und es hat verdammt nochmal den Charakter gefestigt. In der richtigen Welt sind auch nicht immer alle nett. Ja, genau. Ich glaube, Mobbing ist Mobbing. Mobbing gibt es. Auch früher gab es Mobbing. Hänseln ist jetzt aber genau, das ist das Problem, dass es einfach heutzutage dort hingeht, dass man schon normales Hänseln, normales Miteinander schon zu einer Gefahr und einer Unterdrückung und einer Mikroaggression erklärt. Ja, okay, das geht mir zu weit, das ist mir einfach too much und genau und diese Leute sind dann konservativ, weil sie wollen das bewahren. Die sagen, hey, wir waren normal irgendwann. Irgendwann waren wir fucking normal. Jetzt haben wir irgendwie angefangen, alle Leute anzugreifen und fertig zu machen, einfach nur deswegen, weil sie angeblich ungut sind und toxisch sind, aber in Wirklichkeit sind das einfach normale fucking Menschen, vor allem in Betracht auf diese Welt. Die Schneeflöckchen kommen nicht von ungefähr. Absolut. Schön ist das. Für was die Erklärung, dann ist doch hier alles Pseudo, du hast recht, aber nicht alles ist so klug. wie du zum Beispiel. Anna, danke dir vielmals für den 18. Dankeschön, vielen Dank, auch dir ein Herzi, danke dir für den Support. Dankeschön, danke Jan Philipp, danke Norborex für den 11. Vielen Dank. Mann, heute supportet ihr mich. Vielen, 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 vielen fucking Dank euch. Dankeschön. Jetzt echt nur so ein... Ja, oder Kirchow oder keine Ahnung wen. Ich weiß nicht, guck mal, das Ding ist ja, ich habe ja erst über die Videos gemacht, nachdem die über mich geredet haben. Und du kannst ja nicht über mich reden und meiner Meinung nach Halbverhalten oder Lügen zu verbreiten oder Dinge, die ich anders sehe und dann erwarten, dass ich nichts mache. Also ich habe ja das Recht, dann einfach zu antworten und ich habe ja auch das Recht, dazu zu antworten. Das ist ja meinungsfrei, dass ich auch meine Meinung halt frei sagen darf zu diesen Leuten. Ja, aber dann bist du konservativ. Warum sollte ich so, wenn die halt dann scheiße über mich labern, also dann sollen die sich nicht wundern, wenn eine Antwort kommt. Und ja, aber du machst das natürlich in deinem Meinung. Mann, ich würde so gerne einfach den Chat von Dara lesen, während diese ganze Sache abgeht, weil ich glaube, im Chat von Dara wird Dara von seinen eigenen Leuten fertig gemacht und angegriffen. Ich glaube, bei ihm im Chat läuft die ganze Zeit so, ja, anders heisst du davon, mit deinem Konservativen zu reden. Du hast dir einen Transferfeind eingeladen und gibst ihm jetzt Reichweite. Ich glaube, davon gibt es urviel im Chat und das macht das Leben für ihn auch nicht viel leichter, glaube ich. Das Blogger-Stil, du nimmst dir dann so zehn Sekunden hier, zwanzig Sekunden da. Ich reagiere aber auch komplett. Du kriegst gleich den Chat von nach dem Talk. Ah, ist das schon in Arbeit? Gibt es das schon? Kriege ich was da nach dem Gespräch geredet hat? Vor allem das über mich. Es würde mich sehr freuen. Warum? Machst du, framest das Ganze natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, machst das alles sehr emotional und so weiter und emotionalisiert. Und das ist natürlich dann, ein schlechter Umgang mit deiner Reichweitenverantwortung. Weil du dann natürlich dadurch eventuell das Ganze dazu führst, dass nicht die Leute sich ein objektives Bild von deren Haltung dir gegenüber gemacht haben, sondern dass sie eventuell, dass das Ganze, dass sie ein völlig falsches Bild oder ein viel aufgebauschteres Bild von der Person haben. Und dann kriegt die Person natürlich eventuell Hass ab, weil der gar nicht gerechtfertigt wäre. Ja, aber was hat das jetzt mit dann, also mit konservativ sein zu tun? Das ist ja eigentlich der Punkt, wo wir waren. Da sitzt einer von Deutschlands größten Streamern und er hat sich nicht mal vorbereitet. Es war doch klar, dass die Frage von wegen konservativ kommt. Und er zieht sich im Gespräch eine Antwort aus dem Po. Das ist respektlos. Gruß, Gretel. Danke, Gretel. Aber weißt du, was der Punkt ist? Er hätte sich nicht mal vorbereiten müssen. Er müsste einfach nur ehrlich sein. Er müsste einfach nur ehrlich sein. Das ist alles. Wenn Kuchen zu ihm sagt, du hast mich konservativ genannt, dann müsste er ihm sagen, ja, ich habe das Gefühl, du bist konservativ, aber ich weiß nicht, vielleicht stimmt das auch nicht, reden wir darüber. Und dann jetzt, wenn sie darüber reden, müsste er dann sagen, ja gut, okay, vielleicht habe ich da übertrieben mit dem Konservativ, okay. Ja, wahrscheinlich bist du nicht konservativ. Ja, vielleicht war ich da zu vorschnell mit deinem Urteil. Ja, und du kannst, du musst dich da an der Stelle überhaupt nicht irgendwie vorbereiten. Du musst einfach nur ehrlich sein und du musst einfach nur normal sein. Und dann ist alles gut. Ja, weißt du? Ich glaube, vorbereiten muss man sich nur, wenn man lügt und wenn man versucht, dir eine Scheiße durchzudrücken, die keinen Sinn ergibt. Die, eine progressive Position wäre nun mal, dass du, wenn du so ein Video machst, ein Antwortvideo auf irgendwie einen Young-Feld-Salat oder sowas, dann würdest du eventuell ein Video machen oder einfach nur ein Twitter-Statement. Hey, das fand ich nicht in Ordnung, dass er das über mich gesagt hat. Hier sind ein paar Punkte, die ich kritisiere und das sind meine Gegenargumente dagegen und das war es dann schon. Ja, aber das mache ich ja quasi. Nein. Ja, doch, ich zeige den Clip und sage dann was dazu. Also klar, man macht es natürlich ein bisschen unterhalten. Ich sitze da jetzt nicht so gelangweilt wie ein Politiker, sondern natürlich kommt man so ein bisschen so, Leute, was geht? Jetzt kommen wir zu einem neuen Video, aber das ist ja einfach unterhaltsam. Also das hat ja nichts mit konservativ zu tun, wenn man sagt, okay, ich, ja, wie soll man sagen, bin jetzt nicht so der Ruhige, sondern schon so ein bisschen, dass ich so aus mir rauskomme, sage ich mal, weißt du, dass man so ein bisschen nach vorne geht. Das hat ja nichts mit konservativ sein zu tun. Ja, aber, ne, also beispielsweise hast du keine Quellenverweise oder so und du gibst halt einfach so 10 Sekunden aus irgendeinem Stream wieder vielleicht vollkommen aus dem Kontext und wäre es zum Beispiel verantwortungsbewusst, wäre zum Beispiel, dass du den Menschen immer die Möglichkeit gibst, das Ganze dann auch zu überprüfen. Du könntest ja, hat Dara einen Quellenverweis dafür gegeben, woher er seine Definition von konservativ hat? dann auch aus deinem, aus deinem YouTube Uncut-Kanal könntest du ja zum Beispiel auch die, ne, die verschiedenen Timestamps wiedergeben und so weiter. Ne, so, dass Menschen das überprüfen können und dann ist es natürlich, ne, weil, ne, das, also können uns immer irgendwann mal gerne eine deiner, eins deiner Videos anschauen und dann kann ich dir genau sagen, wo das Ganze dann zum Beispiel zu reißerisch ist oder wo du eventuell, ja, ein bisschen an der Wahrheit vorbeigeframed hast und das ist natürlich dann sehr schwierig. Also würde jemand, ich sag mal, ein progressiver Mensch, der versucht auf jemanden zu antworten, würde das nicht so machen. Es hat doch nichts mit progressiv zu tun. Das ist so ein Schwachsinn einfach. Ein progressiver Mensch würde Quellen verwenden. Nein, Dara, Wissenschaftler verwenden Quellen. Okay? Wissenschaftler. Siehst du, Günni ist auch beim Kuchen im Chat sagt, Kuchen macht keine Quellen wegen ADHS, also ist Dara ableistisch. Das ist die Proletopia-Logik, das ist geil einfach. Oder nicht, ja, Progressive reagten nicht auf kleinere, Progressive haben Quellenverweise, Progressive denen, ja, also, die sind überhaupt, halten sich nur an die Wahrheit und sind genial und eigentlich von Gott gesegnet. Alle anderen sind Nazis. Wie gesagt, wenn ich keine Quellen angebe, bin ich konservativ oder was? Das war gerade ein Unterpunkt von dir, den du genannt hast, dass ich keine Quellenangabe habe. Nee, du kannst nicht immer so einen Punkt irgendwie rausnehmen und dann sagen, aber guck mal, du nennst drei Punkte, aber du kannst auch nicht behaupten, dass er etwas ist und dann keinen einzigen Punkt nennen. Ich meine, er hat damals buchstäblich gesagt, dass Kuchen konservativ ist, weil er Shurioka kritisiert. Weil, die Logik ist, alle gehen gegen Shurioka, weil sie in Wirklichkeit gegen Feminismus sind. Also wenn Kuchen gegen Shurioka geht, unterstützt er die, die gegen Feminismus sind und damit ist er Nazi. Also konservativ, ja. Echt fucking lost. Man muss doch über jeden Einzelnen diskutieren. Wenn du jetzt zehn Punkte nennst, wenn ich die zehn Punkte nenne und einer davon ist scheiße, natürlich darfst du den einen Punkt nennen. Ja, da müssen wir über die zehn Punkte reden. Da kannst du nicht dann, ne, das Ganze jetzt so framen. Natürlich kann man, natürlich muss man sich die einzelnen Punkte, wie soll ich denn drei Punkte gleichzeitig nennen? Ja. Natürlich müssen wir über jeden Einzelnen reden, hä? Ja, aber da musst du schon anders dran gehen. Du sagst, du sagst, Kleinangabe zu reißerisch und noch irgendwas anderes. Wie soll ich denn da auf einmal drauf eingehen? Natürlich muss man die einzelnen Punkte beleuchten. Hä? Wie gesagt, so wenn du dich nun mal hinstellst und sagst, pass auf, ich habe hier die Macht, ein bestimmtes Bild über jemanden zu produzieren und die nutze ich dann sozusagen. Siehst du, und statt hier einfach zu sagen, ja gut, hast schon recht. Nein. Äh, ne, also. Digga, sag einfach, ich habe keine Ahnung, ich habe scheiße gelabert. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen nicht ganz auf dem Boden der Realität in unserer Scheißwabbel. Auch. Dann ist das natürlich eher etwas, was in der politischen Philosophie, in der Politikwissenschaft, was eben aus dem konservativen Lager kommt, weil es eben auf diesem hierarchischen Denken beruht, hey, ich habe mehr Macht, also nutze ich sie auch, wie ich sie möchte. Während dann eben im Progressivismus das Ganze demokratischer gedacht wird, das heißt, wenn ich mehr Macht habe, muss ich umso verantwortungsbewusster damit umgehen. Ja, ich gehe ja verantwortungsbewusster, damit umgehe ich keine Lüge verbrechen. Hat Sarah, hat Dara, Sarah statt Dara, hat Dara schon mal erzählt, dass er bei einem Therapeuten war und kann es sein, dass Dara irgendwas mit Narzissmus zu tun hat? Weil es kann doch nicht sein, dass ein Mensch so sehr keine Fehler eingestehen kann. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch sich so verhält, so inszeniert und so. Hat er das schon mal gesagt, dass er irgendwas mit Narzissmus zu tun hat? Im Stream, da wurde ich, da habe ich irgendwann mal vor, es ist schon über ein Jahr her oder so, habe ich irgendwas im Stream gemacht und dann gab es einen Twitter-Shitstorm, während ich gestreamt habe. Und dann hieß es in meinem Chat, hey, Dara, irgendwas ist da auf Twitter los. Guck dir das mal an. Und dann habe ich in meinem Stream die... Du sagst, der Psychologe hätte seine wahre Freude an ihm, Bruder. Wenn ich Psychologie studieren würde, ich würde meine Masterarbeit über ihn und seine Bubble schreiben. Twitter aufgerufen und habe dann den Tweet aufgerufen. Und allein dafür wurde ich dann zum Beispiel von meiner Community und diversen anderen Communities kritisiert, weil ich sozusagen dann schlechte Reichweitenverantwortung gezeigt habe. Nämlich, ich habe diese Person, die mich da kritisiert hat und da anscheinend so einen Shitstorm ausgelöst hat gegen mich, beziehungsweise ein Shitstorm in Anführungszeichen, bin jetzt so, das war etwas los und war auch bekannt dort in unserer Woken Bubble, wie du sie gerne nennst. Und dann wurde ich dafür kritisiert, dass ich eben diese Person sozusagen erstmal bloßgestellt habe und ich hätte das anders handhaben sollen. Weil die Person kriegt ja jetzt eventuell dann auch Hass ab, weil sozusagen eventuell meine Fans oder so direkt hingehen und sagen, was schreibst du denn da für? Stell dir, du bist Dara's Fan. Stell dir das vor. was schreibst du da doof ist und die Person ist dann überfordert. So und das ist dann eben Reichweitenverantwortung und das ist natürlich vor allem progressiver. Reichweitenverantwortung. Bro, eure Bubble ist einfach losgegangen und die Bubble, also ich weiß nicht genau welche, aber aus eurer Bubble sind Leute losgegangen und wollten dem Kugelmagnet Eddie das Jugendamt vorbeischicken damit er sein Sorgerecht verliert, weil er Hogwarts Legacy spielen wollte. Also jetzt, das ist nicht Dara's Bubble, aber diese Bubble aus all diesen Leuten, die man der wogene Streamerschaft zuschieben würde. Ja, was redest du? Was für eine Reichweitenverantwortung. Was für eine fucking Reichweitenverantwortung. Ihr habt einfach ohne irgendwas einfach da allein dieses, was am Anfang geredet wurde, wie ihr die Shurioka benutzt für eure Interessen. Was ist das für eine Reichweitenverantwortung? Bro, was redet ihr? Welche Reichweitenverantwortung habt ihr? Wovon träumt ihr? Ja, das heißt, ich bin mächtiger, dann gehe ich auch gut mit meiner Macht um. Das Einzige, wo es bei euch eine Reichweitenverantwortung gibt, ist, wenn eine Bubble und die anderen Bubble krachen miteinander haben und dann sagt man, hey komm, beruhigen wir uns, komm, wir können doch alle Freunde sein, obwohl ihr wisst, es bricht schon auseinander und es hat einfach keinen Sinn mehr. Es wird nie wieder, wie es vorher war. Niemand hat unter Druck beziehungsweise überfordert. Machen Linke das nicht auch? So dekadent oder so, würde ich sagen, macht das halt genauso wie ich beispielsweise oder auch ein Stay in seinen Videos und Reactions, die der so hoch lädt. Macht der das eigentlich genauso wie ich? Die sind doch auch eher links, oder sind die jetzt deswegen dann konservativ? Das ist jetzt natürlich nur ein Punkt, aber so, wie würdest du die dann da einordnen? Weil die sind ja exakt so. Stimmt eigentlich. Nach der Regel wären Stay und Karl auch konservativ. Also, wie gesagt, wenn du verantwortungsbewusst damit umgehst, wenn du zum Beispiel valide jemanden kritisierst, ja, und vor allem nicht... Ah, valide. Ah ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Ja, valide. Ah ja, so wie er zum Beispiel mich Alkoholiker genannt hat. Total valide Kritik. Ich verstehe. Irgendwie, also, immer wenn du sozusagen gegen kleinere gehst, gegen schwächere gehst im Online-Bereich, also Leute mit weniger Reichweite, dann musst du das halt auf eine bestimmte Art und Weise machen. Selbst wenn ich deine Videos schaue, mache ich das ja nicht besonders reißerisch, sondern ich versuche dann möglichst sachlich... Ja, vor allem, ich meine, vergessen wir wirklich nicht, dass Karl gesagt hat, dass Kuchen nichts streamen sollte, weil er kein Universitätsfundament hat. Verstehst du? Ja, Was soll man dazu noch sagen? Die Punkte durchzugehen und dabei auch nicht die Leute immer krass mitzunehmen, sozusagen jetzt irgendwie, also du sprichst zum Beispiel immer sehr absolut, das heißt, das ist auf jeden Fall wahr, während ich eher im Konjunktiv spreche und darüber... Sie könnten Verschwörungsideologin sein, oder was? dann das so formuliere, das ist höchstwahrscheinlich wahr. Oder... Naja, also bei mir redest du eigentlich genauso, absolut. Und um dann eben zu markieren... Ja, genau, das war ja total so, ja, Marie-Louise Vollbrecht möchte KZs aufmachen. Da war auch keine Hypothetik dabei, lieber Dara. Oder so, ja, Erwin, in einem halben Jahr wirst du den Holocaust leugnen. Da war auch nichts womöglich, vielleicht könntest, wer weiß. Ja, kann schon einfach... Der Typ ist einfach so, wie er sich selbst darstellt, das würden wir ihm nicht zuschauen. Das wüsste nicht jeder, wer er ist. Es ist so, ja, ich bin also ich, wenn ich jetzt mir ein Denkmal bauen müsste, also ich, ich bin... Ja, okay, Dara, sicher. Dann eben zu markieren, warum ich das jetzt so einordne, dass das jetzt meine Meinung ist, dass das nicht stimmen muss, dass man das nochmal überprüfen könnte, bla, bla, bla. So gehst du halt dann verantwortungsbewusst damit um. Sodass halt ein Karl zum Beispiel mal hier und da vielleicht sozusagen über die... Du redest doch selbst immer von deinem Alkoholismus, wenn es deinem Opfernarrativ dient. Nein, nein, nein. Du verstehst nicht. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Das ist... Was ich gerade gesagt habe, ist, dass keine Kritik ist. Aber das verstehst du nicht. Das verstehst du ja nicht. Aber das ist spannend, spannend. So, bitte kannst du aufhören, wenn du dumme Scheiße redest, mich zu decken, weil dann muss ich dich lesen und ich will eigentlich nicht. Danke. Der radikale Sozialist, da schau her. Dankeschön. Vielen Dank. Hingeschlägt oder vielleicht mal... Hat einen ganz neuen Account gemacht mit Stalin im Profilbild, aber dem sexy Stalin. Okay. Nice. Dankeschön. Wenn Steyi das Ganze macht, ja, kann passieren. Aber trotzdem, in der Regel, wenn zum Beispiel ein Karl... Ich finde das so geil, wie alle getimeoutet werden für 161 Sekunden. Nice. Auch mal... Also erstmal, ein Karl versucht jetzt... Also zum Beispiel hat er dich auch eine ganze Weile in Ruhe gelassen, weil er das einfach als... einfach als schlechten Content sozusagen bezeichnet, so irgendwie Klicks zu generieren. Oder... Nein, er wollte sich einfach nur... Er wollte sich nur damit inszenieren, so... Ja, ich werde nie wieder auf KuchenTV reakten. Das ist einfach... Ich kann diese Reichweite von ihm nicht unterstützen. Ich darf ihm keine Bühne bieten. Ja, genau. Fast. Klar. Dass man generell nicht diesen Beef-Content macht. Vielleicht, weil man kein Narrativ aufrechterhalten könnte, wieso man auf Kuchen reagiert, wenn man auf Nazis nicht reagieren könnte. Aber alle sind Nazis, selbst ein Proletopia. Was ist los? Ja, vielleicht musste man da irgendwie dann irgendwie sagen, na gut, dann reagiere ich nicht mehr auf Kuchen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sagt dann so, nee, das will ich einfach nicht. Das ist nicht... Womöglich, womöglich. Mein Duktus. Warum? Weil er ein progressiver Mensch ist. So, und... Ne? Bei dir ist... Karl ist progressiv. Genau, ja. In manchen Punkten, die ihn nicht betreffen. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt komplettes Kanalthema. Ne? De facto. Und das ist halt wieder dieser Gegensatz. So, und natürlich, wenn dann Karl... Schlecht mit... Ja, stimmt. Gerade schreibt Zentralrat, der Kufar schreibt in den Chat... Und das ist halt wieder dieser Gegensatz. Er schreibt in den Chat, Ali Utlu würde einen Holocaust herbeiführen. Gut, dass das nicht reißerisch, sondern sachlich war. Ja, 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 ja. So, und natürlich, wenn dann Karl schlecht mit seiner Reichweite umgeht, was auch schon passiert ist, dann wird er dann auch kritisiert und in der Regel lernt er dann auch daraus und ändert das in Zukunft. Und sonst geht es darum, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden kritisierst, dass du natürlich dann, ja, gut argumentierst, dass du auf jeden Fall mit Fakten arbeitest und dass du zum Beispiel nicht irgendwie, ne, 10 Sekunden Schnipsel von jemandem nimmst und dann dort irgendeine Geschichte drum herum spinnst. Ja, wie gesagt, das mache ich nicht. Ich weiß, du siehst das anders. Wir können uns gerne einfach mal irgendwann ein gemeinsames Video angucken. Sehr gerne. Ich nutze Fakten. Ja, aber jetzt hat er nicht im Konjunktiv gesprochen, nur dass alles, was gerade KuchenTV vorgeworfen wurde, war nicht im Konjunktiv, nur damit wir uns das verstehen, weil Dara spricht ja immer nur im Konjunktiv. Ja, genau, Bruder. Weil alles andere wäre auch dumm, weil wenn ich so schlechte Videos mache und alles immer aus dem Zusammenhang reiße, dann mach doch ein YouTube-Video gegen mich, wo du das beweisst und ich bin tot. Also dann ist ja das ja wirklich das, Jan, das hast du dann, danke schön für den T-One-Sup. Also ich kann mich ja gar nicht verteidigen, wenn du jetzt meinen Einschnitt zeigst und dann beweisen kannst, Jo, der hat das komplett aus dem Kontext geschnitten, das ist gar nicht das, was der gesagt hat. Das würde ja komplett meine Glaubwürdigkeit zerstören. Mach zufällig. Schau, der Punkt ist, seine Bubble ist ja meine ehemalige Bubble. Alle seine Zuschauer, na gut, nicht mehr jetzt, aber damals, alle seine Zuschauer waren meine Zuschauer, die von mir weggegangen sind zu ihm. Okay? Und auch gemeinsame Zuschauer mit Karl. Ja? Und diese Leute sind vollkommen lost. Du kannst mit diesen Leuten nicht reden. Diese Leute sind geistig einfach, wirklich auf einem Niveau, das ist unerträglich. Und diese Leute sind vor allem nicht an Politik interessiert, sondern nur an Persönlichkeit. Also an sich selbst, wie es ihnen geht und an ihrer sehr persönlichen Wahrnehmung und Empfindung von Leben und Welt. Ja? Und wenn sie gegen jemanden sind, dann sind sie gegen jemanden, dann haben sie ein Hassobjekt, auf das sie einfach losgehen. Und du kannst nicht sagen, dass dieses Hassobjekt auch manchmal recht hat. Das geht nicht. Das darfst du nicht sagen. Wenn du das sagst, dann hassen sie dich auch. Es ist einfach so, als wären sie ein bisschen so psychologisch statt logisch. Richtig, richtig. Also es ist so, als wären sie einfach vollkommen so da in einem Wahn oder sowas. Ja? Und ja, so, das ist der ganze Punkt. In zwölf Jahren, wo ich diese Kuchen-Talks mache, keiner. Komisch. Nicht einer. Ich weiß nicht mehr, auf was ich hinaus wollte, aber ich wollte auf irgendwas anderes. Er hat gesagt, meine Eltern würden meine Anwälte bezahlen. Mhm. Ja. Ich dachte, du hattest das mal in dem Stream gesagt. Du dachtest, ich hätte das mal in dem Stream. Gut gespart. Jetzt doch sagen können, die im Lotto gewinnen. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Hab immer ein dickes Polster. Und dann gibst du das für Anwälte aus, die 500 Euro pro Stunde kosten. Also ich weiß nicht, was so ein Gerichtsding kostet. Das ist ja überhaupt nicht. Ich bin ein sparsamer Mensch und dann holt er sich Anwälte, die 500 Euro die Stunde kosten. Total etwas, was ein sparsamer Mensch machen würde. Macht Sinn daran. Das hast du gut erfunden in diesem Moment. Großartig. Ich habe irgendwann mal gegoogelt, Medienanwälte, und dann habe ich die gefunden. Aber wie gesagt, woher hast du so eine... Haben die einen Kredit gespart, genau. Ich sehe sehr, dass du das mal schön gesagt hast. Das zeigt ja schon, okay, du hast dort dir gedacht, fuck it. Der hat einfach 10 Jahre gespart, der Arme. Hat einfach Tag und Nacht gearbeitet, Baustelle, abends Baustelle, tagsüber Kinder erziehen. Und dann, ja, damit er sich einfach jetzt Anwälte leisten kann gegen Skoros. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du das gesagt hast. Ich behaupte es einfach. Übrigens, wann geht die Verhandlung los? Was ist los? Haben die ganzen Angeklagten schon die Abgemahnten, die Abmahnungen gezahlt? Geht das jetzt vor Gericht? Was ist los? Was ist passiert? Ziemliche, ziemliche, ziemliche Dings. So, jetzt passiert nichts. Ich warte darauf. Der Dara schlecht da. Dann steht der Dara da wie so ein Schnösel, der irgendwie nicht auf eigenen Beinen steht, von seinen Eltern finanziert wird oder so. Ach, scheiße. Ja. Hat Dara selber. Also Leute im Chat sagen auch, dass du es gesagt hast. Das ist halt das Problem bei Stream. Sie sind halt irgendwann weg. Ich glaube auch, mich erinnern zu können. Also, ich habe auf alle seine, diese Sachen reacted. wer herausfinden will, ob er das tatsächlich gesagt hat oder nicht, muss sich meine Reactions auf ihn anschauen. Ja. Es ist sicher dabei. Und wenn ihr schon das durchschaut, alles miteinander, bitte tut mir den Gefallen und könnt ihr das rausspielen, wo seine Mutter in den Chat kommt und er anfängt, sich zu kämmen? Ich hätte wirklich gerne diesen Bit, wenn ihr den rausspielen könnt, falls ihr das findet, weil Siegner von euch Lust hat, sich alles anzuschauen, was ich auf ihn reaktet habe. Da gibt es wirklich viel Material durch den ganzen Sommer jetzt. Und da gibt es auch das, wo es um die Anwälte geht. Das weiß ich. Nur der Punkt ist, was er jetzt genau gesagt hat, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich glaube, er hat irgendwas gesagt, dass seine Eltern dabei sind. Aber sicher kann ich es nicht sagen. Einer sagt, er sucht den Clip raus. Er hat gesagt, dass er einen Polster hätte und seine Familie zur Not dabei hinter ihm steht. Genau, genau. Weiß ich jetzt nicht. Du hast ja neben deinem Video, guck mal, du zeigst für alles immer so 10 Sekunden Clips. Aber für die, für die Stille hast du ja nicht all das gezeigt. Du hättest ja auch irgendwie eventuell mit Fakten arbeiten können. Ja, ja, safe. Ja, da habe ich, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du es einfach gesagt hast. Aber das ist jetzt für mich auch kein, krasser Punkt, um ehrlich zu sein. Also ob deine Eltern deine Anwälte bezahlen oder nicht, ist mir egal. Ja. So die Punkte, wo es in dem Video, wo es in dem Video ist. Aber ist schon gut, um irgendwen schlecht dastehen zu lassen. In dem Video ging es halt um ganz andere Punkte. Ich weiß gar nicht, um was das erste Video gegangen ist. Hier mit diesem Männerschutz-Video und so weiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Beispiel, da hast du dann vielleicht, ne, da musst du dir überlegen, so wenn du jetzt zum Beispiel auf die Idee kommst. Ich finde es so interessant, wie Dara mit allen Leuten redet, als wären sie seine Schüler. Als wären sie so Volksschüler und das war vielleicht doof von mir. Ich habe nie gesagt, dass ich keine Fehler mache. Der meiste, bei wie vielen Sachen du schon in deiner ganzen Karriere vielleicht da so ein bisschen schluderig gearbeitet hast. Safe habe ich schon viele Fehler gemacht. Bei 900 Videos, glaube ich, wenn du ein Einzelteam bist, wird es gar nicht anders gehen, als dass du auch durchaus mal irgendwelche Fehler machst. Man kann es halt versuchen zu vermeiden und versuchen gut zu arbeiten. Aber natürlich passiert das. Und wenn der einzige Punkt ist, dass deine Eltern nicht deine Anwälte bezahlen. Nein, ich werde jetzt mit dir, wie gesagt, wenn du dein ganzes Erspartes dafür raushaust, dann gebe ich dir den Punkt. Ob es das jetzt besser macht, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Da könnte ich jetzt natürlich nicht in dieser Diskussion jetzt irgendwie zigtausend Punkte durchgehen, werde ich auch nicht machen. Sondern wir können uns gerne irgendwo mal zusammensetzen und dann diskutieren wir. So zum Beispiel wie jetzt. Mal so einzelne Stellen, von, geh da einfach mal so ein Video durch und dann sage ich dir. Hey, wir können uns mal gerne zusammensetzen. Wo eventuell das Ganze das problematische Punkt ist. Ja, können wir machen. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel nicht als, wenn du dich nicht als konservativ siehst, da können wir ja auch, weil so machen wir das normalerweise. Wer ist wir? Also das Wichtigste sind für uns immer so politische Positionen, die man vertritt. Und wenn wir die nicht kennen, dann sieht man schon, also beispielsweise, das sind alles Fakten aus der Politikwissenschaft, die wir da zu Rate ziehen, womit wir jemanden einordnen. Und ich bin da halt ein sehr großer Freund immer von gewesen. Also einfach, hab mich immer sehr viel damit auseinandergesetzt, so mit politischer Einordnung, links, rechts, konservativ, progressiv und so. Und kenne mich da, würde ich behaupten, dafür, dass ich das jetzt nicht studiert habe oder so, sehr gut aus. Und normalerweise macht man das natürlich anhand der politischen Positionen, die jemand hat, aber zum Beispiel auch eben, wenn man, wenn jemand ein bestimmtes Mindset zeigt, also, ne, ein bestimmter Umgang mit anderen Menschen. Und da gibt's dann zum Beispiel so Sachen, da können mal die Leute googeln, sowas wie der autoritäre Charakter zum Beispiel. Das sind dann, ne, da zeigt sich bei Menschen gerade, die eher misstrauisch sind, die, die auch sehr, häufig, ne, so, sich denken, okay, andere Menschen, die wollen mir Böses oder, ne, die, das hat er mir unterstellt übrigens. Also, dass ich eigentlich paranoid bin und glaube, dass alle mir nur Böses wollen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich will dir aber nichts Böses, ich bin dein Freund. schlechtes Menschenbild haben, die neigen zum Beispiel auch generell zu eher konservativen oder rechten Positionen. Das ist nur ein Beispiel, ich kann das jetzt bei dir jetzt schlecht beurteilen, dafür kenne ich dich zu schlecht. Ja, aber wie gesagt, die Hauptfrage war ja, warum ich konservativ bin. Das kannst du ja nicht an diesen einen Punkt festmachen, wie ich mit kleineren Streamern umgehe, sondern es muss ja viele Punkte geben, wo du sagst, okay, deswegen ist er konservativ, weil du hast ja selber am Anfang gesagt, du machst das ja nicht an einem Punkt fest, den man mal gesagt hat, oder wie man sich verhält, sondern das ist ja ganz... er macht es dann keinem einzigen Punkt fest, außer es nützt ihm vor seiner Community, das zu behaupten. That's it. Das ist klasse. Aber natürlich immer nur im Konjunktiv, der nicht da ist. ...von Sachen. Genau. Was ist denn der nächste Punkt, warum ich konservativ bin? Vielleicht machen wir mal so weiter. Würde mich halt einfach mal interessieren, so, okay, was sind denn gerne so Veränderungen in der Politik, die du... Ich würde jetzt erstmal gerne wissen, warum ich konservativ bin. Also du hast jetzt nur einen Punkt genannt, aber du sagst ja selber, dass du mich nicht an einem Punkt einordnen kannst. Das ist nicht so die krasse Anschuldigung, jemanden als konservativ zu bezeichnen. Nein, aber ich würde gerne wissen, warum. Also gerade diese... Also erstmal zum Beispiel... Schau, wie er sich windet, ihm die Frage zu beantworten. So, ey, es ist ja nicht schlimm, so bezeichnet. So, Bro, warum hast du ihn so bezeichnet, hat er dich gefragt. ...und jetzt du ja sehr reaktionär, weil es gibt praktisch keinen, weiß nicht, keinen feministischen Content, gegen den du noch nicht gegangen bist, sozusagen. Doch, da gibt es eigentlich sehr viel. Gerade, dass du natürlich auch einen Hauptakteur in einer der größten antifeministischen Heads-Kampagnen gewesen bist, die das deutsche Internet jemals erlebt haben. Ja, so, das ist natürlich so ein Ding. Was hat das mit antifeministisch zu tun? Das macht progressive Menschen halt eher nicht. Was hat das mit antifeministisch zu tun? Das könnten wir natürlich gerne jetzt nochmal durchgehen, was wir aber, glaube ich, schon in diesem Gespräch getan haben. Und... Hoffentlich geht das durch. Nein, Dara, das geht nicht durch. Einen Scheiß hast du erklärt. Was? Es hat die ist mit Feminismus zu tun. Null. Und deshalb... Ja, wir können das gerne nochmal durchgehen oder ich schreibe dir das ins Mitteilungsheft und rufe deine Mama an. Wenn du das unbedingt sozusagen... Also, du ordnest mich politisch... Reinwaschen möchtest. Du ordnest mich politisch konservativ ein, weil ich halt so gegen kleinere Leute, Dolle schieße, nenne ich das jetzt einfach mal, weil ich Videos gegen Shuyoka gemacht habe und weil ich halt ein paar extreme Feministen gefrontet habe oder kritisiert habe. Eigentlich habe ich immer Argumente dagegen gebracht. Plus, vergessen wir nicht, du hast dich lustig über Kirchow und Dara gemacht. Also, das macht dich rechtsradikal, Bruder. Der Spaß ist vorbei. Du ordnest mich politisch ein wegen den drei Punkten. Aber ich habe doch auch genug Videos gemacht, wo ich linke Punkte verteidige. Genau, deswegen ja, also wenn du jetzt zum Beispiel nur rechten Content sozusagen raushauen würdest und praktisch nur rechte Positionen jetzt zum Beispiel vertreten und zeigen würdest oder rechte Verhaltensmuster, dann würde ich dich natürlich noch als Wesen, als rechts oder noch weiter rechtsradikal und so weiter einstufen. Aber deswegen ja konservativ, weil es halt eben praktisch die Mitte ist. Pass auf, wie sehr du gegen uns gehst. Gehst du zu viel gegen uns, bist du Nazi. Achtung. Also, für mich, also, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie dafür sein, dass man das Frauenwahlrecht oder sowas abschafft oder dass Frauen wieder zurück in die Küche gehen. Aber eine Frauenquote oder so wird ja auch zu viel sein. Oder vielleicht der ein oder andere Fortschritt, den für mich... Frauenquote ist ja sowieso ein Lib-Bullshit, mit dem Linke sowieso nichts zu tun haben. ...das denn gerade verlangen. Du wirst wahrscheinlich auch nichts gegen Wahlrecht oder sowas abschafft oder dass Frauen wieder zurück in die Küche gehen. Aber eine Frauenquote oder so wird ja auch zu viel sein. Oder vielleicht der ein oder andere Fortschritt. Sein Sprech ist so interessant aus psychologischer Sicht. Genau, ja, wie gesagt. Und dann redet er trotzdem gegen an. F-Nord, du bist ja auch hier, glaube ich. Gutes Auge. ...das denn gerade verlangen. Du wirst wahrscheinlich auch nichts gegen queere Menschen oder sowas haben. Aber da bist du jetzt auch nicht ein großer Freund davon, die jetzt in Watte zu packen und die jetzt besonders zu schützen, irgendwie die Sprache anzupassen oder sowas, sondern wenn du... Wer queere Personen nicht in Watte packt... ...dann halt manchmal den einen auf die Schippe nehmen kannst oder den ein oder anderen sexistischen oder sonst wie Joke machen kannst oder... Oh, Ken The Brain schreibt in den Chat. Ich freue mich so auf Erwin's Reaction. Cooles, Bruder. Du hast ja jetzt irgendwie Streit mit Alpha Kevin und dann gehst du dann auch um so bestimmte Clips. Oh, Dosenmeiß schenke ich einen Sub. Oder was weiß ich was, was du dann halt irgendwie auf Twitter geteilt hast. Das sind so Sachen, so typisch so, hey, nee, ich mach das, weil das ist... Darf ich, ne? Es ist vollkommen okay, dass ich beispielsweise Witze über die Figur von jemandem mache. Ich weiß, also das ist doch aber auch nicht... Das ist halt zum Beispiel so... Die Linke machen doch auch solche Witze. Also jemand, der politisch links eingestellt ist, gibt es doch auch Leute, die das machen. Also ich weiß, ich finde das super spannend, mich so einordnen zu holen. Aber natürlich sind die dann weniger links, wenn die... Deswegen, du hast eine Bandbreite an Programmpunkten sozusagen, die du vertrittst, bestimmte Verhaltensweisen. Und wenn du, wenn da eine, je nachdem wie die halt verteilt sind, wie du in bestimmten Punkten tendierst, bist du in einer bestimmten Position des politischen Spektrums. Ja, aber du kannst mich doch politisch gar nicht einordnen. Ich zum Beispiel verzichte aufs Gendern. Also ich finde das nicht so sinnvoll. Ich mache das vielleicht in den Texten mal oder so. Nein, das ist falsch. Mensch, könnt ihr euch erinnern? Wir haben darauf reacted. Falls sich jemand wieder diese Reactions von früher anschauen sollte, da hat er zugegeben, dass er es sich nicht leisten kann, nicht zu gendern in seinen Positionen, also in seinen Streams, wenn er redet, weil er Zuschauer sonst verlieren würde. Also gendert er extra, obwohl er dagegen ist, damit er Zuschauer da behält. Im Gegensatz zu Karl, der genug Reichweite hat, er könnte darauf verzichten zu gendern. Könnt ihr euch das erinnern? Das hat er gesagt. Gibt es in der Reaction irgendwo? In bestimmten Kontexten. Aber ich gendere zum Beispiel. Jemand, der gendern würde, ist aus meiner Sicht, steht er weiter links als ich. Zumindest in dem Punkt. Wenn ich dann aber, weiß nicht. Wer steht weiter links? Also jetzt zum Beispiel zehn linke Programmpunkte vertrete und dann einen rechten und der andere… Wenn gendern ist links. Ja, ich bin nicht so links. Ich gendere nicht, Alter. Ich bin gegen gendern. Deswegen bin ich rechts. Verstehst du? Und das ist einfach das Verständnis von diesen Leuten, wenn es um Politik geht. Wenn gendern, dann links. Genau. Fucking crazy. Es ist einfach so. Und das wird er auch jetzt die ganze Zeit machen. Er wird ihm Fragen stellen. Das habe ich nämlich mitbekommen. Er wird ihm jetzt Fragen stellen, weiß nicht, was er ihm alles stellen wird, aber er wird ihm Fragen stellen, ob er links ist oder nicht. Und da wird man einfach merken, dass Dara glaubt, dass gewisse Positionen links sind. Hey, gewisse Positionen sind nicht links. Linke, echte Linke sind sozusagen Materialisten. Das heißt, sie schauen, was gerade notwendig ist, damit sie das durchsetzen, damit es den Menschen besser geht. Sie schauen, was gerade notwendig ist. Es gibt keine Festlegung auf ein bestimmtes, wie sagt man, auf eine bestimmte Position, eine bestimmte Aussage oder so etwas. Sondern es ist je nachdem. Weil wenn die Kapitalisten sich gerade zum Beispiel für Migration aussprechen, so wie die CDU das gemacht hat, wenn die Rechten sich für Migration aussprechen, dann kannst du als Linker nicht einfach dastehen und einfach sagen, hey, jo, eigentlich, ich bin links, ich muss jetzt für Migration sein. Naja, in dem Moment bin ich halt auf der Seite der Kapitalisten. Ist halt so, weil in diesem Punkt bin ich halt auf dieser Seite. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Als Linker musst du dich so positionieren, dass du gegen sie stehst. Musst ein bisschen mitdenken halt als Linker. Du kannst nicht einfach den Kopf abschalten und einfach sagen, für Migration ist links. Ja, okay, aber nach dieser Logik ist dann die CDU links. Macht das Sinn? Echt? Ja, in dem Punkt ist die CDU links. Ja, oder sie hat die Migranten reingelassen, damit sie einfach effektiv das Sozialsystem überlasten kann, damit sie dann die Sozialleistungen in Deutschland insgesamt attackieren und abschaffen kann. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Ja, vielleicht wollen sie das. Wir müssen trotzdem dafür sein. Ja, okay, dann bist du nicht links. Du bist einfach naiv. Politisch betrachtet. Der Programmpunkt ist ja natürlich weiter links als der andere. Danke, radikaler Sozialist. Ja, siehst du. Hier würde ich sagen, das ist halt ein ziemlich ausgeglichen alles. Ja, ist das natürlich. Vielleicht kann man dich irgendwo als, wie gesagt, so wie Stey und Karl das gemacht haben, wahrscheinlich dort irgendwo wird er die FDP wählen oder irgendwo von dem Mindset dort ankommen. Das ist dann halt liberal bis konservativ, dieser Bereich des politischen Spektrums. Und das ist Mainstream, das ist jetzt nichts Besonderes. Das sind jetzt keine Menschen, die beispielsweise rassistisch sind oder... Was redet der Typ? Ja, vielleicht sollten wir erst mal machen, also was bedeutet denn konservativ? Ich habe jetzt extra selber nochmal... Das heißt ja quasi einfach an alten Sachen festhalten, so. Ne, quasi so... Früher war alles besser, es soll so bleiben, wie es jetzt ist, es soll nicht sich irgendwas verändern. Ja, aber ich bin, also... Du siehst ja in meinen Videos, ich habe ja auch früher, keine Ahnung, für LGBTQ und so weiter Videos gemacht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, es bleibt alles so, wie es ist, sondern ich sage ja selber in meinen Videos zum Beispiel, dass man diese Leute unterstützen muss. Ja, so altmodisch würde ich konservativ sagen. Das ist ja bei mir aber einfach nicht der Fall, also... Konservativismus bedeutet eben, dass du in der Regel Hierarchien verteidigst. Ne, so, das ist halt... Das hat er von mir gelernt übrigens. Das im Grunde genommen. Aber, also es kommt halt von, ne, früher noch aus der französischen Revolution mit der Monarchie, die Konservativen haben die Monarchie verteidigt und die Liberalen, die wollten halt die Demokratie, so. Und dann hat man das Ganze weiter, weiter gesponnen, ne, die Konservativen in den USA... Ja, warte mal, nein, ne, das ist damals. So, heute hat sich das natürlich dann gewandelt. Das heißt, Konservative heute verteidigen zum Beispiel, also, ne, beispielsweise... Welche Hierarchien verteidigt KuchenTV denn? Ne, wahrscheinlich die Hierarchie von großen Streamern gegen kleine Streamer. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nahezu jeder demokratische Fortschritt wurde immer gegen Konservativen erreicht. So, und konservativ ist dann halt in Deutschland eher so eine Mittelposition. Das heißt, ich bin für die repräsentative Demokratie, ich bin auch für das Frauenwahlrecht, ich bin auch heutzutage dann für LGBT... Ah, konservativ ist man, ist für die repräsentative Demokratie. Hey, ich habe mir das heute angeschaut, was Dara nach dem Stream geredet hat. Er hat da buchstäblich gesagt, dass er für die repräsentative Demokratie ist. Also, kurz gesagt, ist Dara konservativ, sagt der Logik. ...LGBTQ-Rechte zu einem bestimmten Grad. Aber es gibt keine Logik, Dara will einfach nur gewinnen. Aber das Selbstbestimmungsgesetz, was dann zum Beispiel Transmenschen bestimmten besseren Schutz und bessere Rechte gewähren würde, da ist dann der Konservative wieder dagegen. Ja, aber was ist, wenn der Progressive, wie zum Beispiel irgendwelche Aktivisten für LGBTQ-Rights zum Beispiel, sich auf die Seite der Konzerne stellen, die ja pro-LGBTQ sind und plötzlich gegen die Arbeiter sind und Streiks und Gewerkschaften sabotieren. So ist das in Wirklichkeit passiert. Ich weiß nicht, wer von euch mir das zugeschickt hat, aber das ist einfach eine Tatsache. Linke habe ich immer schon gegendert, zum Beispiel Bakunin. Boom, der ist gut. Wer von euch mir das zugeschickt hat, aber irgendwo gab es einen Streik. Also eine Gewerkschaft oder beziehungsweise Arbeiter haben sich hingestellt, haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr für euch arbeiten, wir lassen uns von euch nicht ausbeuten, ihr seid einfach Wichser. Und der LGBTQ-Teil der Gewerkschaft hat sich abgespalten und hat gesagt, wir gehen arbeiten, weil unser Chef ist eigentlich ein guter Typ und der war immer pro-Trans-Rights. Und deswegen sprengen wir jetzt den Streik. Was sind jetzt diese Leute? Sind sie progressiv oder sind sie konservativ? Weil eigentlich bewahren sie die Hierarchie, also sie beschützen sozusagen den, der oben steht, gegen den, die unten sind. Das heißt, diese progressiven Leute sind in Wirklichkeit konservative Leute, oder? Nach der Logik. Irgendwo muss man sich ein bisschen überlegen, was das alles bedeutet. Weil sonst wirft man nur Worte durcheinander und hat keine Ahnung, wovon man redet, oder? Aber du kannst doch nicht Leute einordnen in konservativ oder nicht, wenn du jetzt sagst, ja, aber Konservative sind, oder jeder, der konservativ ist, ist gegen dieses Selbstbestimmungsgerät. Es gibt bestimmt auch Leute, die nicht konservativ sind, aber halt in dem einen Punkt zum Beispiel gegen dieses Gesetz. Jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ich kenne mich da nicht aus, dann hat das ja nichts direkt mit konservativ sein zu tun. Bestimmt gibt es bei mir Punkte, wo man sagen kann, bin ich konservativ. Gibt es, glaube ich, fast bei jedem. Ja, du sagst, weil heute Kulturkampf vor Klassenkampf geht. Ja, aber das ist doch rechts, oder? Da spielst du doch den Eliten in die Hände damit. Weil Kulturkampf, ja, ist Kulturkampf, aber Klassenkampf ist Klassenkampf, oder? Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Aber du stellst mich ja als Mensch insgesamt so hin. Und da kannst du ja nicht nur so drei Sachen nennen, weil wie viele politische Themenfelder gibt es? Keine Ahnung, 500 oder so gefühlt, wozu man eine politische Meinung haben kann. Und selbst wenn du sagst, ja, okay, der macht die Videos ein bisschen reißerisch, da kannst du nicht sagen, ja, okay, der ist politisch voll konservativ. Weil, also ich würde mich auch eher links einordnen, auf jeden Fall. Außer Steuern, Digga, ich will weniger Steuern zahlen, ne? Safe, Digga, die zweite Rolex muss kommen, vierte dann. Ja, genau. Und die 500-Euro-Anwälte müssen auch weiterhin 500 Euro bekommen. Ja, woran würdest du das sonst insgesamt festmachen? Also ich lasse mich gerne von dir vom Gegenteil anordnen. Ich würde einfach, ich finde es generell schwierig, Menschen da so einzuordnen, weil, wie gesagt, es gibt so viele politische Felder. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gibt 100 Felder einfach, das ist einfach, dann können wir nämlich durch 100 teilen. Und ich bin in 10 Punkten rechts und in 90 Prozent links. Wo würdest du mich einordnen dann? Bin ich doch eher links, oder nicht? Genau, ja. Ja, also du weißt doch, in den meisten Punkten weißt du doch meine Meinung. Hey, nach der Logik bin ich auch links, oder? Gar nicht so. Ja, das ist ein guter Weg, das jetzt herauszufinden. Ja, eben. Und das können wir auch gleich machen. Aber das in deinem Stream dann so als Fakt hinzustellen, ja, nee, der ist konservativ. Alter, da darf ich dir auch bei 25 Stunden? Da gibt es ja dann kaum Argumente dafür, wenn du mich selber gar nicht einschätzen kannst oder auch meine ganzen Videos und Punkte gar nicht kennst. Ja, du sagst auch, geht das doch echt eine Stunde? Sag ich ja, kann ich auch bei 25 Stunden? Also, keine Ahnung. Wenn du mich jetzt so bezeichnest, mich hätte das jetzt nicht so hart getroffen. Ich würde sagen, dass ihr das schon eher als was Negatives seht. Jetzt vielleicht nicht so schlimm wie jetzt rechts oder rechtsradikal. Das ist ja, denke ich mal, in deiner Community jetzt nichts Positives. Also, ich glaube, wenn sich einer bei dir vorstellt und sagt, hey, ich bin konservativ, glaube ich, würdest du mit dem eine Diskussion starten? Nein. Also, ich habe einige, die sich als konservativ sehen und in meiner Community sehen, sind auch im Discord-Server oder regelmäßig in den Stream reinschauen und mitdiskutieren. Und in der Regel sind die dann eher weg, wenn die halt dann einfach beleidigen oder provozieren und so weiter. Aber da gibt es manche, die diskutieren ganz normal mit und dann werden die natürlich auch hier willkommen geheißen. Und wie gesagt, also Konservative zum Beispiel sind für mich noch Leute des demokratischen Spektrums, die bevorzuge ich gegenüber beispielsweise so Leuten, die halt an Verschwörungstheorien glauben oder eben so für die die Lösung der Probleme da draußen immer irgendwelche super radikalen Sachen sind, wie zum Beispiel, also alles, was die AfD halt verbreitet, dass irgendwie die Gesellschaft geht demnächst unter und wir müssen jetzt ganz schnell handeln, wodurch immer suggeriert wird, wir müssten halt morgen eigentlich die Regierung stürzen. Oder immer so erzählen, ja, die Regierung will uns halt irgendwas Böses. Anstatt halt zu sagen, hey, ich stimme nicht mit der Regierung zu, aber ich glaube zumindest, dass sie in ihrem Denken das Beste für uns alle wollen. Naja, vor allem für die eigenen Taschen. Ganz kurz, ich habe ein Video gesendet. Warte, bitte, was, was? Wir müssen jetzt ganz schnell handeln, wodurch immer suggeriert wird, wir müssten halt morgen eigentlich die Regierung stürzen. Oder immer so erzählen, ja, die Regierung will uns halt irgendwas Böses. Anstatt halt zu sagen, hey, ich stimme nicht mit der Regierung zu, aber ich glaube zumindest, dass sie in ihrem Denken das Beste für uns alle wollen. Naja, vor allem. Naiva Daraismus, oder? Alter, stell dir vor, einfach du nennst dich links und sagst einfach, die Regierung will ja nur das Beste für uns. Bro, ey Dara, du bist einfach so ein Kommunist, Alter. Nicht schlechte. Okay, Leute werden das nicht verstehen. Kommunisten sind nicht für Regierung und sind nicht für Staaten und sind nicht für, jetzt der Witz geht nach hinten, weil die meisten nicht wissen, was Kommunisten, sie glauben, das ist Staat. Aber es ist nicht, was, 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 Cengen Dara, absolut, Mann. Für die eigenen Taschen. Ganz kurz, ich habe ein Video gesendet bekommen, da wurde gesagt, dass da die... Ja, ja, Kumex, Olaf lacht über ihn, ja, ja. Klipprinne ist von dir. Und Artal Laschet. Und dem Teilzeittrainer, welcher den Job eh nur machte, weil er sich der soll, nämlich nicht nur Link, der sich der soll... Ja, sehr gut. Ne, es ist überein, ich weiß nicht, warum mir das jetzt geschickt wurde. Okay, ne, das war's nicht. Ja, wir können mich gerne politisch einordnen, wenn du Bock hast, können wir das gerne machen. Dann hau gerne deine... Absoluter Scheißmeinung an dieser Stelle. Ja, ja, aber Dara vertritt immer diese Meinung. Dara hat ja auch gegenüber dem Agitator, wo er mit ihm geredet hat, hat er ja auch ganz klar gesagt, so, ja, so zu tun, als wären die Kapitalisten alle böse und als wären sie alle gegen uns und als würden uns ihre Interessen automatisch gegen uns ergehen. Das ist schon Schwurbel. Ja, so, wo ich mir einfach gedacht habe, Bro, der nennt sich einfach... Der nennt sich einfach links, das kannst du dir nicht ausdenken. Würde ich jetzt hier als absoluten Ehremann hinstehen. Ja, also, ganz einfach zum Beispiel, so würdest du einen höheren Mindestlohn? Ja, safe. Ja, auf jeden Fall, safe. Also, wir arbeiten... Boah, ja, gut, da bin ich halt tatsächlich überhaupt nicht drin. Ich weiß nicht, wie viel ist der jetzt? 12 Euro? Okay, jetzt so, ja. 12 Euro müssen das jetzt so sein, vielleicht ein paar zerquetschen. Kommunismus, keine Regierung? Ja, weil Kommunismus ist kein Staat. Im Kommunismus gibt es kein Staat. Und im Kommunismus gibt es kein Geld. Und auch keine Klassen. Insofern gibt es auch keine Regierung. Deswegen habe ich gesagt, der ist der Kommunist. Aber eigentlich hätte ich sagen, wir sind ja der Anarchist, weil die meisten Leute wissen nicht, was Kommunismus ist. Und dass Anarchismus und Kommunismus sehr ähnlich und verwandt ist. Ich würde sagen, so mindestens 15, 16 Euro, würde ich sagen, ist so das Mindeste auf jeden Fall. Ja. Also, das Ding ist, es lohnt sich ja wirklich gar nicht zu arbeiten für Mindestlohn. Also, da lohnt sich ja meistens das Bürgergeld halt mehr. Meine Mutter hat selber früher für Mindestlohn gearbeitet. Oder da gab es auch nicht mal einer, der hat so 9 Euro die Stunde oder was. Da kann es halt Menschen nicht dafür arbeiten lassen. Das geht überhaupt nicht. Also, 16, 15, 16 Euro mindestens mal auf jeden Fall. Ja, vor allem. Ja, ja, der weiß es besser als Dara. Für wie viel Mindestlohn haben deine Eltern gearbeitet, Dara oder du? Warst du schon mal ein Mindestlohnbezieher oder unter Mindestlohn gearbeitet jemals? Wäre interessant zu wissen, oder? Mit der ganzen Inflation. Hast du dir so die 500 Euro für die Anwälte zusammengespart? Weiter. Ja, ist doch super. Ja, dann sowas wie das Selbstbestimmungsgesetz. Hättest du das unterstützt? Da bin ich nicht drin. Also, die sollten auf jeden Fall mehr Rechte haben. Ich denke schon, dass man es Transpersonen ein bisschen schwierig macht, auf jeden Fall. Das ist halt immer so eine Abwägung. Da habe ich auch mit Scrooge drüber diskutiert, weil es gibt Transpersonen offensichtlich. Ich finde, es ist halt nur gefährlich, gerade da viele Leute ja auch auf TikTok und so weiter Videos darüber machen, dass man vielleicht denkt, man ist eine Transperson, obwohl man das gar nicht ist. Und auch das, finde ich, muss halt geschützt werden. Also, man muss abwägen, dass den Leuten wirklich geholfen wird. Aber sich Leute, die vielleicht jetzt denken, dass die es sind, obwohl das nicht der Fall ist, dass die sich damit dann halt keinen Schaden zufügen. Was jetzt genau im Selbstbestimmungsgesetz drinsteht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber grundsätzlich sollten die auf jeden Fall unterstützt werden. Ja gut, diese Skepsis ist natürlich jetzt nicht so... Aber was ist das? Das ist ja auch schon wieder so eine Positionsdummheit. Einfach so, wenn du für das Selbstbestimmungsgesetz bist, bist du links. Nein, es gibt ja noch Linke, die gegen das Selbstbestimmungsgesetz sind. Wir haben ja eine Transperson bei uns im Mod-Team, die gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist. Die sagt einfach, das Selbstbestimmungsgesetz ist für sie nicht in Ordnung, weil dann alle Einsicht haben, dass sie eine Transperson ist und wie sie transitioniert ist, wann sie transitioniert ist und so weiter. Und in dem anderen Fall haben die nicht so viel Einblick. Zum Beispiel der Arbeitgeber hat nicht so viel Einblick ins Leben, also vor dem Selbstbestimmungsgesetz. Zum Beispiel, das war so ein Argument. Ich kenne mich da jetzt nicht genau aus, wie das alles funktioniert. Aber Volli Soli mit Luigi. Aber Selbstbestimmungsgesetz, dafür zu sein oder nicht dafür zu sein, ist absolut kein Indikator. Wie gesagt, noch einmal, ich wiederhole es, keine Position jemals ist links oder rechts. Es ist die Gründe, warum du eine Position hast. Als Kind. Er ist grundsätzlich linker Natur, aber eher theoretisch. Absolut, du weißt, absolut. Er hatte eine eigene Etage als Kind. Absolut, Mann, absolut. Hinter und wieder ist er hingelaufen, wollte, dass man ihm durch die Haare streicht, hat aber niemand gemacht. Er ist so ein guter Junge, aber so. Hat niemand gemacht. Jetzt kennt er sich immer, wenn sie in den Chat kommen. Die progressive Position, was du mit Unterstützung meinst, würde ich dann gerne wissen. Wo sagst du, hey, da sollten Transmenschen jetzt gerade besser gefördert werden? Naja, man sollte auf jeden Fall Liebe geht raus, dann weg sie, absolut. Also niemand sollte dafür vorgehen. Boah, das ist eine gute Frage, wie man gegen Diskriminierung in der Gesellschaft vorgeht. Ich würde sagen, das Aufklären beispielsweise ist halt super wichtig. Vor allem an Schulen vielleicht. Nein, jetzt nicht im Kindergarten, aber Schulen ab irgendeinem. Das kann man ja auch im Sexualkundeunterricht machen. Welche Diskriminierung? Diskriminierung von der Unterschicht? Diskriminierung von Arbeitern, die die ganze Zeit einfach so als faul dargestellt werden, obwohl sie eigentlich eh die ganze Arbeit machen? Reden wir davon? Oder reden wir von welcher Diskriminierung reden wir denn genau? Also wir haben davon gar nichts gelernt beispielsweise, dass es solche Lebensrealitäten gibt. Oder geht es um die Diskriminierung, und jetzt spreche ich wirklich bewusst einen sehr harten Fall an. Geht es auch um die Diskriminierung zum Beispiel, wenn Leute, die Einheimische sind, zum Beispiel Österreicher oder Deutsche, die dann einfach rassistisch beleidigt werden von Menschen mit Migrationshintergrund, ist das dann auch Diskriminierung gegen die ein Mann als Linker vorgeht? Meiner Meinung nach, ja. Weil Diskriminierung ist Diskriminierung. Und wer rassistisch wem gegenüber ist, ist egal, das sollte unterbunden werden. Das ist die Frage, wohin geht man? Daran würde wahrscheinlich Nein sagen. Was bedeutet das? Ich glaube, sowas kann auf jeden Fall schon mal helfen, dass die Leute halt weniger diskriminiert werden, weil man dann halt damit quasi aufwächst. Ja, ja, Wokies leugnen das, sage ich ja. Das ist dann die Frage. Wieso leugnest du einfach offensichtlich die Diskriminierung, die existiert? Was ist denn los? Ich habe das hunderttausend Mal selber erlebt, wo es einfach so, wo gesagt wurde, dass die Einheimischen dumm sind, oder dass die Einheimischen die sind, oder das sind, oder jedes. So, dass man sie hasst, oder sie scheiße findet. Insgesamt alle. Also, das existiert definitiv. Jeder, der jemals dazugehört hat, weiß, dass es einfach Rassismus gegenüber Einheimischen gibt, genauso wie gegenüber Ausländern. Und als Linker müsste man beides verurteilen, actually. Ja, logischerweise. Ja, was komplett Normales ist. Hängt Diskriminierung nicht auch von Machthierarchien ab? Ja, vielleicht eine systemische, aber eine persönliche ist dann nochmal was anderes. Weißt du, jetzt kann ich, ich habe ja keine Macht, ja, aber wenn ich jetzt zu dir komme und du bist, keine Ahnung, Deutscher, und dann sage ich ihr, was ist mit dir, du scheiß Deutscher, oder sowas, oder nenn dich scheiß Kartoffel, oder was weiß ich was, dann diskriminiere ich dich doch. Ich habe keine Macht, aber ich diskriminiere dich doch. Offensichtlich bin ich doch rassistisch dir gegenüber, wenn ich so etwas tue, oder? Da gibt es ja kein Wenn und Aber. Da gibt es ja nichts zu diskutieren, bitte. Genau, was man auch gehört hat. Ja, cool. Und ich weiß, es gibt diese Leute, die sagen, nein, aber, 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 aber es gibt, du musst dir Machthierarchien stellen, weiße Leute sind von der Machthierarchie her, come on, was bringt dir die Machthierarchie, wenn ein Einzelner zu dir kommt und dich einfach diskriminiert? Und was machst du, wenn ich dir einfach eine in die Fresse haue? Einfach, weil ich Deutsche nicht mag? Was tust du dann? Ist das noch niemand, keine Diskriminierung, weil sie einfach systemisch nicht stattfindet? Da stimmt doch vorne und hinten etwas nicht daran. Also sozusagen von vorne bis hinten stimmt dieses Konzept nicht, das muss man sich doch mal überlegen, das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht richtig sein. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, ich habe vor ein paar Monaten ja noch in der Grundschule gearbeitet, da war ich dann auch beim Sexualerziehungsunterricht dabei und da haben das... Ja, unsere Machthierarchien sind divers, die linken Kämpfe werden ausgenutzt, um die Unterschicht zu knechten. Ja, leider, ja. Und die Kinder teilweise, also die Lehrkräfte hatten das gar nicht auf dem Schirm, das Thema und dann gab es dann Kinder, die verlangt haben, dass wir darüber sprechen und dass wir uns damit befassen und das war dann schon ein herzerwärmender Moment. Aber ja, also ich sage mal so, dass man bestimmten Fortschritten gegenüber skeptisch ist, klar, kann ich nachvollziehen, aber trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, das gibt es in krasserer Form als das, was wir jetzt bekommen in Dänemark und in Argentinien, das ist schon teilweise, ich glaube, in Dänemark schon seit über 10 Jahren oder so und da ist jetzt der Ansturm von Männern. Ganz kurz, weil sich hier viele Beschwerden in der Grundschule, also es gibt auch einige Bundesländer, wo die Grundschule bis zur 6. geht, nur dass ihr Bescheid wisst, also aus der Grundschule meint man jetzt wahrscheinlich nicht 1. Klasse oder wann habt ihr, welcher Klasse habt ihr diese Aufklärung gemacht? Ja, jede Klasse. Ja, das ist okay, 11, 12 dann, ne? Ja, und da kriegst du halt sowieso eine Sexualerziehung beigebracht, also aus meiner Sicht. Was ich für Videos bis 12 geguckt habe, also ganz ehrlich, ja. Richtig, ja, und das ist halt eben das Ding, dass dort auf der Grundschule gab es halt auch einige Momente da oder beziehungsweise einige Situationen, wo wir dann, oder wie soll ich sagen, es gab Fälle. Als ich 12 war, hat man solche Videos auf Videokassette geguckt, wenn man sie irgendwo bekommen hat oder geklaut hat. Wo wir dann auch festgestellt haben, dass die Kinder sich die und die wiegen. Wir sind die Privilegierten und üben Machtdruck auf Minderheiten aus. Darum gibt es keinen Rassismus gegen Weiße und auch keine Diskriminierung. Oder so ähnlich. Diesen Leuten wünsche ich mal ein paar Tage in der Großstadt zur Schule zu gehen, aber dann müssen sie ja aus ihrer Gated Community raus. Ja, das ist halt eben, denke ich mir auch, weißt du, ich sage jedes Mal, ich sage jedes Mal, wenn diese ganzen grünen Wähler einfach ihre Kinder in eine Problembezirkschule geben würden und diese von einem Menschen mit Migrationshintergrund eine kassieren würden, die würden instant die AfD wählen. Es würde einfach so, wenn das zur Mittagspause passiert, am Abend wählen sie die AfD. Weißt du? So schätze ich die 100 Prozent ein. ... Videos anschauen. Und mir geht es immer vor allem darum, Kinder zu schützen, weil eine Sexualerziehung ist halt immer der beste Weg, um Kinder vor Missbrauch zu schützen, weil das Beste, was natürlich einem Täter da passieren kann, ist, dass das Kind keine Ahnung hat, was Sex überhaupt ist und dann kann es dem Kind ja alles Mögliche erzählen und dann so, nee, wir kuscheln ja nur. Rein zufällig nackt in der Badewanne und das Kind weiß gar nicht, was mit dem passiert. Und deswegen gerade da ist es wichtig, dann Kinder zu schützen, indem die schon früh über diverse Sachen Bescheid wissen. Aber natürlich macht man das kindgerecht. Natürlich überfordert man die Kinder nicht. Aber so was beispielsweise, dass es homosexuelle Menschen gibt oder Transmenschen, das ist halt genauso einfach, wie Kindern zu sagen, ja, es gibt Mann und Frau und die lieben sich ab und zu mal. Ja, das ist halt nicht irgendwie, das ist halt was anderes, als die Kinder halt über Blowjobs oder Analsex oder sowas aufzuklären. Das kann man gerne später machen, genauso wie Geschlechtskrankheiten. Wir mussten ein Kondom über eine Banane ziehen. Banane war riesig, aber wirklich gigantisch. Bananen, oder? Krass. Es gab super Situationen dann auch in der Grundschule, in der ich gearbeitet habe. Ja, sonst... Warte mal, tatsächlich fällt mir dazu aber ein Punkt ein, weil du bist natürlich auch für Transpersonen, das ist ja auch richtig. Impe hat aber ein gutes Beispiel eigentlich im Interview gebracht, wo du keine richtige Antwort gegeben hast, weil das ist halt immer so ein Ding, wo man sich halt entscheiden muss, weil ich denke, wir beide sind auch für Religions... Siehst du, meine Schwester musste damals die neunte Klasse wechseln, weil sie als einzige Deutsche nicht nur gemobbt, sondern auch Gewalt erlebt hat, dürfte man in Wokistan niemals ansprechen. Ja, das ist ja das Problem. Und warte mal, du sagst, wenn man Rassismus gegen die Mehrheitsgesellschaft nicht klar benennt, dann stärkt man damit nur den rechten Rand, meiner Meinung nach. Absolut, sehe ich auch so. Aber wir müssen, pass auf, wir müssen im Konjunktiv reden, weil sonst sind wir Populisten und absolutistisch und Dara hat dann ein Problem mit uns. Aufpassen, Leute. Wenn jetzt eine Muslimin in die Sauna geht und da kommt dann eine Transperson und die Muslimin möchte aber nicht, dass die Transfrau dann damit reingeht, weil sie sagt, hey, ich darf mich halt nicht von Männern zeigen, von meiner Religion her, für mich ist diese Person keine Frau. Wie würdest du dagegen vorgehen? Also was würdest du sagen, darf dann die Transperson die Transfrau da rein oder sind die religiösen Gefühle dann besser? Wichtiger. Was soll ich sagen? Das ist einfach so, das ist einfach so. Die Woke Person hat natürlich keine Antwort darauf. Der Pseudo-Linke hat natürlich keine Antwort darauf. Ein echter Linker hat natürlich sofort eine Antwort darauf. Wir wissen ja, wie Linke gegenüber institutionalisierter Religionen stehen, die das Leben von anderen bestimmen wollen. Fatalero, ohne Scheiß. Das kann ich dir so nicht sagen, aber es ist natürlich wieder so ein gezeichnendes Beispiel für den Impf. Ja, das war eine Frage von Impf. Die Frage ist wirklich genial. Die Antwort ist ganz einfach. Natürlich gilt das weder das eine noch das andere, weil es gibt einfach einerseits die Selbstbestimmung des Menschen, aber diese Religionsbestimmung möchte in das Leben anderer Menschen eingreifen, also ist ja eindeutig abzulehnen. Während die Selbstbestimmung darfst du haben, aber ob du in die Sauna darfst oder nicht, hängt nicht von der Religion ab, sondern es hängt davon ab, mit wem du dir die Sauna teilst und das heißt, die Frage ist so getrickt, es gibt nicht die Antwort, das eine ist richtig oder das andere ist richtig, sondern eigentlich das dritte ist richtig an der Stelle. Ich stehe halt irgendwie den ganzen Tag nur an, ich weiß nicht, also wie gesagt, es gibt halt das Selbstbestimmungsgesetz in diversen Ländern. Und er weiß nicht, wie man das beantwortet. Aber das ist ja nicht die Frage. Das ist ja die Frage. Nee, schlägt die Wokis mit ihrer eigenen Opfach-Hierarchie. So ist es, aber ja. Nee, es ist am Ende Angstmache, was damit produziert wird. Also erstmal aus meiner Sicht die religiösen Gefühle von den Menschen, die sind da nicht so wichtig wie die Rechte von einer Transperson. Okay, also die Transperson geht dann vor. Das ist ja beantwortet. Ja, wie gesagt, die religiösen Gefühle der Person, die greifen ja in die Freiheit von einer Transperson ein. Wie gesagt, das ist halt genauso, ja, ich möchte keine... Ja, aber was ist, wenn die Transperson in die Freiheit von den Menschen, die da sind, eingreift? Wenn sie sagt, sie wirst ja da hingehen. Wer hat das zu bestimmen? Die Transperson oder die Menschen, die dort sind oder alle beide zusammen? Homosexuellen Menschen sehen, weil es geht gegen meine religiösen Gefühle. Okay, die einzige richtige Lösung ist es, die Sauna zu verbieten. Absolut bei dir. 100%. Das ist das Einzige. Alles verbieten. Fuck it. Die Menschen können sowieso mit nichts umgehen. Also das ist ja... Also das ist ja... Da muss ja dann der homosexuelle Mensch muss dann sozusagen seine Homosexualität unterdrücken, weil die religiösen Menschen wollen das nicht sehen, weil das halt gegen ihre Religion geht. Dadurch greift ja der religiöse Mensch in die Freiheit des anderen Menschen ein. Okay. Ja, nee, das hattest du noch nicht richtig beantwortet. Das hattest du auch als Punkt nämlich in meinem Video. Aber jetzt hast du es ja beantwortet. Das ist auch in Ordnung. Also da wollte ich das nur wissen, weil das ist halt immer dann das Problem, was man ja durchaus auch bei anderen Themen halt haben kann. Dass, sag ich mal, zwei Seiten dann verschiedene Ansichten haben und man muss ja dann für irgendeine Seite wird halt Nachteile haben, sag ich mal mehr oder weniger. Aber ich bin sowieso ein großer Freund davon, dass generell, dass man im öffentlichen Raum, sag ich mal, einfach mehr Privatsphäre hat. Also ich finde, also so irgendwie Gruppenduschen oder sowas konnte ich halt noch nie viel damit anfangen. Ja, das ist das Beste aus, wenn es dein Kink ist. Aber sonst, da hat man dann halt Kabinen für die Leute. Wahrscheinlich haben die Malle so, wie heißt das, Handtuch eingezwirbelt und dann wahrscheinlich mag er es deswegen nicht. Wenn sie sich da wohler fühlen, sich da umzuziehen. Ich bin allerdings auch in der Frauenmannschaft, muss ich dazu sagen. Ja, und was auch immer du möchtest. Aber das ist halt eben das Ding, dass du da sowas lieber anbieten solltest. Genauso natürlich können sich die Leute halt vorher überlegen, ob sie in die Sauna gehen oder nicht. Und da gibt es ja auch alle möglichen auch gemischte Bereiche und so. Und am Ende des Tages ist es halt die Sauna. Also wir haben dann halt 0,01 Prozent Transmenschen oder so in der Bevölkerung, dass man dann in jeder Sauna irgendwie dann einen von denen antrifft, ist so ein bisschen unwahrscheinlich und deshalb alberne Angst mache. Ja gut, klar ist es unwahrscheinlich, aber ich sage mal, wie viele Gesetze. Bishan Tavassoli war bei uns in Wien in der Sauna. War mir die wahrscheinlich nur einmal im Jahrhundert irgendwie Anklangfinder zum Einfall. Ich hätte immer irgendwo irgendwelche Probleme, weil irgendwo könnte halt irgendwie so ein dunkler Fleck sein, in Anführungszeichen, wo man, ja, also bei allen, aber gerade jetzt plötzlich bei Transrechten, da werden diese dunklen Flecken dann total aus, also die sogenannten dunklen Flecken werden dann total ausgeschlachtet und man versucht... Ja stimmt, ist es nicht prüde und konservativ, nicht mit allen Menschen duschen zu wollen, sondern da einen auf Individualist zu machen? Ist Individualismus nicht rechts, so wie neoliberal? Versucht damit irgendwie ja, irgendwie zu suggerieren, da findet dann der große Ansturm auf irgendwelche Umkleidekabinen von perversen Männern statt, was erstmal sowieso ein ganz schreckliches Bild von Männern ist, also ich weiß nicht was, also Umkleidekabinen haben jetzt auch keinen magischen Bannkreis um sich rum, der irgendwie Männer davon abhält, da rein... Was ist dieses mit Forza ist fertig runtergeladen? Was ist das für ein Meme? Das sehe ich immer wieder, aber ich kenne das nicht. Von wo kommt das? Zu gehen? Und dann würde das dann, dann aber plötzlich passieren, und sowas halt... Ja gut, also die Frage, ich glaube, dass Männer sich, also Männer wissen ja dann, dass sie quasi eine Straftat wahrscheinlich begeben, wenn ich jetzt einfach an die Frauen umkleide gehe, das würde ich immer Stress geben, ne? Und was ist das mit Killing Floor? Das kenne ich auch nicht. Das habe ich auch, achso, das sind alles Drachendings. Aha, okay, okay, die kenne ich nicht. Okay, okay. Ich verstehe. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin aber eine Transfrau und dann... Es ist gegen Schwanzhierarchien beim Duschen, ja, wahrscheinlich. Das ist ja dann so, ja, nö, ich laufe hier rein. Ja, ich kann mir schon theoretisch vorstellen, dass das ist schon ein paar Menschen gibt, dass sie das ausnutzen. Ja, Menschen hängen halt ziemlich krass an ihrer Geschlechtsidentität und das, also gerade, gerade die, die schlimmsten Männer sozusagen hängen vor allem an ihrer Geschlechtsidentität und machen das dann sogar eher nicht. Ja, das kann was sein. Wie gesagt, es gibt Länder, es gibt Länder, da gibt es das Selbstbestimmungsgesetz und seit über zehn Jahren diese ganzen... Dass irgendwo mal irgendwas passiert, klar, ne? Es gibt es bei allem, aber diese große Epidemie oder der große Ansturm von solchen Fällen ist halt ausgeblieben und dann ist das kein Argument. Alter, Rollo, hau draus. Können wir gerne weitermachen? Ja, äh... Alter, Dosenmeiß und Rollo hauen einfach mal Kuchen raus die ganze Zeit und Leute so, die man aus der Community kennt. Das ist schon... Also Abtreibung? Legalisieren? Ja, ist gar nicht legal, das ist irgendwie nur geduldet oder so. Nee, nee, ist halt... Du kannst es sozusagen straffrei machen, aber es steht erstmal unter Strafe. Ja, safe, ne? Also eine Frau muss selbst entscheiden, ob sie ein Kind bekommen möchte oder nicht, ne? Klar, also ich denke, bis zu irgendeiner Woche muss man sich meiner Meinung nach schon entscheiden, ne? Weil irgendwann lebt das ja quasi... Also ich würde jetzt nicht sagen, in der 50. Woche kannst du noch abtreiben beispielsweise, ne? Aber klar, die Frau muss selbst entscheiden, ob sie das Kind bekommen möchte oder nicht und da hat auch nicht der Gesetzgeber dann irgendwie vorzuschreiben, ob man das machen möchte, ob man das Kind bekommen möchte oder nicht. Hab's ja selber bei meiner Ex mitbekommen, ne? Die hat so circa alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, also Wassereinlagerung, komplett Übelkeit über sechs Monate und so. Man kann ja keine Frau zwingen, sag ich mal, den Weg gehen zu müssen. Ne? Ich sag mal, selbst wenn du verhütest, kannst du ja schwanger werden, ne? Selbst mit Pille, Kondom und was weiß ich nicht alles kannst, es gibt ja immer noch die Chance, dass du schwanger wirst, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ich darf den Witz nicht machen, weil es gegen TOS ist scheiße. Die Frau muss halt selbstbestimmt entscheiden, ob sie das Ganze behalten möchte oder nicht. Ja, coole Antwort. Kriegst du auch von mir das Prädikat erstmal progressiv in dem Bereich, ne? Ja, sonst wenn es so ein... Also keine Ahnung, könnt ihr mal so krasser... Was ist jetzt nicht progressiv von ihm? Das ist einfach so, kriegst du mir das Prädikat progressiv? Ja, aber du hast ihn konservativ genannt. Dein Punkt ist zu beweisen, dass er konservativ ist. Aber er sagt lauter progressive Sachen. Der Typ ist mehr links als du, Alter. Du bist sogar gegen Gemeinschaftsduschen, der ist dafür. Gehen sonst so antikapitalistische... Würdest du so zum Beispiel RWE oder große Immobilienkonzerne enteignen? Das ist eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich hätten sie es schon verdient bei dem, was die machen, aber ich glaube, dass Enteignungen nicht so der richtige Weg sind. Aber da bin ich im Thema bin ich tatsächlich auch halt so gut wie gar nicht drin, ne? Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht befasst, aber ich würde eher Nein sagen. Siehst du, Kuchen kann ganz normal sagen, damit habe ich mich nicht befasst. Eigentlich kenne ich mich da nicht aus. Ja, aber ich sage jetzt mal etwas. Das ist ein normaler Mensch, wie ein normaler Mensch redet. Dara will gewinnen. Und das wird nach dem Gespräch, führt Dara ein Gespräch mit seinem Chat, ob er gewonnen hat oder nicht gewonnen hat. Fakir, was soll ich dazu sagen? Ja. Ich glaube eher, dass man nicht enteignen muss, sondern andere Gesetze bringen muss. Bei Immobilien zum Beispiel irgendwie sowas wie eine Mietpreisbremse. Aber Lust von KuchenTV, dass er nicht enteignen will, Alter. Oder dass man den sozialen Wohnungsausbau beschleunigt, glaube ich, es sind bessere Alternativen, dass die Politik da ansetzt und die Hebel bewegt, als dass man sagt, nö, die Wohnungen gehören jetzt alle wieder uns. Man kann beides machen, Bruder. Man kann beides machen. Ja, cool. Ja, sonst Migration ist gerade so das krasse Thema. Ah, jetzt kommt's. Da gab es ja dann auch, in dem ich weiß gar nicht, letzten Video von dir, ich glaube, das war dort, wo du dann auch, glaube ich, oder zumindest auf meine Reaktion gesagt hast, oder da ging's um meine Reaktion, bei der es darum ging, dass du dann, glaube ich, gesagt hattest, Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland flüchten, die haben ja natürlich einen Pass. Also die haben ja natürlich einen Nachweis, woher sie kaufen. Nee, hab ich nie gesagt, aber wo man's hat. Hat man natürlich. Ja, wenn die keinen Pass haben, kann man nichts machen. Dann müssen die halt hierbleiben. Du kannst die ja nicht einfach irgendwo hinschicken. Würde auch kein Land aufnehmen wahrscheinlich. Dann müssen die halt hierbleiben. Ich meine schon Leute, die halt einen Pass haben, wo wir wissen, wo sie herkommen, logischerweise. Aber würdest du sagen, wir haben ein Migrationsproblem? Ja, ich glaube schon, dass so ein bisschen Clankriminalität gibt's auf jeden Fall in Deutschland. Es gibt schon einige Stadtteile, ich glaube in Duisburg oder so, wo jetzt eine Linie, eine Buslinie nicht mehr richtig langfährt. Ich würde schon sagen, dass wir schon bei der Integration teilweise leider gescheitert sind. Da würde ich auch nicht den Ausländern die Schuld geben, sondern die Politik hat's einfach komplett verkackt. Und meiner Meinung nach hat sie das auch absichtlich verkackt, wenn du mich fragst. Wie gesagt, um den Sozialstaat zu zerstören. Aber das ist nur meine Meinung. Teflon, Toni, was für ein Name. Dankeschön. Vielen Dank für den Ersten. Willkommen. Woran erkennen wir, dass wir kein Migrationsproblem mehr haben? Das ist eine gute Frage. Das interessiert mich immer am meisten, weil ganz viele aktuell dann sagen, ja, Migrationsprobleme, das hatte ich ja auch, als ich mit Skullos gesprochen habe. Wir erkennen daran, dass es kein Migrationsproblem gibt, wenn keine Probleme aus der Migration resultieren. Die Antwort ist dumm wie einfach. Hatte da auch keine Antwort drauf? Also wir haben immer irgendwie ein Migrationsproblem, weil wann haben wir es nicht? Na gut, man sieht ja auf jeden Fall, dass die Schuhe... Du hast es dann nicht, wenn du nicht plötzlich irgendwie von Migranten Gewalt ausgehen hast oder sie nicht in absoluter Armut leben oder wenn sie nicht irgendwie abgeschlagen sind von der Gesellschaft und so weiter, ja. Was... ...kriminalstatistiken überrepräsentiert sind. Ist ja auch klar, weil viele, die haben ja auch keine Möglichkeit zu arbeiten, das soll ja jetzt irgendwie ein bisschen gelockert werden, dann lebst du in Armut und Armut macht halt einfach kriminell. Ich habe früher auch in Salzgitterbad gewohnt, das war übelstes Ghetto, da waren auch viele arbeitslose und da waren damals auch nur Deutsche und trotzdem war da viel Kriminalität. Das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun, sondern klar, Armut und Kriminalität hängt halt miteinander zusammen. Ich glaube, wenn man alleine da die Leute schon unterstützt, dass sie zum Beispiel leichter Arbeit finden oder auch direkt arbeiten dürfen, wenn sie halt hierher kommen, anstatt dass man die einfach hierher holt und dann chillen die halt hier 24 Stunden und dann quasi nichts zu tun. Ja, aber das ist eben gewollt, sage ich. Meiner Meinung nach ist das gewollt, weil man die Leute dann in ein System reintut, dann aber sagt, dass man das System überlastet hat und dann die Menschen wieder loswerden will und das System loswerden will und alles loswerden will. Aber Kuchen ist sehr based an der Stelle, dass er die sozioökonomischen Umstände benennt, sehr klug von ihm. Der kennt sich aus, der kommt aus der Unterschicht, so auch wo er vorher mit seiner Mutter erzählt hat, wie die einfach für Mindestlohn arbeitet und so. Kuchen ist einer, der sich wirklich von unten nach oben gearbeitet hat, aber gearbeitet halt. Es ist irgendwie so, er ist halt nützlich für die Plattformen und er hat ein Talent und das nützt er und ja, also der hat es geschafft, so rauszukommen. Dann würde ich sagen, kann man da auf jeden Fall schon mal was machen. Aber im Endeffekt, wo ist er? Der ist einfach auch irgendwo so ein bisschen nach oben geklettert und das war es dann auch. Ja, richtig, würde ich zustimmen. Sonst aber... Uh, das macht dich aber konservativ. Ich meine, Kuchen ist konservativ und wenn du ihm da zustimmst, hm. Ne, das Ding ist, wann, also trotzdem, in der Statistik überrepräsentiert sein, ist ja nicht wirklich ein Indiz dafür, dass wir Migrationsprobleme haben. Weil, die Frage wäre ja, stellen wir uns mal vor, wir haben nur noch zehn Straftaten im Jahr bei 83 Millionen Menschen und neun davon werden von Ausländern begangen. So haben wir dann auch ein Migrationsproblem, weil die überrepräsentiert sind? Ja, nee, das muss man ja schon auf das Gesamte sehen, wie viele da in der Statistik auftauchen. Zehn Straftaten sind ja, das wäre ja super. Es ist ja ein Unterschied, dass zehn Straftaten im Jahr insgesamt sind, ich weiß gar nicht, wie viele wir in Deutschland haben, ein paar Millionen wahrscheinlich. Ja, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass in den Medien auch viel mehr über ausländische Straftaten berichtet wird, als auch über einheimische Straftaten. Das heißt, die Bevölkerung kann überhaupt nicht normal einschätzen, was da draußen abgeht. Weil wir einfach, weil die Gesellschaft mittlerweile so groß ist, dass du überhaupt nicht selber siehst, wenn ein Verbrechen begeht, sondern du nur den Medien vertrauen musst, wenn sie dir erzählen, was für ein Verbrechen passiert ist. Und dass die Medien dann das Ganze, was passiert, emotionalisieren, absolut. Und dass sie das irgendwo, ja, färben, in eine gewisse Richtung passiert auf jeden Fall. Und sehr viele sind nicht immun dagegen, weil sie es einfach nicht verstehen und einfach nicht sieht. Das ist auch eine Sache, das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Dana sammelt Kontaktschuldung und Scheiß. Das ist ja das Gleiche, dass man Flüchtlinge nicht erst in Integrationsklassen tut, damit sie Deutsch verstehen und nicht, wie es seit Jahren in Sanalphabeten, die fast kein Deutsch können, einfach dann in die achte Klasse Gesamtschule gesteckt werden und dann, oh wunder, nach Klasse neun ohne Abschluss abgehen. Ja, bei uns hat man das gemacht, bei uns Bosnien-Flüchtlingen, bei uns hat man das tatsächlich gemacht, dass man Integrationsklassen gemacht hat, wo wir auf unserer eigenen Sprache unterrichtet wurden und aber zusätzlich natürlich selbstverständlich Deutschunterricht hatten und irgendwie angepasst wurden an die Gesellschaft. Ich glaube, dass das mitunter auch ein großer Grund ist, warum sich die Bosnier sehr gut angepasst haben. Auch wurden uns sehr schnell Arbeitserlaubnisse gegeben und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Grund ist für die Integration von Bosnien in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, kann ich nicht sagen. Zum Beispiel Gewaltkriminalität, weil ich schaue mir lieber die Gewaltkriminalität an, weil meistens halt eben die restliche oder die gesamte Kriminalität, da fällt ja auch so Schwarzfahren und sowas mit rein und wenn du zum Beispiel Flüchtling bist oder generell Ausländer, dann kannst du halt Straftaten begehen, die kann Staatsbürger gar nicht begehen, also irgendwo gegen deine Aufenthaltsbestimmung verstoßen oder sowas und deshalb schaue ich mir lieber die Gewaltkriminalität an. Ich glaube, das Problem an dieser Stelle wird eher Vergewaltigungen und ähnliche sein, wenn du die Rechten fragst, in jede Bubble gehst, dann wirst du verstehen, dass sie ein Problem oder was sie als Argument dann für uns die Vergewaltigungen sind und dass das irgendwie so ein springender Punkt ist und als Linker musst du eigentlich, so wenn ich die Diskussion führen würde, würde ich den Dara fragen, okay, es gibt Vergewaltigungen, Massenvergewaltigungen und so, was machst du dagegen, als Linker? Was ist deine Maßnahme dagegen? Das würde mich interessieren, weil actually das ist ein Problem, das ein bisschen problematisch ist. Also man könnte natürlich noch Betrug und sowas mit reinziehen, aber gerade dort, weil das ja meistens dann auch in den Medien thematisiert wird. Hier hat ein Syrer wieder irgendwen abgestochen etc. Und da ist die Gewaltkriminalität statistisch in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen bis letztes Jahr, wo sie wieder so um 10% draufgegangen ist. Aber historisch haben wir trotzdem eine sehr geringe Gewaltkriminalität und vor 30, 40, 50 Jahren war die wesentlich höher als heute. Und wir haben zum Beispiel auch, soweit ich weiß, die geringste Mordrate, die es jemals gab. Und das sind zum Beispiel sehr positive Entwicklungen und da würde ich dann sagen, okay, selbst wenn dort jetzt Ausländer überrepräsentiert sind und das... Ja, siehst du, es wird schon geschrieben im Chat, soll man nach Vergewaltigungen gucken, Vergewaltigungsraten, das wird schon geschrieben. Ja. Das ist ja eigentlich immer der Fall, weil wie du gesagt hast, wenn die Menschen dann eher arm sind, dann neigen sie auch zu mehr Kriminalität, dann wäre, dann sollte man eher nur darauf schauen, dass die Kriminalität einfach insgesamt immer weniger wird, weil das bedeutet halt auch generell, es gibt einfach weniger Kriminalität und weniger Schaden an der Gesellschaft. Man sollte ja generell Armut bekämpfen. Da wird jetzt die PKS gepostet. Egal, ob es jetzt ein deutscher oder ein Ausländer betrifft. In NRW sind die Anzahl der Gruppenvergewaltigungen von 2022 auf 2023 um 40 Prozent gestiegen. Würde auf jeden Fall jetzt schon was bringen. Ja, ja, genau, genau. Und das ist einfach so der Punkt, was machen Linke dagegen? Bis jetzt machen Linke dagegen, dass sie einfach so tun, als würde das nicht passieren oder das irgendwie totschweigen. Der Punkt ist, man braucht eine Lösung dafür. Die Lösung der Rechten dafür ist natürlich Abschieben. Für sie ist alles die Lösung Abschieben. Wenn ihr irgendwann ein Comedy-Stück macht, ein Kabarett oder irgendwas, ja, dann, keine Ahnung, was macht der AfD-Wähler, wenn seine Heizung kaputt geht? Abschieben. Das ist einfach immer die gleiche Antwort, egal was passiert. Wie viele Leute braucht man, wie viele Leute braucht es, um eine AfD-Glühende auszuwechseln? Keine einzigen, alle werden abgeschoben. Ausbau, dass Leute überhaupt auch die Chance haben, die gleichen Möglichkeiten haben, was Bildung und so weiter angeht. Nicht, dass es entscheidend ist, ob deine Eltern zu Hause Deutsch sprechen oder nicht, um dir vielleicht zu helfen beispielsweise. Jetzt im Deutschunterricht, wenn die selber kein Deutsch sprechen, wie sollen die dir dann bei den Hausaufgaben helfen beispielsweise? Ich denke, dass es da viele Punkte gibt, wo man auf jeden Fall was machen kann, wo man dann diese Probleme auch automatisch mit bekämpfen würde. Besser als Jugos in Österreich kannst du nicht integriert sein, richtig, absolut. Ich gebe dir vollkommen recht, siehe mich zum Beispiel. Was hat zwei Daumen und ist perfekt integriert? Ja, ich würde schon sagen, wir müssen halt irgendwie die Grenzen kontrollieren oder wir müssen halt irgendwie ein paar Probleme schenken. Ja, wir können halt nur so viele aufnehmen, um die wir uns kümmern können, sage ich mal. Irgendwann sind halt die Asylheime beispielsweise voll oder wenn wir dann noch mehr aufnehmen, man muss sich auch um die kümmern. Was machen sie denn dann, wenn die dann, also stehen die dann vor der Grenze und werden dann von uns dort abgehalten oder wie sieht das dann aus? Das ist wahrscheinlich tatsächlich die letzte Möglichkeit, die Überwachung kann, ja. Ich glaube, das ist halt, ich meine, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja, na, ach nee. Ich rede hier grad plakativ und irgendwie dann auch was haben, was man dann einsetzt, um die Menschen natürlich davon abzuhalten, hier zum Beispiel über die Grenze zu kommen. Ja, safe. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal sowieso ein europäisches Problem. Ich glaube, dass Europa das auf jeden Fall auch gemeinsam lösen muss. Ja, also du kannst nicht auf Leute schießen, die weglaufen, ne. Ganz ehrlich, also ich glaube, wenn wir alle in Afrika leben würden, würden wir auch alle da weg wollen so und würden auch nach Deutschland gehen, sofort. Hundertprozentig. Darauf schießen nicht. Ja, ist halt die Frage, was man macht, ne. Leute, dann einfach vorurteilsbelastet, was du grad gesagt hast, ne. Also Afrika hat auch in den letzten Jahren einen sehr großen Aufschwung erlebt. Ja, aber du weißt, wie ich das meine, halt. Oder Syrien halt, Kriegsgebiet und ne, wirklich. Ja, leider kann man nicht die Ursachen bekämpfen, weil die NATO hat halt Dinge zu erledigen, ne. Kriegsgebiete allgemein einfach, die keine. Ja, und. Oder zum Beispiel vor Katastrophen oder sowas, ne. Ja, genau, safe. Ja, da würde halt die Erfohlen. Aber Afrika hat halt in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt und da sind, also Südafrika gilt zum Beispiel Habe ich mich falsch ausgedrückt? Ich meine schon halt, wenn du in afrikanischen Staaten lebst, wie keine gesicherte Demokratie haben. Deswegen wollte ich dich auch nochmal korrigieren. Ja, davon distanziere ich mich und da geht schon in den Krisen. Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert ist, mich hat eine Mücke gestochen oder Gelse, wie wir sagen. ...gebieten und so. Ja, sowas natürlich, ne. Ja, das kannst du halt nicht machen, ne. Kein Witz. Kannst halt Leute nicht erschießen, wenn die nicht angehen sollen. Das funktioniert leider nicht. Auch wenn wir das machen wollen, ne. Ich zum Beispiel, weil gerade du ja auch gesagt hast, dass gerade Armut der Faktor ist, der für mehr Kriminalität sorgt, würde halt, finde halt dann zum Beispiel so Ideen wie Abschiebungen oder so komplett hirnrissig, weil das halt ein Riesenaufwand ist, den man da betreibt, um dann irgendwie die einzelne Person dann ins Ausland zu bringen, was halt teilweise für Verbrechen eine total exorbitant hohe Strafe ist, wo ich dann halt sage, bekämpft doch lieber die Armut und sorgt dafür, dass die Leute halt irgendwo zur Gesellschaft beitragen können, als dass sie jetzt einfach abgeschoben werden, weil wir so eine komische Idee haben, ja, die Menschen waren halt böse und müssen jetzt hier weg. Naja, es geht ja darum, dass sie jetzt, also ich würde ja trotzdem, es ging ja um das Schwerkriminelle Ausländer zum Beispiel, würde ich ja trotzdem hier bestrafen und in den Knast schicken, aber wenn die dann halt wieder rauskommen, man die Möglichkeit hat, sie dann wieder in Irland zu überführen, dann das machen, ne? Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel gerade mal 50.000 Menschen im Gefängnis. Ja, das ist super. Ich werde noch einer mehr sein bald, aber... Ja, aber wenn du zum Beispiel sowas dann weißt, dass, okay, jetzt gerade aktuell haben viele Menschen eine sehr... Ja, schau, ich habe gerade in den Chat geschrieben, Kuchen ist unironisch linker als Dara. Schlechte Idee von, ja, der Migrationspolitik und glauben wirklich, wir hätten jetzt, also das ist ja für die Deutschen inzwischen das wichtigste Thema geworden, laut Umfragen, dass wir endlich mal diese Migration in den Griff bekommen, obwohl dort am Ende eigentlich gar nicht so die großen Probleme existieren und das wahrscheinlich eher ein Problem ist, was von sozialen Medien oder so aufgebaut ist. Ja, ich würde auch sagen, generell von den Medien, wie du schon sagst, wenn irgendein Ausländer irgendeine Straftat macht, dann gibt es da zehn Sonderberichte zu, wenn jetzt irgendwie Helmut irgendwen vergewaltigt, dann ist das so, vielleicht in der Kreiszeitung so drin, aber sonst wird darüber wenig berichtet, deshalb damals auch ABK sogar mal in einem Video gesagt, das habe ich, da habe ich mir sogar schon zugestimmt. Uh, da regen sich die Rechten jetzt auf. Schon vor zwei oder drei Jahren, ja, es ist schon so, ne, ob das dann jetzt wirklich das Ganze auch so richtig widerspiegelt oder nicht, müsste man sich Studien zu angucken, ne, kann ich jetzt wenig zu sagen. Ja, genau, aber dann wäre es auch gut, natürlich, dass man da mehr Aufklärungsarbeit macht, da würde ich dir natürlich auch irgendwie, weiß nicht, was anraten, dass du da, ne, vielleicht auch mal, vielleicht auch mal dich traust, wenn dann so ein Montana Black oder sowas die ein oder anderen Sachen raushaut, dass du da vielleicht auch mal dich traust, zu sagen, Moment mal, lieber Monte, da hast du vielleicht eine falsche Idee. Nö, also hinter den Abschiebungen stehe ich halt noch trotzdem, ne, wenn du halt ein schönes Leben haben möchtest und du kommst hierher, und wir reden ja von schweren Straftaten, es geht ja nicht darum, dass du mal einen Lutscher geklaut hast, ne, sondern wenn du jemanden vergewaltigst, keine Ahnung umbringst oder so, dann finde ich, hast du dann recht halt einfach verwirkt, hier zu sein, ne, dann verpiss dich aus dem Land, auch wenn das hart klingt, ne. Aber es widerspricht sich ja mit Armut und so und bestimmte verzweifelte Situationen, die sorgen vor allem. Also ich war noch nie, ich habe, bis ich meine erste Freundin hatte, habe ich noch nie einen Vibe geklärt und bin nie, noch einmal ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, so, boah, ich vergewaltige jetzt eine. Also Armut und Vergewaltigung, schwierig. Egal ob Armut oder nicht, du hast keine Frau zu vergewaltigen. Ich würde sagen, dass nicht Armut zur Vergewaltigung führt, sondern die Indoktrinierung der Medien, wenn du mich fragst. Und ja, von Gesellschaftsbildern, die menschenfeindlich sind. Und auch kein Mann und auch keine Kinder. Es geht wirklich um Schwerverbrecher. Ja, aber wir wissen dann trotzdem, natürlich dort, wo die Menschen arm sind, da gibt es auch mehr Gewaltkriminalität, weil Menschen irgendwo sagen, hey, mir ist das doch egal, ich habe ja sowieso nichts, wofür es sich zum Leben lohnt, da kann ich ja machen, was ich will. Schau wie der Schatz fetzt, Alter. Und das führt natürlich dann auch zu mehr Gewaltkriminalität und auch zum Beispiel zu mehr Vergewaltigung leider. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, dass man auch bekämpfen sollte, aber trotzdem können wir ja nicht einfach dann zulassen und sagen, ja, das ist halt die Armut, mein Gott, ne? Aber dafür haben wir dann ja Gefängnisse und wir haben ja das Strafrecht dann immer noch, das will ich ja nicht abschaffen oder so, aber Abschiebung, das geht doch zu weit. Also das kann ja auch, weißt du, wenn jemand unschuldig verurteilt wurde, dann kommt der ins Gefängnis und dann können wir den wieder rausholen, wenn wir das herausgefunden haben, dass er unschuldig ist, aber wenn wir den wieder zurück ins Kriegsgebiet bringen. Ja, das ist doch... Ja, aber der kann es natürlich jetzt nur machen, wenn es wirklich klar ist, ne? Also heutzutage ist ja zumindest schon mal wahrscheinlicher, dass man wirklich Täter findet, als jetzt vor 30 oder 40 Jahren, mit DNA und so. Klar, wenn du jetzt dir nicht so wirklich tausend Prozent sicher bist, dass der das ist, weil er seine DNA da irgendwie liegen gelassen hat oder so, ja, dann kann man, dann würde ich auch sagen, dann ist eine Abschiebung halt zu weit, geht schon um Fälle, wo du wirklich ganz klar sagen kannst, okay, der hat das wirklich gemacht, das ist auf Video beispielsweise oder so, ja. Ja, gibt auch KI und so, ne? Aber ihr wisst schon wieder das meine. Dankeschön für den Verschiegelzappen. Ja, pass auf. Ja, das Problem mit Abschiebungen sehe ich eigentlich ganz woanders. So, wenn man irgendwelche Leute, die kriminell geworden sind und einfach alle abgestochen haben und keine Ahnung, irgendeine Scheiße und dann schieben sie den ab, Alter, keine Ahnung, mir tut es nicht leid um den, ganz ehrlich, muss einfach nicht da sein, ne? Aber wir haben das zum Beispiel bei den Rechten erlebt, die wollen jetzt absolut alle abschieben, die einer anderen Meinung sind. Das heißt, wenn du irgendwie, sie wollen Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die die Staatsbürgerschaft aberkennen, ja? Sie wollen Menschen, die irgendwie unliebsame Punkte vertreten, wie zum Beispiel, da ging es damals zum Serdar Somuncu zum Beispiel, ja? Dass Serdar Somuncu einfach abgeschoben wird zum Beispiel, ja? Und solche Sachen. Das ist dann, das ist dann so praktisch, wer darf Staatsbürger sein, der, der unserer Meinung ist, ja? Wer nicht unserer Meinung ist, darf kein Staatsbürger sein. Das ist praktisch diese Einstellung. Und bei dieser Einstellung, das hat nichts mehr mit irgendeinem Rechtssystem oder Grundgesetz, Menschenrechten oder irgendwas zu tun, das ist einfach, ja, das ist einfach, keine Ahnung, Totalitarismus oder so. Du kriegst von mir das Prädikat Moderata Linker. Danke schön, endlich. Gut. Bist aus dem konservativen Spektrum raus. Leicht links, okay? Leicht links. So werde ich dich auch immer behandeln und immer auch einordnen und damit kannst du dann hoffentlich glücklich werden. Endlich. Aber natürlich, einige Punkte kann man da definitiv kritisieren. Und wenn ich dir natürlich trotzdem so eine fiese Frage mal stellen kann. Boah, Kuchen ist ein Linker, aber Kuchen ist so ein Linker, wie wir Linke sind, so Sarah Wagenknecht Linke. Er loste Linke, die eigentlich rechts sind. Da das Gütesiegel hat er bekommen, genau. 18 Zentimeter. Wie ist das denn mit deinen, ne? Der mit seinen 18 Zentimeter. 18 Zentimeter, bitte. Wie ist das denn mit deinen, ne, ja, deinen Prozessen wegen Volksverletzung? Also, dir ist es ja wirklich sehr wichtig, da immer wieder zu betonen, dass du da nicht verurteilt worden bist, beziehungsweise es nicht rechtskräftig ist, aber einmal ist ja rechtskräftig, ne? Ja, ja, einmal ist es rechtskräftig, aber das weiß keiner. Du bist vorbestraft. Ja. Okay, ne, weil da hab ich so das Gefühl irgendwie, das versuchst du immer ein bisschen unter den Teppich zu kehren oder so. Klar, genau, das weiß ja keiner, ne, das war ja, das war ja, das war ja, das war ja, das war 2016, da denkt immer keiner dran und da kann man natürlich, man spielt die Karten, die man auf der Hand hat, ne? Ja, aber du kannst halt damit wahrscheinlich bayerischer Wirtschaftsminister werden. Ich hätte auf gar keinen Fall Bock darauf. Ich hätte auch noch ein bisschen mehr leisten, aber gerade wenn du dann verurteilt bist, ist natürlich auch irgendwo Street Credibility. Ja, aber guck mal, das Ding ist mit Volksverletzung so, das ist mit Euro-Bubble ja auch immer so als Gegenargument. Ne, ich meine, wenn du jetzt an jemanden denkst, der wegen Volksverletzung verurteilt worden ist und du denkst doch nicht an irgendeinen Typen, der mit 18 Mann Tweet abgesetzt hat, der vielleicht halt ein bisschen zu weit gewesen ist, deswegen check ich auch nicht, dass aus eurer Bubble halt immer so als krass Argument genutzt wird, ja, der Volksverhetzer, weil ihr tut so, als würde ich mit Hakenkreuzflaggen hier irgendwie rumlaufen und brennende Kreuze irgendwo aufstellen und alles, was ich gemacht habe, ist jetzt halt einmal so einen Witz zu posten und dann einmal zu sagen, ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Warum übertreibt man dann immer oder warum ist das dann für euch so ein krasses Wort? Ja, also aus meiner Sicht, also mir ist es, ne, weil wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass das dann irgendwie so eine Jugendsünde ist oder dass man da mal einen Fehler gemacht hat oder beispielsweise, ne, so, bin ich auch manchmal so ein bisschen, dass das wahrscheinlich in dem einen Fall einfach wirklich humoristisch von dir gemeint war und du dann plötzlich Konsequenzen erlebt hattest, mit denen du nicht gerechnet hast. Deshalb wäre das jetzt für mich jetzt auch nichts, womit ich jetzt dir irgendwie großartig, ja, gut, beim ersten Fall wieder an Fein pinkeln würde. Ich habe es jetzt mal aufgegriffen, fieserweise, ne, weil es mich mal interessiert hat, aber auch so ein bisschen, ne, so, ich glaube, da lässt du dich auch so ein bisschen zu sehr von so Chat-Kommentaren oder sowas ärgern. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche anderen Lüge ich gerne damit aufstehen. Ja, Shuyoka hat das ja auch sehr krass gemacht, ne, die dann extra darauf reagiert hat und so jetzt als Beispiel so, ich weiß nicht, Dekadent, glaube ich, hat das auch ein paar Mal gemacht, du jetzt vielleicht nicht, aber ja, im Chat ist das oft. Mich würde das halt einfach interessieren, weil ich finde, das macht halt irgendwie auch den Strafstatbestand der Volksverletzung auch irgendwie lächerlich, wenn du halt jemanden dieses Wort aufdrückst, der halt einen Witz gepostet hat, weil damit ja die richtigen Straftaten, die darunter ja fallen, wie Holocaust-Leugnen oder keine Ahnung, wirklich Ausländerfeindlichkeit oder was auch immer dann auch alles drunter fällt, das wird ja damit komplett runtergespielt, wenn du jemanden wie mich einfach so nennst, weil die im zweiten Verfahren werde ich wahrscheinlich freigesprochen, das will ich auch nochmal kurz sagen. Sieht sehr gut aus. Ja, und beim ersten Mal übrigens war es doch so, ich habe ja, das war ja 2016, ich habe die Strafe viel betroffen. Boah, da brennt sich ja jetzt Dara's Chat, oder? Dara's Chat muss jetzt einfach übelst abgehen, einfach, scheiß Dara, was fällt dir ein, so mit ihm zu reden, ja komm, join mit ihm den Nazi-Club. 300 Euro bekommen und da hatte ich halt gar kein Geld, ne, erst eigene Wohnung gezogen und da habe ich halt gedacht, gut, zahle ich einfach die 300 Euro Scheiß drauf, bin halt nie dagegen vorgegangen, ne. Also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich Volkswetzung ist oder nicht, weil ich halt einfach den Strafbuffet da bekommen habe, ne, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich dagegen vorgegangen wäre. Ja, ja, aber das zeigt auch wieder natürlich, ne, so, wenn man da reicher ist, wenn man da mehr Geld hat, dann kann man ja, was soll ich dir sagen. Am besten heute nicht mehr Twitter öffnen, aha, wird geheult, oder was? Natürlich, also heute hast du wahrscheinlich die Mittel. Also, ich weiß nicht, wie läuft das aktuell bei dir? Sind die Videos alle immer monetarisiert und so? Ja, alle komplett. Die Videos komplett durch, wirklich alle, also wirklich jetzt, sind wir alle auf GurenTV seit fünf Monaten oder so, sind alle grün durchgehend. Wow. Ja, gut, das ist natürlich vorteilhaft, wo ich mir heute denke. Kommt doch hin, halt, in diesem Gespräch, oder geht's nur um diesen Schwachsinn jetzt? Ja, aber das ist natürlich schon so ein Problem, weil ich seh das halt, ne, weil jetzt, jetzt, das, was du da machst mit irgendwie Influencer-Beef oder so, ne. Aber Seller hat geschrieben, er hat Kapitalismus gesagt, geil. Das ist auch nicht so meiner Sicht jetzt irgendwie das Allerkrasseste, aber ich interessiere mich natürlich gerade für die ganze AfD-Propaganda, die ich da irgendwann entdeckt hab, ne, die ganzen YouTube-Kanäle, die ich dir da später schicken werde, die du dir mal anschauen kannst, zumindest laut Social Blade haben die dann teilweise sechsmal so viele oder fünfmal so viele Klicks wie dein Hauptkanal im letzten 30 Tage. Kann sich doch mehr für die AfD machen, glaube ich, ne, scheint gut zu laufen. Ja, das Ding ist halt wirklich, also, keine Ahnung, was, also, ich denk mir halt immer so, hoffentlich kommst du nicht mal auf die Idee, irgendwie gegen Robert Habeck oder so zu gehen, weil, wenn du dachtest, irgendwie der Drachenlord, das ist das, das bringt Klicks oder so, ne, da hat dann irgend so einen linken Abgeordneter, der hat einen YouTube-Kanal, wo er jedes Video sind 200 Klicks und dann hat er ein Video hochgeladen, 60 Sekunden oder so, gegen, ne, irgendwie, was erlauben sie sich, Robert Habeck oder so einen Titel und dann hat er das 200.000 Klicks. Na gut, die sind halt in der Regierung, ne, die sind ja generell jetzt nicht so beliebt, ne, da kann ich mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die halt lieber dann sowas. Ja, aber ich glaube, da ist irgendwie was in, so, ich sag mal, im deutschen YouTube-Algorithmus oder irgendwas im Algorithmus, was halt eben dieses, dieses sehr begünstigt, in zehn Jahren die AfD an der Macht ist, wir könnten jetzt beide in die Kamera sagen, dass wir die AfD toll finden, damit die uns nicht umbringen, wenn die an die Macht kommen, weißt du? Ja. Dann können wir nämlich immer sagen, wir haben, wir haben damals schon gesagt, ihr seid super, das würde mir viel bedeuten dann irgendwie. Ja, genau, aber wir waren danach natürlich trotzdem im Widerstand. Wir waren natürlich im Widerstand, ja, ja, das ist halt, nein, also ich werde, ich werde der Pressesprecher von dir safe. Ja, aber das Ding ist halt, ne, so, weil natürlich auf da, also, es gibt einmal natürlich so Fake News und so weiter, was die Politik beeinflusst, aber, ne, so meine Kritik natürlich an dir wäre, dass du das Ganze halt auch irgendwo mitmachst, begünstigst, jetzt nicht unbedingt, wenn es um große politische Themen geht, aber, ne, da hast du natürlich auch eventuell junge Menschen, die schon beeinflusst werden oder die, wo das kritische Denken irgendwie so ein bisschen, weil, ne, meine Empfehlung ist halt immer, so Meinungsbloggern sowieso am besten nicht glauben, ne, so wenn 10 Sekunden Schlüssel irgendwie so verarbeitet werden. Dara, das ist jetzt heute, glaub mir. Aber, wo steht's erstmal? Ja, ne, aber guck mal, das ist halt, weil du hast ja auch in deinem Video gesagt, schmuggelt 20 Euro an Bezos vorbei. Dara, mein Lieblings-Comedian-Capper. Ja, Dara ist einfach, Dara ist einfach der psychologisch interessanteste Charakter im Internet und das, obwohl Kirchow existiert. Ja, das muss man schon so sagen. Und das, obwohl Kirchow existiert. Ja. Danke, Doji, Bruder, für den 20er. Vielen Dank. Danke für den Support. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke euch allen für den, ähm, den Support heute. Danke. Dankeschön. Vielen Dank dir. Wenn ich nach rechts bin. So, ich meine, natürlich mache ich halt auch natürlich Videos gegen diese Funk-Dokus und so weiter, aber findest du nicht, dass gerade so dieser Feminismus und auch diese Talking-Points über Rassismus und so halt irgendwie auch langsam immer übertriebener werden? Also zum Beispiel, ein Funk-Kanal hat ein Video gemacht, Wandern ist rassistisch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und ja, wirkst da Wandern ist rassistisch, weil Schwarz haben im Durchschnitt weniger Geld und die Sachen kosten ja Wanderschuhe und so weiter, die man sich kaufen muss. Ja, bis diese Aldi-Nord-Geschichte passiert ist. Wandern gehst du halt fast nur Weiße. Also ich finde, das zieht halt den Rassismus komplett in den Dreck. Weil Wandern ist halt nicht rassistisch. Ja, wie gesagt, das ist halt wie mit deinen YouTube-Titeln mit irgendwie so und so Hetzt gegen was weiß ich werden. Das ist auch Clickbait vom öffentlich-rächlichen Rundfunk, weil die müssen halt auch irgendwie... Nein, die haben wirklich argumentiert, dass Wandern rassistisch ist. Ja, ja, klar, natürlich. Das kann man auch machen. Das ist vollkommen legitim. Das zieht doch Rassismus in den Dreck. Die Leute, die das sehen, haben doch keine Lust, sich mit wirklichem Rassismus auseinanderzusetzen. Und er soll ja nicht auf Quote angewiesen sein. Genau, genau, aber das ist ja leider, weil das System so gestaltet ist. Also dafür müssen wir das System verändern. Ich glaube, der wahre Rassismus ist, dass einfach die Einheimischen irgendwie so sehen, hey, die gehen nicht wandern. Das ist bestimmt, weil sie arm sind. Nein, es gibt ja auch irgendwie Kulturen, zum Beispiel, wo ich mit meinem Kameramann in Bosnien war, wo wir einfach gedreht haben, ja, den Film. Und er hat, irgendwie so, wenn wir nicht gedreht haben, hat er gesagt, ja, ich gehe ein bisschen in den Wald, ich gehe ein bisschen wandern in den Wald. Und dann habe ich so Leute in dem Dorf getroffen, wo wir waren, und die haben gefragt, hey, wo ist der Kameramann? Da habe ich gesagt, er ist in den Wald gegangen. Da haben sie gesagt, was ist er? Er ist in den Wald gegangen. Mit wem? Alleine. Warte mal, er ist alleine in den Wald gegangen? Was stimmt mit ihm nicht? Ach so, nein, das sind die Österreicher, die wandern gerne alleine durch den Wald. Ja, ist verrückt. Kein Mensch macht sowas. Das ist doch dumm. Warum sollte man sowas machen? Also so, Bosnien wirst du auch nicht treffen, dass sie wandern gehen. Nicht, weil sie arm sind, da sind sie auch, das stimmt schon, aber der Punkt ist einfach, dass es für sie, wenn sie in den Wald gehen, gehen sie mit Freunden in den Wald, nehmen Bier mit und Fleisch und das grillen sie dann dort im Wald. Sie sehen keinen anderen Grund, in einen Wald zu gehen. Sie verstehen das einfach nicht. Ja, so, also es könnte auch da anliegen, Justine. Nein, aber das schaffst du halt nicht, wenn sozusagen der Hass gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halt immer krasser wird. Ich kann das nachvollziehen, dass das einen nervt oder dass man das übertrieben findet vom Wortlaut her, aber man kann halt schon, also ich finde jetzt, also man kann... Du sagst, war er auf der Suche nach Minen, Alter, bei seinem fucking Glück. Ey, der kann froh sein, dass er lebendig rausgekommen ist. Den haben sogar Streunerhunde gefressen, Alter. schon als vernünftiger Mensch sich das anschauen und sagen, okay, die meinen jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie, dass man nicht mehr wandern sollte oder weiße Menschen... Nein, darum geht es ja. Das ging ja nicht darum. Sondern, dass es dort eine Ungleichheit gibt. So würde ich das interpretieren. So, das heißt, manche Menschen haben weniger Teilhabe daran. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, würde jetzt keine Reportage darüber machen, aber ich kann mir genau vorstellen, wie sowas halt eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entsteht, weil sehr häufig passiert sowas durch Kompromisse. Das heißt, man würde gerne wieder eine Reportage machen über, hey, lass mal deutsche Wohnen enteignen. Und dann kommt halt der Intendant und sagt, boah, das ist mir viel zu radikal. Da werden wir noch als Superlinks wahrgenommen und das möchte ich nicht. Und einseitig, mach bitte eine Reportage über irgendwas, über irgendwas Seichteres. Und dann sind die so, ja, wandern. Okay, machen wir mal wandern. Das war keine Reportage, das war so ein Instagram-Video, eine Minute auf so einem ganz komischen Kanal. Aber ich meine, guck mal, ich glaube, wir sind ja grundsätzlich für Feminismus und gegen Diskriminierung und so, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, und mein Weg dagegen umzugehen, mein Weg dagegen vorzugehen, ist halt auch diese radikalen Leute einfach zu kritisieren. Weil, ich weiß gar nicht, BR hat auch mal ein Video gemacht, was rassistisch ist. Und da war irgendwie so ein Punkt, ja, im Supermarkt gibt es kaum Schminke für dunkelhäutige Menschen beispielsweise. Das ist ja der Kapitalismus einfach so. Und dann natürlich packt ein Supermarkt nicht 30 verschiedene Dinge für dunkelhäutige Menschen da rein, weil es kauft ja keiner, weil wir hier kaum dunkelhäutige Menschen haben. Das würde ja einfach da rumstehen. Das hat ja nichts mehr Rassistisch zu tun. Richtig, aber gerade ja, solche Reportagen können natürlich kaum verteidig das nicht. Warum verteidigst du das? Darauf ein Licht lenken und dann denken sich die Firmen, vielleicht sollten wir da mal nachliefern. Oder es gibt dann auch mal größere Kritik daran und dann werden halt auch mal bestimmte Personen gehört. Ja, Dara, ändern wir den Markt, indem wir unser Kaufverhalten ändern, Dara, du Linker. Die Barz-Community hat jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen. Kuchen einfach erstaunlich basic. Ich sage, Kuchen ist mehr links als Dara. Wo Kuchen gesagt hat, ich bin mehr links als Proletopia, hat er nicht recht gehabt. Aber wenn er sagt, er ist mehr links als Dara, definitiv, 100%. Sehe ich auch so. Diese Nachfrage überhaupt an den Markt zu bringen beziehungsweise die zu äußern, weil die Unternehmen wissen ja auch nicht immer automatisch, was sozusagen die Nachfrage der Bevölkerung gerade ist. Und ich glaube, seitdem hat sich das auch nicht geändert. Ich glaube nicht, oder? Seitdem das mehr thematisiert wurde. Warum sollen die das denn liefern ohne Markt? Es gibt ja einfach keinen Markt. Das ist so, keine Ahnung, wenn jetzt ein Schuhhändler sagt, ja okay, es gibt doch einbeinige Leute, jetzt verkaufe ich Schuhe einzeln. Dafür sind die Markt einfach nicht da. Wir haben, wir haben, ich glaube, über eine Million Menschen, die schwarz sind, ja in ganz Deutschland. Genau. Und in Berlin wird es auch bestimmt Shops dafür geben, bin ich mir sicher. Aber kein jetzt in Braunschweig, boah, hier sind keine Ahnung, lass es tausend schwarze Leute sein oder so. Aber nach der Logik, dann lohnt es sich ja gar nicht jetzt, wenn jeder DM-Markt hier diese Sachen drin hat. Ja, aber nach der Logik könnten wir auch irgendwie sagen, wir produzieren keine, oder warum werden Rollstühle eigentlich produziert, wenn eigentlich das... Ja, aber es gibt ja nicht überall, es gibt ja nicht einen Laden, der jetzt nur Rollstühle hat und da sind dann 5000 Stück oder so, sondern das sind ja dann diese Sanitätshäuser oder so, die das ja in Großlagern haben und dann nach ganz Deutschland liefern. Ja, genau. In Online-Shops gibt es auch Schminke für dunkelhäutige Menschen zu kaufen. Ist ja auch richtig, muss ja auch so sein. Aber es lohnt sich halt nicht, in jedem Laden der Welt da irgendwie eine große Palette halt hinzustellen, auch wenn es mir natürlich für die Leute leidigt wird. Doch, 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 doch. Mach es einfach, mach es einfach. Oder bist du Rassist, mach es einfach. Weil klar, ich kann schon mir vorstellen, dass es Kacke ist, wenn du dir jetzt Schminke holen möchtest und für deine Hautfarbe gibt es nichts. Natürlich ist das schade, aber es ist ja verständlich von den Firmen, dass sie das halt einfach nicht abdecken können. Ja. Ja, wie gesagt, da kann man halt irgendwelche Lösungen für finden, aber jetzt finde ich das auch nicht so brisant, dass wenn der öffentlich-rechte Rundfunk mal so eine Reportage oder ein Post oder was weiß ich was dazu macht, dass man sich jetzt da großartig drüber aufregen müsste. Vor allem die Frage ist auch, wenn das so eine Lücke in unserem Markt ist, dann mach doch mal einen Schub dafür auf, Alter. Das ist sicher doch mit dem nicht verdient. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel von mir. Da kann es ja ganz viele verschiedene Gründe dafür geben, vielleicht wissen es die Unternehmer auch bis heute nicht. Und so ist es dann. und da müssen sie vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden. Und es gibt ja ganz viele Reportagen, auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Wallraff bei Burger King reingeht und dort halt eben bestimmte Machenschaften aufdeckt, dann sorgt das ja auch dafür, dass die Leute halt eventuell sich denken, vielleicht mal nicht mehr bei Burger King einkommen. Ja, Bro, du kannst ja jetzt nicht Burger King damit vergleichen, dass es keine Schminke für dunkelhäutige Menschen bei DM gibt. Ich meine halt nur, dass es immer wieder Reportagen und Dokumentationen und was weiß ich, was für Medienbeiträge gibt, die sich damit befassen, die die Wirtschaft sozusagen kritisieren und jetzt nicht unbedingt neue Gesetze oder sowas fordern, sondern einfach das einfach auf ein Problem aufmerksam machen und dann Unternehmen dann eventuell auch ihr Verhalten ändern, nachdem das überhaupt mal thematisiert wurde. Ja, ich meine, guck mal, das finde ich vorteilhaft. Und dann kann man halt auch mal sagen so, hey, dann haben die da eine Reportage darüber gemacht und dann, also was soll ich mich darüber aufregen und dann sollen die Unternehmen damit machen, was sie wollen. Ja, aber du siehst ja. Dann ist das deren Ding, wenn sie reagieren, ist doch schön, weil eigentlich ist es doch irgendwo besser und auch dort, wo jetzt gerade zum Beispiel keine schwarzen Menschen leben, vielleicht leben sie ja dort nicht, weil es zu wenig Produkte gerade für sie gibt oder so. Und das bezieht sich ja nicht nur aufs Schminken, sondern es können... Das ist ja genau das da. Du haust die gesamte linke Arbeit, den ganzen Kampf für Gerechtigkeit, unter den Bus, weil du unbedingt darauf bestehen musst, dass Leute Pflaster im Kapitalismus in ihrer scheiß Hautfarbe haben. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das verteidigst. Das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht einfach mich hinstellen und einfach sagen, hey, weißt du, Schau mal, ich habe auch ein bisschen einen anderen Hautton als, ich weiß nicht, als KuchenTV. Ja, KuchenTV und ich haben wahrscheinlich nicht den gleichen Hautton. Boah, ich fühle mich, ich habe einen Migrationshintergrund. Weißt du, ich fühle mich fucking diskriminiert, dass ich einfach, wenn ich mir wehgetan habe, dieses Ding nicht einfach mein Blut stoppt, sondern es soll auch wie meine Haut ausschauen, wie meine beschissene Haut soll es ausschauen. Was geht? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Irgendwas einfach. Könnten ja auch andere Sachen sein, wo man ihre Nachfrage sozusagen ignoriert. Und am Ende des Tages ist es für mich so eine Kleinigkeit, da ist für mich einfach nicht der Rede wert, mich um solche... Stimmt, ich bin ja auch BOC, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. ...Beiträge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks irgendwie überhaupt zu scheren. Und wenn die jetzt nur sowas machen würden und niemand, weißt du, bei Arte, da gibt es große Dokumentationen über die Arbeiterbewegung und es gibt dort natürlich auch Beiträge darüber, irgendwie die Betrugsmasche von Lieferando und es gibt... Naja, weil er gewinnen will, stehen alle Linken wieder als Vollidioten da. Immer das Gleiche, Mann. Immer das Gleiche. Das ist genau das fucking Problem hier. Hey, weiß nicht was, G20-Gipfel, Deutsche Wohnen enteignen, RWE enteignen oder alle möglichen großen Themen, die aufgemacht werden, da kann man auch mal sich um das ein oder andere kleine Thema auch mal kümmern. Ja, guck mal, ich glaube, das hat meinen Punkt nicht so ganz verstanden. Mir geht es halt darum, dass... Nein, 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 er will den Punkt nicht verstehen, weil er einfach politisch gewinnen will. Verdammt nochmal. Gute angesprochen werden, die halt offensichtlich nicht rassistisch oder sexistisch sind. Ich weiß nicht, ob du von PULS diese Reportage kennst, wie sexistisch Gaming ist. Und dann schneiden die das, also die haben erst ein Experiment, dass sie gucken wollten, okay, wie oft wird die Frau beleidigt, wenn sie redet. Dann wurde sie den ganzen Tag nicht beleidigt. Dann irgendwann haben sie gesagt, okay, unser Kollege beleidigt mich jetzt online und dann beweisen wir, dass sich keiner für die einsetzt. Also die haben das Experiment die ganze Zeit so gedreht, dass die irgendwie noch im Recht sind und sowas packt doch einfach so irgendwie... Das kannst du dich gerne kritisieren, wenn du sowas auch zeigen kannst. Wenn du damit sagen willst, es gibt so viele schlechte Funkdokus, die doch einfach mit genau sowas Sexismus oder Rassismus komplett in den Dreck ziehen. Da siehst du... Ja, der Punkt ist, dass sie mit den gleichen Methoden arbeitet wie seine Bubble. Doch, an den Bewertungen, auch bevor ich Videos dazu mache, haben die so eine schlechte Bewertung, die haben 0,3% Likes. Immer doch, die werden tot gehält, bis zum Geht nicht mehr. Ja, das kann ich schon, aber das ist so aus meiner Sicht halt einfach kein Bewertungskriterium. Ja, aber guck mal, das ist doch klar, die Leute haben doch dann irgendwann keinen Bock mehr daraus, sich damit zu beschäftigen. Warum werden da nicht wirkliche Probleme? Es ist ja nicht so, dass wir keinen Rassismus haben. Wir haben ja Rassismus offensichtlich und dann setzt du dich dafür ein, ja, aber hier, ich will jetzt, dass bei DM aber auch hier Schminke für Schwarze ist. So anstatt, dass mal das, was dagegen getan wird, dass, keine Ahnung, dunkelhäutige Menschen auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden beispielsweise. Da könnte man halt was zu drehen. So, es werden irgendwelche Probleme geschaffen, die gar nicht existieren und damit redet man gar nicht mehr über die richtigen Probleme. Ja, geht. Wie gesagt, also ich glaube, dass es, also erst mal, wenn dort irgendeine Funk-Doku oder Reportage Fehler aufweist oder die Quatsch gemacht haben und man das sieht, ja, klar, kann man das gerne kritisieren und aufzeigen. Das sollte man aber auch immer sachlich machen und da habe ich dann bisher erlebt, dass Meinungsblogger da ganz gerne mal übers Ziel hinausschießen, was eben zu irrationalem Hass führt und nicht wirklich dazu, dass dort die, dass dort irgendwie wirklich sachliche Kritik auch bei den Zuschauern ankommt. Das heißt, dass man da sachliche Kritik übt. Also ich habe das immer gemacht. Ja. Du sagst nein, ich weiß, weil wir da wahrscheinlich eine andere Meinung haben oder, aber ich bin der Meinung, dass ich das schon ordentlich mache. Ja. Und genau, andere eben nicht. Also es gibt halt eben auch zig YouTube-Kanäle, die gerade im rechtsradikalen Spektrum sind, denen ist scheißegal, wie gut Funk ist. Die nervt das einfach, dass öffentlich-rechtliche Medien existieren. Also weil die einfach, die öffentlich-rechtlichen Medien wurden ja etabliert. Ja, Funk, der von allen bezahlt wird, kann sonst so scheiße sein. Er kann noch so vollkommen verblödet sein und noch so viel Scheiße labern und einfach vollkommen Menschen verblöden von Geldern, wie gesagt, die alle bezahlen. Aber, weil es einfach mit dem politischen Sinn vom Beschützen des öffentlich-rechtlichen geht, sollten wir das vollkommen ignorieren. Und, um gegen die Rechten zu kämpfen, sollten wir uns trotzdem auf die Seite von dieser Dummheit stellen. Ja, guter Plan. Das wird sicher gut aufgehen. Keine Frage. Als Lehrer aus der Nazi-Zeit, damit wir eben Medien haben, die weder privat wirtschaftlich sind, noch vom Staat gelenkt werden. Und deshalb... Ja, die weder vom Staat gelenkt werden. Wo trifft das bitte auf die öffentlich-rechtlichen zu? Junge, was redest du? Wer ist diese Person, die in den Chats schreibt, ihr habt dieselbe Meinung, redet nur aneinander vorbei? Ich liebe diese Leute, das sind die coolsten. Zwei Leute stehen da, haben vollkommen unterschiedliche Ansichten zu Dingen. Und er so, hey, ihr habt doch vollkommen dieselbe Meinung, ihr redet nur aneinander vorbei. Gibt's nun mal das. Und, naja, da gibt's halt auch echte Nazis im Internet, die finden das halt ziemlich mies, dass es solche Medien gibt und hätten die gerne weg und deswegen schießen die dagegen, egal was ist. Ja, aber kannst du es nicht verstehen, dass das... Wie würdest du Funk fixen? Naja, genauso wie ich die gesamten öffentlich-rechtlichen fixen würde. Nämlich einfach auf die Art, dass ich sage, hey, wenn ihr politisch-ideologisch werdet und in irgendeiner Form anfängt einfach herumzuscheißen und irgendwelchen Dogmatismus zu verbreiten, egal in welcher Form, sei es für die NATO oder sei das für die, keine Ahnung, Feminismus-Manspreading oder für den deutschen Volkskörper, es ist mir scheißegal, in welche Richtung es geht, werdet ihr einfach defundet. Okay? Das ist einfach, wie ich das machen würde. Dass Leute dann abgefuckt sind, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, wenn es immer so übertrieben dargestellt wird, das ist ja mein Punkt. Natürlich gibt es rechte Leute, die AfD und so, gegen die öffentlich-rechtlichen Safe stimme ich dir komplett zu, aber es geht mir einfach darum, dass halt irgendwo Probleme geschaffen werden, wo keine sind und wenn du jetzt so ein Durchschnittsnutzer bist, der jetzt nicht viel mit Politik zu tun hat und immer wieder hörst du von da, das ist rassistisch und das ist rassistisch und das ist sexistisch, dann hast du doch irgendwann keine Lust mehr, dich wirklich mit dem Problem zu beschäftigen. Das heißt, du machst ja genau das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest, dass die Leute sich auch immer denken, ja, scheiß drauf, es ist irgendwie alles rassistisch. Als Linker müsstest du eigentlich dagegen kämpfen, weil sie einfach deinen Namen beschmutzen. Mir egal, ich sag jetzt wieder Endwortkuss. Ja, aber irgendwer würde es halt, also irgendwo finde ich immer einen, irgendwo in den sozialen Medien, der halt übertriebene Takes hat. Also was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, das ist die Geissen, die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ja klar, was ich in letzter Zeit mitbekommen aus der Woken-Bubble, so ist halt irgendwo, der Pepe, der soll jetzt wieder weg. Ja, also der Pepe, der ist rechts und das nutzt man jetzt nicht mehr. Frösche Allgemeinsinn übelst rassistisch. Alter, hast du schon mal Frösche mit einem Hasen chillen sehen? Ja, ich weiß, aber Grünhäutige sowieso. Die essen sogar Insekten, die leben nicht mal vegan. Ich weiß, und das, was die da in ihrem, also Drain was Thomp, also sag ich immer, damit die Frösche halt nichts mehr zum Leben haben. Aber so oder so, finde ich das halt natürlich dann, also es sind so Momente, da denke ich mir auch, okay, ihr habt euch da vielleicht alle mal ein bisschen kaputt gewoket. Also das ist super albern, also was hat man denn da irgendwie gewonnen, rechts ist? Also man benutzt halt diesen lustigen Frosch nicht mehr. Das ist ja, also ich finde den super. Ich finde den super, wenn die Leute das halt in Chats spammen und es macht halt jeden Chat eigentlich ein bisschen... Seht ihr, wie er progressiv wird? Witziger. So, aber, ja, so was gibt es dann. Irgendwer schlägt das immer irgendwo vor. In irgendwelchen, bei Millionen von Menschen, die in diesem Land leben oder generell im Internet unterwegs sind, gibt es immer irgendwen, der sich, oder gibt es immer eine Masse an Leuten, die sich mit Dingen beschäftigen, wo ich halt sage, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Das Ding ist aber, dass ich jetzt trotzdem dann einfach selber die Themen in den Vordergrund stelle, die ich besser finde, weil sonst gerät man sowieso irgendwann in so einen Sog, wo man eigentlich nur noch anfängt, beispielsweise übertriebene Rassismuskritik oder Antirassismus zu kritisieren, zum Beispiel bei irgendwie Funk, was du eben angesprochen hast, anstatt dass ich wirklich andere Lösungen anbiete, die dann eventuell diese schlechten Ideen, nennen wir sie mal, wie auch immer man sie bewertet, verdrängen, weil... Aber der Punkt ist einfach, du kannst sie nicht verdrängen, die sind staatlich finanziert, die geben urviel Geld für Werbung aus. Es wurde ja nachgewiesen, dass sie Werbung entschalten auf YouTube und auf Facebook und was weiß ich sonst wo. Irgendwelche Funk-Formate, ich weiß nicht mehr, wer das war. Was willst du mit denen mithalten, Alter? Wo, wie? Ja, so am Ende des Tages jubeln mir halt die Rechten zu, wie ich den ganzen Tag gegen Funk gehe. Ja, aber wenn die Rechte zujubeln, weil du gegen Funk gehst, dann können sie selber nicht gegen Funk gehen, dann bringt ihnen das nichts, weil du nimmst ihnen einfach den Raum weg, weil du das machst. Wenn du gegen die Rechten bist, dann spreche die Probleme an, weil dann können sie nicht damit punkten, dass sie über etwas reden, worüber niemand redet, was aber für alle ein Problem ist. So. Und dadurch werde ich jetzt aber nicht um die Transfrau bekämpfen oder sowas. Ja, gut, weiß ich nicht, sonst kann ich dazu nicht so viel sagen. So, die letzte Frage, die ich vielleicht noch hätte, würdest du sagen, es ist Transfrau, wenn man keine Transfrau daten möchte? Also, ja, weil du solltest halt grundsätzlich nicht irgendwie sagen, die und die Gruppe an Personen, die sollte ich nicht daten. Was? Hä? Was? Wieso? Ich kann doch daten, wen ich will, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer gefällt dir, wer gefällt dir nicht? Und dann ist das so. Du kannst nicht sagen, ich hätte gerne als Mann jemanden mit einer Vagina. Okay, das kannst du natürlich gerne sagen. Aber ist das nicht genau das, dass du plötzlich eine Gruppe selektierst, wenn ich einfach sage, hey, ich stehe auf Frauen. Hey, komm, du homophobes Arschloch, date doch mal einen Mann. Ja, aber ich stehe nicht auf Männer. Du bist eine homophobe Sau. So, okay, bro. Aber, und dann auch, also, dass du, wie gesagt, was wäre denn die Alternative, dass wir Menschen zwingen, irgendwen zu daten, den sie nicht daten wollen? Das geht ja nicht, ne? Ja, eh, weil es ist doch nicht transphob, oder? Ja, wie gesagt, wenn du halt einem Menschen begegnest und die Person ist trans und du findest sie nicht attraktiv, dann date sie nicht. Also, das war es halt. Aber dass du halt pauschal von vornherein der Meinung bist, dass es keine trans Person geben wird, die du attraktiv findest, das ist, finde ich, dann merkwürdig. Ja, gut, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal sage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche halt ne, ich will Kinder, auf jeden Fall eigene Kinder, nicht irgendwie adoptiert oder sonst irgendwas, so, dass, also trans Frauen können ja keine Kinder bekommen beispielsweise, dann ist es doch nicht transphob, wenn ich sage, ey, ich kann halt nicht mit einer trans Frau daten, weil ich komme da nicht zu meinem Ziel, was mir im Leben das Wichtigste ist und zwar Kinder zu haben beispielsweise. Ja, aber du kannst ja auch eventuell ne Cis-Frau treffen, die keine Kinder kriegen kann, ja, die ist dann genauso raus. Ja, die ist dann genauso raus. Ist aber dein Kriterium, du würdest gerne jemanden treffen, der keine, der Kinder bekommen kann. So, da kannst du natürlich auch schon irgendwie argumentieren, ist vielleicht ein bisschen assi, aber ist noch wesentlich okayer, als wenn du pauschal irgendwie trans Menschen ablehnst, weil, ne, Menschen können halt in allen möglichen Formen und Farben und mit Körperteilen kommen und da solltest du dich, ne, weil ich, also wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass man dann sagt, hey, wenn der, ich mag nur blonde Frauen oder so. Ja, wenn man, wenn man eben nur auf dem Typus steht, dann ist das so, du kannst natürlich jetzt argumentieren, es ist diskriminierend gegenüber den anderen oder so, aber deswegen sollte man halt einfach grundsätzlich nicht Gruppen sozusagen ablehnen, sondern einfach, wenn dann einzelne Personen, also das, ne. Aber du hast doch gerade zugestimmt, warum gehst du schon wieder zurück? Begegnet jemand, du findest ihn nicht attraktiv und dann datest du die Person nicht. Ja, aber ich kann mir ja vorstellen, also das ist so kein, also ich kann mir ja schon vorstellen, also erstmal natürlich, wenn jetzt halt eine Transfrau zum Beispiel noch nicht ihre Umoperation hatte, weiß nicht, ich glaube ich, das finden halt dann zum Beispiel Cis-Männer halt einfach nicht attraktiv, dass er dann nicht transphob, wenn ich sage, ich möchte jetzt keine Person im Bett haben, die zum Beispiel einen Penis hat, das würde ich jetzt nicht transphob nennen zum Beispiel. Wie gesagt, du willst halt keine Person daten, die einen Penis hat dann. Ja, okay, also es wird einfach immer so gedreht, egal was ich sage, es wird einfach gesagt, also so allgemeine, also du solltest halt einfach nicht von vornherein trans Menschen ablehnen, sondern du solltest dann, äh, einfach generell, du, äh, also ich mach das übrigens nicht, ich sag das, die Alternative wäre ja, irgendwie man zwingt dich, jemanden zu daten, den du dich daten möchtest, damit du dich nicht diskriminierst, das ist ja auch albern, geht ja nicht. Ja, ich würde mal sagen, also ich hab nichts dagegen, also ich würde eine 10 von 10 würde ich auch daten, auch wenn den Penis hat, das ist mir, das ist mir gar nicht egal, ganz ehrlich, also wirklich, das ist mir egal und jeder, der was anderes sagt, ist einfach in seiner toxischen Männlichkeit festgefahren. Wie gesagt, so, aus meiner Sicht, ähm, solltest du einfach nicht jetzt irgendwie pauschal sagen, die und die Gruppe von Menschen, die date ich nicht, sondern, wenn dir jemand, wenn du jemanden attraktiv findest, dann findest du ihn attraktiv, wenn du ihn nicht attraktiv findest, findest du ihn nicht attraktiv. Ja, ja gut, ja, dann. Ich finde, das ist halt am besten, am Ende die beste Lösung, äh, dazu zwingen, äh, Menschen dazu zwingen, irgendwen zu mögen. Kannst du nicht? Äh, aber wir werden die Gruppe abzulehnen, hat halt immer so diese Message, irgendwie, ähm, diese, das hat halt immer irgendwo so einen gewissen Unterton, der, äh, ja, am Ende des Tages halt diese Menschen halt extrem verletzt, wenn man das so ausdrückt, ne, aber Menschen, dass, wenn du jetzt eine Einzelperson sagst, ich mag, sorry, ich find dich nicht attraktiv, ich möchte dich nicht daten, damit muss eine Person dann klarkommen. Okay. Aber das ist dann halt eben, du triffst damit halt, weil du triffst am Ende nur eine Person, aber wenn du halt sagst, äh, die und die Gruppe date ich nicht, dann ist das natürlich für dich als Influencer auch immer, ne, du bist da, ne, du beeinflusst damit eventuell Menschen, die das dann nachmachen, die das genauso sehen, auch wenn das vielleicht gar nicht ihr Ding ist und, ähm, ja, du verletzt damit eventuell wesentlich mehr Menschen, als du jetzt verletzt hättest, wenn du nur einer Person sagst, sorry, ich find dich nicht attraktiv. Okay, ja, weiß ich nicht, wir hätten ja gesagt, eineinhalb Stunden sind wir schon ein bisschen drüber, ich weiß nicht, ob du noch was hast zum Ansprechen, sonst würde ich sagen, hab ich eigentlich einen nice Talk gehabt, so. Äh, ja, ich wollte noch, ich wollte noch, äh, fragen, glaube ich, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen springen, das würde mich noch interessieren, würde ich mal gerne so erörtern, ob ich eigentlich, ob ich eigentlich woke bin, weil ich werde ja immer zu der Woken Bubble von dir gezählt und dann würde mich dann einfach interessieren, wie du das definierst und wann du jemanden, Ja, äh, ich werde das jetzt beantworten, damit du uns das nicht schaust, schaust, Tim ist schon eingegangen, einfach so, oh ey, da muss ich jetzt schon weiter mit dir reden, so, hey, äh, ja, du bist woke, und zwar, du bist pseudo woke, was macht dich das dazu, ja, äh, was dich dazu macht, ist genau dieser Punkt, dass du zum Beispiel so herumläufst und diese Pflasteraktion von Funk verteidigst, dass du herumläufst und dass du einfach, äh, sozusagen nicht verstehst, dass die woke Bewegung von Kapitalisten ausgenutzt wird für kapitalistische Interessen, und du dich auf jede Seite stellst und einfach mitfieberst, obwohl du, äh, nein, weil du nicht sehen kannst, äh, dass sie sich, ähm, dass sie sozusagen diese Bewegungen ausnützen. Weiters stellst du dich dorthin und für deine Agenda, die ja eigentlich woke ist, gehst du über die Interessen der Einzelnen drüber, wie zum Beispiel einer Shurioka, und sagst, ja, sie möchte zwar jetzt nicht hier benutzt werden und eigentlich nicht genannt werden und eigentlich möchte sie nicht, dass ich irgendwas mit ihr zu tun habe, aber sie muss jetzt dafür verwendet werden, einfach für die Agenda, ja, und das ist das, was dich, was dich, äh, für mich, einem Pseudo-Linken und einem Pseudo-Woken macht, ja. irgendwie überhaupt dazu ordnen. sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, woke sein ist irgendwie, sag ich mal, fass ich mal zusammen für, ähm, für eure Bubble, weil ihr alle irgendwie so die gleichen Werte vertretet, es wirkt so wie so ein Circle-Jerk, sag ich mal, der so super links ist, so, das ist so nicht dieses so, man ist mal halt ein bisschen politisch links, sondern ich hab so, auf jeden Fall das Gefühl, dass ihr, ich sag mal, sobald jemand mal einen linken Punkt nicht hat, das kommt halt so rüber, ne, der ist halt sofort rechts, ne, man ist irgendwie für, also man nimmt gar keine Kritik an von, von anderen Leuten, alles was nicht komplett links ist, ist komplett schlecht, alles ist rassistisch, alles ist sexistisch, ne, so ungefähr würde ich das halt sagen, weil zum Beispiel auch in den ganzen Reactions, die ihr zu mir gemacht habt, also es gab glaube ich auch nicht einen einzigen, das ist auch für mich Pseudo-Woke, aber ja. Punkt, wo ihr mir mal zugestimmt habt, ähm, und ihr vertreten halt die gleichen Werte, ne, mir ist selber bewusst, dass Woke-Bubble nicht der perfekte Begriff ist, da haben wir auch schon im Stream drüber geredet, da bin ich mir auch dessen bewusst, dass es das nicht so wirklich zusammenfasst, ähm, das Ding ist, man muss natürlich Leute irgendwie halt zusammenfassen, so, ne, man muss ja wissen, um wen geht es, und da würde ich sagen, dass Pseudo-Link, Woke das schon ganz gut zusammenpasst, äh, zusammenfasst. Ja. Äh, Gürteltier schreibt eh Pseudo-Links, so. Aber, ich weiß nicht, trifft das auf mich zu? Also, oder meinst du? Pseudo-Link, würde ich schon sagen, dass du Woke bist. Pseudo-Link, yes! Yes! Lou hat 10 Euro an Bezos vorbeigehaut. Danke, Lou! Vielen Dank für den Support, danke für den Zehner. Danke euch allen. Heute ist ziemlich was zusammengekommen, vielen, vielen Dank. Danke für den Support. Danke an euch alle nochmal. Dankeschön. ...distanziert, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass das so da haben. Ich bin ja auch derjenige, der jetzt mit dir in die Diskussion geht. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Woke-Leute mit mir nicht in Diskussion gehen, also das wäre jetzt kein Grund für mich zu sagen, du bist jetzt nicht Woke. Okay, gut, aber was ist es dann? Was ist jetzt das, was mich jetzt von, also jetzt, keine Ahnung, was ist denn die Alternative? Okay, man ist irgendwie links, aber Pseudo-Link schreiben Leute rein, aber du bist ja schon links auf jeden Fall, ne? Genau, aber das spielst du ja meiner Meinung nach selber. Du bist ja auch links sozusagen, haben wir ja gerade eben festgestellt. Aber du bist ja nicht Woke. Ne, obwohl ich ja auch wachsam bin eigentlich, ne? Ich würde sagen, kommt drauf an, wie man das Wort halt definiert. Für mich ist es halt einfach dieser Zusammenschluss, dieser Bubble, die, egal welche Kritik kommt, nichts annimmt, extrem links ist. Ja, dumm links ist jetzt schon wieder beleidigend, aber schon so dieses übertriebene Links, so man selber ist immer der Beste, so dieses Gutmenschengetue, so dieses übermäßige Tolerantsein und alles, was was irgendwie anders denkt, ist ganz dolle doof. Mhm. Ich gucke ja auch gerade, was mein Chat da sagt, ja so, ich weiß nicht was, kam, also kam ich jetzt so rüber oder vorher oder jetzt aus meiner Sicht, Ich würde ja, mich würde ja auch interessieren, nur viele Leute schreiben Pseudo-Links, großartig. Wie ich dich zum Beispiel kritisieren könnte, dass dann beispielsweise nicht irgendwie so ein Video kommt, wo ich, wo du dann super ausfallen wirst und wo du eher sitzt, hey, danke für die Kritik, nett, dass du mich darauf ansprichst. Soweit kommt es noch, jetzt habe ich so ein Video. Ja, weil ich sage es mal so, wenn das mit dem. Ja, aber welche Kritik, ihr macht es ja keine echte Kritik, eine echte Kritik würde sich für die Interessen von KuchenTV interessieren. Für eine echte Kritik müsstet ihr euch hinstellen und müsstet dann sagen, okay, was möchte Kuchen eigentlich, was ist ihm wichtig? Und dann einfach eine Kritik würde beinhalten, wie er das besser erreichen kann, was er eigentlich will. King Knirps verlängert. Eure Kritik bedeutet, du bist nicht so wie wir. Deswegen bist du scheiße. Das ist keine Kritik, das ist eine Bewertung. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Für alle, die nicht wissen, was was ist. Prototopia hat eingewolgt, ich schwöre. King Knirps, danke für den Nelsten. Danke für den Support. Sag mal, keine Kritik annehmen. Da könnte man ja das Gefühl bekommen, bei den Videos, die du machst, halt so über so 150 Viewer-Streamer, dass das halt auch irgendwo eventuell für dich so ein Problem ist, kritisiert zu werden. Nö, ich nehme einfach nur solche Sachen mit. Habe ich ja schon immer gemacht. Ich habe ja auch in dem Video, glaube ich, zu dir auch gesagt, also ich habe ja schon Videos über Leute gemacht, die auch 100 Abonnenten hatten, die halt einfach so mich kritisiert haben, ohne irgendwie, dass das was mit Feminismus und so zu tun hat. Weil Leute gucken sowas einfach gerne an. Sag ich dir ganz ehrlich, natürlich nehme ich das mit. Das ist ein Geschenk des Himmels. Ich gucke ja gerade mal. Aber die Frage ist, das Gefühl, weißt du, zum Beispiel bei eurem Alpha-Kevin-Streit, bei deinem Streit mit Alpha-Kevin, Entschuldigung, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass Alpha-Kevin jetzt noch ein paar Punkte angemerkt hat, aber du dann sehr ausfallend reagiert hast. Ja, wir haben einfach aneinander vorbeigeredet, wir haben das auch privat geklärt, haben uns ja auch da gegenseitig entschuldigt. Ich hätte nach dem Video nicht so dumm rumtreuen müssen, auf jeden Fall, das war ein Fehler. Ja, das ist, siehst du, das sind normale Menschen. Der eine macht was falsch, der andere sagt, hey, ich finde das nicht korrekt, und er sagt, ja, hast du schon recht. Ja, wäre ganz einfach. Ich habe das gesagt, Shuryoka hätte das machen können, ja, Kirchow hätte das machen können, Dara hätte das machen können, stattdessen malt dir rote Punkte irgendwo hin und tut so einfach, als wären alle andere Nazis. Junge, komm schon. Und die Kritik an sich nehme ich auch an, dass ich jetzt keine random Person mehr wegen ihrem Übergewicht fronte, sondern nur noch, wenn ich auch Videos über die mache, natürlich, also diese Streamerinnen und so, die haben das schon verdient, auf jeden Fall, die hier einen Arsch die ganze Zeit in die Kamera halten, wenn die ihren Körper verkaufen, dann müssen wir damit klarkommen, dass er kommentiert wird, aber so auf Twitter und so mache ich das nicht mehr. Also ja, da habe ich mich teilweise schon kindisch verhalten, safe, vielleicht mit Alpha Kevin auch drüber geredet, mache das in Zukunft halt nicht mehr und wir haben jetzt halt wieder ein freundschaftliches Verhältnis und werden auf jeden Fall irgendwann saufen gehen. Ja, cool. Ja, wie gesagt, also ich würde da gerne wissen, so wie ich sozusagen zum Beispiel auch dich dann kritisieren könnte oder deine Videos kritisieren könnte, damit das dann auch eben, sozusagen, dass da eher eine konstruktive Diskussion entsteht, als dass wir, als dass du dann halt sehr ausfallen wirst. Ja, ich sage mal, es wird wahrscheinlich schwierig, weil ich glaube, das ist halt so generell so deine Einstellungen, also zum Beispiel bei Kurt Show. So, ich sage halt, Videos über Frauen werden bei mir nicht besser geklickt als über Männer. So, dann machst du erstmal daraus ja doch die Videos mit Chiyoka bekommen mehr Klicks, obwohl Kurt Show allgemein gesprochen hat, zum Beispiel. Da hast du dann halt schon mal eine falsche Aussage gebracht. So, dann zeige ich zum Beispiel meine beliebtesten Videos und du sagst, ja, weil die sind ja drei Jahre alt, das Chiyoka-Video ist noch keine drei Jahre alt. Das macht ja aber keinen Unterschied, weil alle diese bekannten Videos sind vor drei Jahren oder vier Jahren erstellt worden, also die hatten alle genau die gleiche Zeit Klicks zu bekommen. Also mein Gegenargument wäre so oder so, dass du, die Hetzkampagne... Ja, die Argumente machen aber keinen Sinn, auch mit Ahmad. So, dann sagst du, ja, aber bei Ahmad kann es sein, dass das rassistisch ist. Also das ist egal, wie ich mich verteidige. So, hast du immer irgendeinen Punkt, um jedes einzelne Video auszuargumentieren? Deswegen spreche ich ja im Konjunktiv. Also ich kann das nicht genau beurteilen. Deswegen bin ich auch nicht dort und sag dann so, boah, das ist ja total falsch, was du da sagst. Das ist ja der Punkt. Weil Scheiß spricht der im Konjunktiv. Weder hast du gesagt, dass er konservativ ist im Konjunktiv noch irgendetwas anderes. Hör auf, einfach offensichtlich zu lügen, bitte. Relativ ruhig und möchte dir nur damit sagen, ja, pass auf, wenn du so ein Video über Ahmad machst und das hat mehr Klicks, das kann natürlich auch sein, dass ja sehr viele... Ja, aber ich überlege dir immer so, worauf setzen sich diese Klicks zusammen? Und bei manchen Leuten könnten da halt eventuell Communities aufspringen, die du jetzt nicht gehabt hättest, wenn du jetzt gegen jemand anderen gegangen bist. Ja, aber guck, genau das ist das Ding. Es ist egal, welches Video ich dir jetzt hier zeigen würde. Du hättest immer irgendein Gegenargument, hochgeladen oder keine Ahnung, der Typ hat blonde Haare, Leute hassen blonde Haare, whatever. So, und das Ding ist, dass du wirklich, glaube ich, in den ganzen Streams gibt es keinen einzigen Punkt, wo du einfach mal gesagt hast, ja, okay, Tim hat recht, ich kann nicht beweisen, ob sich Männer oder Frauen besser klicken auf seinem Kanal, ich weiß es nicht, den Punkt müssen wir ihm geben. Es gibt nicht einen einzigen Punkt, wo du mir jemals zu... Nein, nein, der Punkt ist, dass sich Frauen besser klicken ist ja nur deswegen, weil ihr eigentlich alle Antifeministen seid und weil ihr alle Frauen hasst. Das ist einfach der Punkt. Das ist, was sie damit beweisen. Also behaupten sie einfach, dass sich so Inhalte mit Frauen besser klicken. Absoluter Schwachsinn. Du gestimmt hast, egal wie klein der ist. Gibt es einfach nicht. Ja, würde mir gerade auch jetzt nicht einfallen, also bestimmt... Das war ja bei eben im Gespräch auch so, zwei Stunden gelaber, das ist nicht einmal zugestimmt. So, was ist das? Ja, aber das sind so Sachen da. Und deswegen spreche ich ja auch da, ich sag mal, im Konjunktiv, um eher auch nicht irgendwie dich jetzt niederzumachen oder so. Ja, aber du kommst ja trotzdem rüber, das weißt du doch selber, es ist egal, ob Konjunktiv oder nicht. Anspruch zu geben, dass du da eventuell das Ganze auf dem Schirm hast. Weil, wie gesagt, wir kennen Gamergate, das ist auch bis heute gut erforscht und haben, was auch bestimmte... Gut erforscht. Wer hat es denn erforscht? Wir haben auch, also das, was du da gegen Shuyoka losgetreten hast. Weil es gibt ja mehrere verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Damit befassen sich auch inzwischen diverse Seminare an Universitäten und sowas. Ach, halt so blabern nicht. Ja, ne? Schick mir das mal. Da habe ich Kontakt mit Leuten aus der Wissenschaft, die das Ganze auf dem Schirm haben. Ja, Leute, ich bin einfach in der Uni. Das ist ja so, Chris. Ja, so, jetzt bildet ihr darauf nicht zu viel ein. Ich habe es auch mal so ein bisschen sehr versucht, pauschal zu, oder allgemein zu formulieren. Aber es gibt halt wirklich Leute vom Fach, die das Ganze auf dem Schirm haben. Wie viel die dazu machen werden, kann ich dir nicht sagen. Aber die das halt aufgegriffen haben und die das Ganze... Leute vom Fach Antonio Amadeo Stiftung. ...würste dann zum Beispiel mit dem Gamergate von damals vergleichen. Ja, aber guck mal, du kommst halt immer mit Konjunktiv. Aber wenn ich jetzt auf dich reagiere und ich sage im Konjunktiv die ganze Zeit, nö, du könntest falsch liegen, so, das ist ja trotzdem negativ. So, warum kannst du nicht bei irgendeinem Minipunkt einfach mal sagen, okay, da hat Kuchen... Du müsstest mir nicht mal recht geben. Du kannst auch einfach sagen, ja, okay, wissen wir nicht. Wir lassen den Punkt einfach mal so stehen. Sondern auch in der Reaction zu Kirchho, in jedem Punkt, in jedem Punkt hast du mir widersprochen. Und selbst wenn du, wenn man von mir aus gebe ich dir einfach auch da zehn Punkte, wo du sagst, ich habe komplett übertrieben. So, es wird ja irgendeinen Punkt geben, wo ich mal recht habe. Du hast, glaube ich, auf drei Videos von mir reagiert und es gibt keinen einzigen Punkt, wo du mir jemals recht gegeben hast. Also, ich kann ja nicht nur Scheiße labern. Es wird doch wenigstens einen Punkt, so einen fünf Sekunden Ausstieg geben, wo man sagen kann, ja, okay, da hat er recht. Möglich. Vielleicht fand ich den nicht so wichtig oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also, aus meiner Sicht war das, was du da sagst, beziehungsweise es gibt halt eine Gegendarstellung, zumindest im Sinne von, hey, sieh es auch mal von der Perspektive oder so. Vieles, was du zum Beispiel da, also generell, guck mal, du hast wirklich, aus meiner Sicht, also, es gibt dort sehr viel, sehr viel Hass, der gegen dich auch geht, natürlich. So, ich finde dich insgesamt gar nicht so schrecklich. Jetzt, okay, du bist da so ein Akteur im Internet, natürlich hast du sozusagen, gibt es Dinge, die ich kritisieren würde, aber aus meiner Sicht zerstörst du jetzt nicht irgendwie die Zivilisation, da gibt es nicht schlimmere Leute. Und deshalb sieh es auch viel mehr, wenn ich dann halt eben Dinge kritisiere und dir vielleicht nicht zustimme, dann sieh es halt auch vielleicht mehr als einfach nur, als irgendwie ein Gedankenanstoß und nicht etwas, wo, weil, glaub mir, die meisten Menschen, die kommen eher zu mir und sagen, boah, wie du wieder über Kuchen-TV gesprochen hast, hast, das war mir viel zu lasch. Du hast den viel zu gut dargestellt. Ja, das gleiche ist nicht auch nicht. Aber auch nach dem Gespräch hier wird es dann wieder heißen, boah, also der Kuchen-TV kam viel zu gut rüber. Ja, und das ist mir dann egal, weil, wie gesagt, das ist meine Haltung, dass selbstverständlich kannst du, also am Ende des Tages muss man halt auch... Sag einmal, gibt es bei euch Unterbrecher im Stream? Weil bei mir hängt sich manchmal das Ding auf. Auch irgendwo sehen, aus der Perspektive der Gesellschaft das Ganze sehen. Nein, alles gut. Und da muss man halt sagen, dass dann viele Akteure im Netz, die dann halt von sehr weit links als sehr schlimm wahrgenommen werden, von der Allgemeinheit nicht so als schlimm wahrgenommen werden. Entweder, weil sie natürlich eventuell zu uniformiert sind, aber manchmal auch, weil wir super linken, in Anführungszeichen, da manchmal auch ein bisschen zu empfindlich sind. Natürlich gibt es Sachen, da sage ich, boah, da hast du in Anführungszeichen Schaden verursacht oder so. Aber ich versuche zumindest vom Anspruch her, deine Videos möglichst geschmeidig zu kritisieren, auch dich dabei zu respektieren und dir höchstens Gedankenanstoß zu geben. Ja, aber das heißt, du hast in jedem Punkt halt recht. Also du hast ja nie Unrecht eigentlich. Du hast mir noch nie in den Punkt zugestimmt. Du hast auch bei Imp im Podcast in eineinhalb oder zwei Stunden nicht in einem einzigen Punkt zugestimmt. Daraus schließe ich nicht, dass ich immer recht habe. Also wir beide, wir alle gehen davon aus, dass wir selbst recht. Ja, ja, absolut. Dann sollte auch da mal gegen Leute gehen, die schlimmer als Kuchen sind. Ich war doch sogar gerade selbstkritisch und habe gesagt, Alpha Kevin hat recht, ich habe mich nicht gut verhalten. Genau, das tut man dann nachhinein. Aber in dem Moment, wo man es macht, wo man dann eben eine Äußerung tätig macht, also gibt man die Äußerung natürlich ab. Ich habe schon auch so viele Kritik-Videos über mich reagiert, wo ich direkt Sachen eingesehen habe. Jeder hat Shit bis jetzt eingesehen, außer eure fucking Pabbel. Ihr seid die Einzigen, die nichts einsehen und sich nicht verändern. Jeder von uns hat sich schon verändert. Jeder. Ich muss doch nicht, ich lehne doch nicht erst jede Kritik ab und reflektiere mich dann fünf Stunden später und sage so, ah ja, okay, du hast doch recht gehabt. Also ich habe auch schon sehr viele Momente gehabt, wo später Kritik kam und dann habe ich eingesehen, uch, da habe ich Mist gebaut, da habe ich falsch gelegen. Bei mir auf jeden Fall noch nie. Das kann sein. Nein, nein, das ist in diesen Momenten, wo seine Community gesagt hat, pass auf, was du tust, nicht, dass wir dich canceln und da hat er gesagt, oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Viel miteinander auseinandergesetzt. Du hast ja auf drei Videos reagiert. Dara hat angekündigt, demnächst mit einem AfDler zu diskutieren, nur Geduld. Oh, großartig. Super. Großartig. Hat er gesagt, ja, okay, das konnte verraten. An drei Videos. Stimmt, ja, ich glaube. Ja, stimmt. Dara könnte auch die Clans in Berlin kritisieren. Ja, ja, stimmt, stimmt. Oder zum Beispiel die Rechten irgendwie sich mit denen auseinandersetzen, aber ja. Videos. Ja, genau. Du hast drei Reactions auch gemacht, die eine früher, dann jetzt die eine, wo mein zweites Video kam und jetzt hast du auf das Video dann reagiert. Die neueste Reaction habe ich nicht gesehen. Ich würde einfach mal schätzen, dass du mir in keinem Punkt zugestimmt hast, in keinem einzigen. Wirklich. Wie kann das denn sein, dass du, keine Ahnung, fünf Stunden auf die Rede und in keinem Punkt habe ich recht? Dann könntest du mir gerne direkt deine Gegenperspektive liefern. Das Problem ist bei dir. Nein, jetzt alleine so aus dem logischen Ding, wenn ich fünf Stunden mit dir rede, gibt es auch Punkte, wo du auch mal recht hast, du bringst wirklich keine Argumentation, sondern es ist meistens immer, du zeigst einen Clip, dann, nee, das ist deine Methode, du zeigst einen Clip, also es ist teilweise halt auch eine geniale Methode, weil du hast ja damit sehr viel Erfolg. Du zeigst einen Clip, der ist dann 10, 20, 30 Sekunden lang, dann sagst du sowas wie, aha, nur weil ich jetzt, ist jetzt das und das wahr. Und dann pranks du ganz komisch und nicht das so lange Geschichte dahinter und da weiß ich dann selber nicht mehr, was der Kontext des Clips war und kann dann schlecht das Ganze sozusagen widerlegend einordnen. Okay, das will ich zustimmen. Du wirst es doch immer widerlegen. Du sagst doch immer, nein, das stimmt nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt irgendwas gegen mich. Selbst wenn es im Konjunktiv ist, was du übrigens auch nicht machst, wir kannst dir gerne mein Video angucken, so, dass du nicht so was machen kannst. Da werde ich auch nicht frei von Fehlern sein. Ich werde es immer versuchen und manchmal gibt es natürlich auch Dinge, da bin ich mir sicher, dass es so ist. Oder selbst wenn man sagt, meine Videos sind kompletter Mist, komplett scheiße, was ist mit dem Gespräch von Imp? Ihr habt zwei Stunden gelabert, du hast dir nicht in einem Punkt zugestimmt. Natürlich habe ich Ihnen zugestimmt. Ich habe zum Beispiel zugestimmt, dass man die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man die zum Beispiel auch anders gestalten kann und ich dafür offen bin. Und da hat er das mit der Krankenkasse verglichen und das war ein Punkt, an den habe ich noch nicht gedacht. Und da habe ich dann gesagt, ja stimmt, das ist ein guter Punkt. Und das ist einer, der mir einfällt. Natürlich das Gespräch ist drei Stunden lang. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es halt nicht so schlimm, wenn halt irgendwer auf Teufel kommt. Also, weiß nicht. Also, weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht. Also, der Grund, warum ich ja Videos mache, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du halt lieber dir irgendwas zusammenspurbelst über mich, als dass du mir einfach mal zustimmst bei den Punkten. So, genau so kommt es halt drüber. Weil egal, was für den Argument ich wo bringe, heißt es immer nein, nein, nein aus den und den Gründen. Und das ist ja das, was ich auch in dem Video zu Young Fatesalat gesagt habe. Ihr wollt euch alle untereinander komplett verteidigen und da die Punkte generell schon nicht gut waren, müsst ihr dann noch mehr Scheiße labern, um den Punkt irgendwie zu verteidigen. Und deswegen habe ich immer weiteren Content, wo die Aussagen immer schlimmer werden. Also, das ist für mich eine Projektion. Ja, von meiner musical-frau in der Safe, ja, ja. Und dann gehen wir mal so ein Video durch. Das können wir privat machen, das können wir on-stream machen. Das ist bestimmt ein Event wert. On-stream wäre es auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man das Material gerade nicht vor sich hat, dann kann ich das halt auch schlecht beurteilen. Ja. Und sonst tut es mir natürlich leid, wenn du dich da schlecht fühlst. Ich fühle mich nicht schlecht, ich nehme einfach den Content dann mit. Also, ich kann es halt nicht verstehen. Ich sage halt dir, das ist meistens, aus meiner Sicht, argumentierst du halt nicht wirklich, sondern bringst halt sozusagen so Pseudo-Argumente, die eventuell bei den Zuschauern als Argumente wirken, aber es sind am Ende eigentlich von der Logik her keine Argumente. Und das zeige ich auch immer wieder auf. Und das begründe ich dann auch. Und da ist es meistens nicht so, dass du jetzt etwas sagst und dann zeige ich, dass das eine Falschbehauptung ist, sondern dass dort jemand, dass du den Zuschauer da sogar manipuliert hast. Also, dass du ein bisschen an der Nase herumgeführt hast mit Rhetorik. Eigentlich zeigst du es nicht, ne. Du sagst immer nur so, ja, das ist ja nur ein 10 Sekunden-Clip, wer weiß, was der wirklich gesagt hat. Ja, dass du das jetzt sagst, ist mir klar. Aber wie gesagt, wir könnten uns da natürlich mal zusammen durchfräsen. Ja, auf KuchenTV-Ankart habe ich sogar auf deine ganzen Streams immer reagiert, zum Beispiel, wenn du auf mich reagierst. Also, es ist nicht so, dass ich nur dieses Video auf KuchenTV mache, sondern du kannst ja alles nachvollziehen, dass ich alles auch gehört habe, weil ich dazu ja dann auch auf KuchenTV-Ankart ein Video hochgeladen habe. Aber ich weiß, ich denke, wir drehen uns hier auch im Kreis. Ich weiß nicht, außer du willst jetzt auch irgendwas dazu sagen, aber ich glaube, es ist alles gesagt. Nein, es bringt halt nichts, weil jetzt in der, also, wie gesagt, aus meiner Sicht werde ich dir zustimmen, wenn es einen Grund dafür gibt und wenn da ein gutes Argument kommt. normal mit einem Menschen redet und das sagt, was er denkt. Dara hingegen muss seine Doktrin durchbringen und darf nur das sagen, was von seiner politischen Partei akzeptiert wird. Also, es ist keine Partei, sondern ich meine, so seine politische Gesinnungsfreunde. Ja, er steht extrem unter Druck, während der andere führt einfach ein ganz normales Gespräch. Weißt du? Ich habe ein gutes Argument und dann habe ich halt ihm zugeschnitten. Ja, meine Videos sind ja auch nicht für so Hochbegabte gemacht, sondern für so Monto oder Trimax hat heute auf mich reagiert, für so Lutschern-Internet halt. Leider auch Konsequenzen, sozusagen. Ja, safe. Also, da geht natürlich auch, sag mal, so ein bisschen, ja, so. Können wir statt Projektion nicht Dara-Aktion sagen, der Typ macht das doch 24-7? Ja, ja, die goldenen Regeln bei Dara lautet immer, alles, was Dara über andere sagt, trifft auf ihn zu. Immer. Ja, mein Intellekt reicht ja nicht aus, um so Hochschule zu haben. Ich habe halt so Hauptschüler in meinem Chat und so halt. Nicht böse gemein, aber die sind strunzdummnecker, wirklich, die geben mir so viel Geld für Subs und so. Lächerlich, ja. Kann ich jetzt machen. Gut, ich weiß, hast du noch was zu sagen, sonst würde ich den Talk langsam enden, weil der geht zwei Stunden. Wir wollten nicht helfen. Ich würde jetzt auch gerne Schluss machen. Ich fand... Oh, wirklich? Da schau her. Das freut mich. Ich wollte, ich habe letztens mit Jay Riddle geredet, dass wir dieses Wochenende wollten wir eigentlich miteinander reden, aber er hat keine Zeit gehabt. Das heißt, irgendwann demnächst, nächste Zeit, bla, 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 irgendwas, werden wir uns zu einem Talk treffen und ich freue mich sehr darauf. Ja, freut mich, dass er dich hergebracht hat und von dem her, Kuss an dich. Dankeschön. Ja. Freut mich, freut mich. Das höre ich gerne. Dankeschön. Schluss machen? Ja. Ich dachte, wir haben bald unser Einjähriges. Mir leid, aber ich habe wirklich alles gegeben, aber wir passen einfach nicht zueinander. Nein, Quatsch. Lass gerne noch immer mal wieder diskutieren. Ich hätte das gerne. Also auch mit Imp würde ich gerne noch mal wieder diskutieren. Demnächst mal mit die ganzen anderen Leute abklappern. Auch mit Proletopia? Oder hast du etwa Angst? Sinan steht noch in der Pipeline und so. Sinan G? Ne. Anderer Sinan, ist aber auch egal. Sonst, es hat mich gefreut. Ja, mich auch. dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. Tschüss. Tschö, tschö. Wählt nicht die AfD. Wählt nicht die AfD, sagt er. Ah, Digga. Ja, Kuchen ist lustig. Aber, ihr werdet, ihr werdet mir hier nicht so leicht davon kommen, denn, was ist passiert, nachdem Dara aufgelegt hat? Ja, mich auch schon.